Guten Morgen, geehrte Kolleginnen und Kollegen. Bitte nehmen Sie Platz. Ich eröffne die Sitzung. Wir setzen die Haushaltsberatungen fort. Ich rufe auf den Einzelplan 04. Das ist die Bundeskanzlerin und das Bundeskanzleramt mit den Beschlussempfehlungen des Haushaltsausschusses auf den Drucksachen 13 924 und 13 925. Berichterstatter sind die Abgeordneten Otto Fricke, Patricia Liebs, Johannes Kahr, Markus Bühl, Dr. Gesine Lösch, Anja Heidjuck. Zu dem Einzelplan 04 liegt ein Änderungsantrag der Fraktion der AfD vor. Über den Einzelplan werden wir später namentlich abstimmen. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für die Aussprache 210 Minuten vorgesehen. Ich höre keinen Widerspruch, dann ist das so beschlossen. Dann eröffne ich die Aussprache und erteile das Wort dem Fraktionsvorsitzenden der AfD, Dr. Alexander Gauland. Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Bundesregierung hat sich entschieden, von Deutschland aus das Klima zu retten und dafür die Energieversorgung unseres Landes aufs Spiel zu setzen. Wie beim Atomausstieg oder bei der massenhaften Aufnahme von Migranten befinden wir uns wieder einmal auf einem deutschen Sonderweg allein. Dabei pfeifen es die Spatzen von allen Dächern, die deutsche Energiewende ist gescheitert. Ein Gutachten von McKinsey kam im September dieses Jahres zu dem Ergebnis, dass die deutsche Energieversorgung unsicheren Zeiten entgegengeht. Fast alle Ziele der Energiewende sind verfehlt worden. Die Versorgungssicherheit werde nach dem Atom- und Kohleausstieg nicht mehr gewährleistet sein. Zugleich kommt der Windkraftausbau zum Erliegen. Die Zahl der erteilten Genehmigungen sei in den ersten Quartalen, drei Quartalen 2019 regelrecht zusammengebrochen, klagte der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft am 8. November. Ein Grund für den Rückgang ist das neue Ausschreibungsverfahren, das den billigsten Anbieter bevorteilt. Die subventionierte Lizenz zum Gelddrucken ist damit passé. Außerdem verhindern Bürgerinitiativen immer häufiger Windkraftprojekte. Sie kämpfen nicht nur gegen die Umweltzerstörung, die massenhafte Schredderung von Vögeln, sondern auch gegen die Gesundheitsgefährdung durch Infraschall. Scheibchenweise wird der Mindestabstand reduziert. Bis auf 350 Meter sind die Windmühlen schon an Wohnhäuser herangerückt. Wer die Welt retten will, meine Damen und Herren, kann auf Petitessen wie die Gesundheit der Anwohner natürlich keine Rücksicht nehmen. Immobilien verlieren massiv an Wert, wenn Windräder in der Nähe stehen. Leider stehen sie natürlich nicht in Prenzlauer Berg oder in München-Schwabingen. Es sind immer die anderen, die den Preis zahlen. Die politische Windkraftlobby versucht inzwischen Kritiker als Rechte zu denunzieren. Na, ist ja üblich. Hier entsteht eine Art neue Dolchstoßlegende. Aber auch dieser Krieg ist an der Front verloren, nämlich an den unerbittlichen Fronten der Physik und der Ökonomie. Obwohl der Ausbau der Windkraft absehbar endet, hält die Regierung nicht nur am Atomausstieg bis 2022 fest, sondern rechelt mit einer Steigerung des Stromverbrauchs bis 2030. Bundesregierung und Automobilindustrie versprechen bis dahin eine Million Elektroautoladestationen. Woher aber soll der Strom kommen für die Elektroautos, wenn grundlastfähige Kraftwerke abgeschaltet werden? Und womit sollen wir in Zukunft heizen? Vielleicht ist die Bundesregierung ja der Meinung, die Menschen werden sich künftig an ihrem guten Gewissen erwärmen, liebe Freundinnen. Meine Damen und Herren, wenn die viertgrößte Wirtschaftsnation der Erde sich entschließt, das Energiefundament ihrer Wirtschaft zu beseitigen und durch eine Alternative zu ersetzen, die vorsichtig formuliert nicht besonders stabil ist, dann erwarte ich erbitterte öffentliche Debatten darüber. Dann erwarte ich Redeschlachten um das Für und Wider im Parlament. Dann erwarte ich, dass die These vom menschlichen Anteil am Klimawandel unter den größtmöglichen Falsifikationsdruck gesetzt wird. Denn wir tun wahrscheinlich etwas Unumkehrbares. Aber das Thema ist dermaßen ersatzreligiös aufgeladen, dass die Frage richtig oder falsch keine Rolle mehr spielt. Sie ist vollkommen verschüttet unter den Kriterien Gut und Böse. Wo Begriffe wie Klimaleugner kursieren, auch gestern wieder in diesem Hause, hat sich die Vernunft verabschiedet. Ein Wissenschaftler, der sich der Klimahysterie verweigert, spielt mit seiner Karriere. Die Merkel-Jahre werden als eine bleiernde Zeit in Erinnerung bleiben, in den öffentlichen Debatten im Saim der Hypermoral erstickt wurden. Am 20. November um 12 Uhr Mittag sind nach Angaben der Strombörse von den 77 Gigawatt Stromverbrauch in Deutschland 64 Gigawatt durch konventionelle und Atomkraftwerke geliefert worden. 64 von 77, meine Damen und Herren. Ich frage mich, wie Sie unser Land mit Strom versorgen wollen, wenn diese 64 Gigawatt einmal abgeschaltet sind. An drei Tagen, im Juni am 6., 12. und 25. war das deutsche Stromnetz akut unterversorgt. Solche Unterdeckungen müssen durch Strom aus dem Ausland ausgeglichen werden. Eine Sprecherin der Energiewirtschaft beteuerte zwar, die Gefahr eines Blackouts habe nicht bestanden. Aber was ist, wenn 2022 die Atomkraftwerke vom Netz gehen? Was passiert, wenn sogenannte Klimaaktivisten es tatsächlich schaffen, ein großes Kohlekraftwerk lahmzulegen? Haben Sie sich einmal ausgemalt, was ein tagelanger Blackout bedeuten würde? Denken Sie doch nur an die abertausenden Menschen, die in Fahrstühlen eingeschlossen werden. Solche Lifte haben nur in amerikanischen Actionfilmen eine Klappe, über die man sie verlassen kann. Ich will nicht den Teufel an die Wand malen. Aber ein Blackout ist weit wahrscheinlicher als die von Ihnen beschworene Klimakatastrophe. Dass es ausgerechnet eine Physikerin ist, die unsere Energieversorgung aufs Spiel setzt, ist es nicht so. Das ist zwar komisch, sollte uns aber nicht irritieren. Es war ein Schauspieler, der den Kalten Krieg gewonnen hat. Offensichtlich nimmt sich Frau Merkel daran ein Beispiel. Meine Damen und Herren, wenn die Lage wirklich so schlimm ist, wenn wir wirklich demnächst auf diesem schönen Planeten gekocht werden, dann müssen zuerst Sie sich wohl der Einsicht öffnen, dass der ökopopulistische Atomausstieg ein Irrweg war. Es wäre geradezu eine Hegelsche List der Vernunft, wenn die Heilige Kreta zu dieser Erkenntnis führte. Bei Ihnen nicht. Das ist mir schon klar. Aber wer wirklich etwas für das Klima tun will, der muss seinen Blick auf die Bevölkerungsexplosion in Afrika lenken. Die Bundesregierung hat vor Kurzem den Soli quasi abgeschafft. Wir hätten nichts dagegen gehabt, ihn in einen Investitionsfonds für Afrika umzuwandeln. Wir hätten dem zugestimmt, wenn Sie im Gegenzug die Grenzen geschlossen und die klammheimlichen Asylantenflüge eingestellt hätten. Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass uns das Schicksal Afrikas nicht gleichgültig sein kann. Nur gilt eben auch hier die Maxime, dass Politik sich an den Realitäten orientieren muss, nicht an frommen Wünschen. Die Bevölkerung Afrikas wächst derzeit alle zwölf Tage um eine Million Menschen. Die knapp zwei Millionen Migranten, die wir seit 2015 aufgenommen haben, sind dort in einem halben Monat nachgeboren worden. Dagegen hat ein direkt in Afrika ausgegeben oder noch besser investierter Euro nach den Worten des Entwicklungshilfeministers Gerd Müller die dreißigfache Wirkung wie ein in Deutschland eingesetzter. Die Bevölkerungsexplosion, meine Damen und Herren, ist das größte Problem unseres Planeten, übrigens auch für die Umwelt. Es würde einmal Zeit, dass Fridays for Future auf die Bedeutung des ungebremsten Bevölkerungswachstums für die Klimaerwärmung hinweisen. Aber eher schafft die Bundesregierung den Wirtschaftsstandort Deutschland ab, als dass ihr der Begriff Geburtenkontrolle in Afrika über die Lippen kommen. Denn das wäre ja wieder Rassismus in Ihren Augen. 96,5 Prozent des weltweit ausgestoßenen Kohlendioxid sind natürlichen Ursprungs. Von den restlichen 3,5 Prozent stammen 2,2 Prozent aus Deutschland. Das ist wenigstens nicht umstritten. Selbst wenn unser Land morgen zu existieren aufhörte, wären die Auswirkungen auf die Welttemperatur praktisch nicht nachweisbar. Und dafür setzen Sie alles aufs Spiel. Dafür machen Sie eine Energiewende. Und dafür ruinieren Sie unsere Autoindustrie und die Maschinenbauindustrie. Meine Damen und Herren, das ist keine Zukunft, die wir mit Ihnen gehen wollen. Deswegen werden wir dagegen kämpfen und auch gegen diese Regierung, die das versucht. Danke. Jetzt hat das Wort die Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel. Frau Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die NATO wird in diesem Jahr 70 Jahre alt. Und aus diesem Anlass werden sich in der nächsten Woche, am 3. und 4. Dezember, die Staats- und Regierungschefs in London treffen. Ich glaube, das ist ein guter Anlass, einmal Rückblick zu halten. Ich glaube, wir sind uns fast alle einig, dass in den ersten 40 Jahren der Existenz der NATO die NATO im Kalten Krieg ein Wollwerk für Freiheit und Frieden war und dafür gesorgt hat, dass es zu keinem Krieg in Europa kam. Und in diesem Zusammenhang sind wir ganz besonders unseren amerikanischen Freunden zum Dank verpflichtet. Aber seit dem Ende des Kalten Krieges sind bereits 30 Jahre vergangen. Und nach 1990 hat die NATO auch eine interessante Aufgabenzustellung bekommen, eine interessante Zeit erlebt. Und vielleicht sollte man darauf angesichts von 70 Jahren noch einmal kurz Rückblick halten. Ende der 90er Jahre kam die Frage der Erweiterung auf die Tagesordnung. Und im Zusammenhang mit der ersten Erweiterungsrunde um drei Länder ist damals auch die NATO-Russland-Akte abgeschlossen worden. Und ich weiß nicht, wer sich noch erinnert, es war eine durchaus kontroverse Diskussion, ob die NATO erweitert werden sollte. Sie ist dann in den Zeitraum 1999, 2002 und 2008 noch einmal deutlich erweitert worden. Und man hat 1997 im Vorfeld dieser Erweiterung die NATO-Russland-Grundakte abgeschlossen, die in Paris unterzeichnet wurde, die die Truppenaufstockung in den neuen Mitgliedstaaten, also in den östlichen Staaten limitiert hat, die verboten hat, Atomwaffen dort zu stationieren und die die Anerkennung der damaligen Grenzen akzeptiert hat, die terrestriale Souveränität. Und im Grunde war man mit einer Hoffnung verbunden, auch ein gedeihlicheres Miteinander mit Russland zu haben, als es dann tatsächlich passiert ist. Ende der 90er Jahre dann das Eingreifen der NATO im Jugoslawien-Konflikt. Aus meiner Sicht ein Beitrag dazu, dass es zu friedlichen Verhandlungen kommen konnte. Der Atisari-Plan damals genehmigt wurde. Und die NATO hat sich bis heute als Ordnungsfunktion auf dem westlichen Balkan etabliert. Im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts dann zu Beginn am 11. September. Der erste große terroristische Anschlag, asymmetrische Kriegsführung war damit in aller Munde. Der Angriff auf das World Trade Center. Und damals ist zum ersten und einzigen Mal der Artikel 5 von den Vereinigten Staaten von Amerika erfragt worden, innerhalb der NATO. Die Beistandsverpflichtung. Und sie wurde auch gewährt von den Mitgliedstaaten der NATO. Wir haben das aus Überzeugung getan. Und seit diesem Tag gibt es ja auch, oder seit dieser Zeit gibt es den Einsatz in Afghanistan, an dem sich Deutschland bis heute beteiligt. Ich weiß, was für schwierige Auseinandersetzungen das damals waren. Und deshalb möchte ich einfach ein großes Dankeschön an unsere Soldatinnen und Soldaten sagen, die seit dieser Zeit dort Dienst tun, die unsere Freiheit, Peter Struck hat immer gesagt, unsere Sicherheit wird am Hindukusch verteidigt, die dies leisten und auch heute noch leisten. Es kam dann zu keiner NATO-Mission beim zweiten Irakkrieg, als Europa gespalten war und wir zu keiner gemeinsamen Haltung kamen. Und das zweite Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts ist im Grunde geprägt durch zwei Entwicklungen. Einmal den arabischen Frühling und die Reaktion darauf. Wir erinnern uns 2011, wir waren Mitglied im Sicherheitsrat, nicht ständiges Mitglied im Sicherheitsrat. Und es war der NATO-Einsatz zur Flugraumüberwachung in Libyen. Deutschland hat sich damals enthalten. Das Mandat wurde überdehnt. Das war eines der letzten Mandate im Sicherheitsrat, das es gab. Russland hat sich seitdem selten wieder beteiligt. Und der Sicherheitsrat ist ziemlich handlungsunfähig seitdem geworden. Und wir haben damals gesehen, dass dieses Mandat überdehnt wurde, dass Gaddafi sozusagen verjagt wurde, dass in Libyen Instabilität ausbrach und auch heute noch keine politische Lösung in Sicht ist. Wir haben dann den Bürgerkrieg in Syrien gesehen. Dort hat die NATO nichts unternommen. Dieser Bürgerkrieg ist langsam aber sicher zu einem Stellvertreterkrieg gemacht worden. Und wir müssen heute konstatieren, dass es die grausamste und humanitäre, schlimmste Situation ist, die wir seit dem Völkermord in Ruanda hatten. 500.000 Tote, 12 Millionen Vertrieben, die Hälfte Binnenvertrieben, die anderen als Flüchtlinge außerhalb Syriens. Und auch hier wartet eine politische Lösung auf ihre Realisierung. Und gleichzeitig, 2014 hatten wir dann die Annexion der Krim durch Russland, den Einmarsch in der Ostukraine. Und damals, damit die Tatsache, es ist gut, dass Sie alles wissen, aber warten Sie es einfach ab. Und damals hat sich die NATO dazu verpflichtet, als erstes mal wieder sich auf die Bündnisverteidigung zu konzentrieren, weil die Angriffe bis an ihre Grenzen kamen. Die NATO-Versammlung in Wales war ein Wendepunkt in dieser Frage. Und damals haben wir uns verpflichtet, unsere Verteidigungsaufgaben in Richtung 2 Prozent zu entwickeln. Was wir auch tun seitdem, der diesjährige Haushalt für das nächste Jahr sagt, 1,42 Prozent NATO-Quote. In Wales waren wir bei 1,18. Und wir werden das schrittweise weitermachen, 1,5 bis 2024. Und die Verteidigungsministerin hat jetzt einen Plan aufgesetzt, wie wir durch Verbesserung unserer Bündnisfähigkeit, Aufwuchs unserer Fähigkeiten bis zum Anfang der 30er Jahre dann die 2 Prozent erreichen werden. Darauf kann man sich verlassen, meine Damen und Herren. Und wenn man sich das alles anschaut, dann ist, glaube ich, Zeit für die Analyse, was ist gelungen und was ist nicht so gut gelungen. Und was bedeutet das für die NATO und die Zukunft? Und da will ich als erstes sagen, gelungen ist die Bündnisverteidigung für die osteuropäischen Länder. Wir sind Führungsnation in Litauen. Wir machen bei der Flugüberwachung aus und mit, wenn ich das für den deutschen Beitrag sagen darf. Und wir sehen jeden Tag, welchen hybriden Bedrohungen auch von Russland kommt, die Soldatinnen und Soldaten dort ausgesetzt sind. Und, meine Damen und Herren, wir haben als Pluspunkt auch das Bündnis, das den Artikel 5 realisiert hat und den Vereinigten Staaten von Amerika geholfen hat in Afghanistan. Und wir können sagen, dass wir den westlichen Balkan stabilisiert haben, was auch für unsere eigene Sicherheit von allergrößter Bedeutung ist. Aber wir müssen genauso feststellen, politische Lösungen in Libyen fehlen, in Syrien. Die Türkei hat sich entfremdet als Mitgliedsstaat innerhalb der NATO. Es gibt vor der Haustür Europas eine Vielzahl von terroristischen Bedrohungen. Die Vereinigten Staaten gehen nicht mehr automatisch in die Verantwortung, wenn es in unserer Umgebung brennt. Und es ist eine völlig andere multipolare Ordnung entstanden, bei der China eine herausragende Rolle einnimmt und auch die Konzentration der Vereinigten Staaten von Amerika viel stärker in Anspruch nimmt. Und deshalb, meine Damen und Herren, ist es wichtig, was das für uns und für unsere Haltung zur NATO bedeutet. Und da sage ich als Erstes, stärker als im Kalten Krieg ist der Erhalt der NATO heute in unserem ureigensten Interesse oder mindestens so stark wie im Teil zwischen unserem ureigensten Interesse. Denn, und das hat gestern auch der Außenminister gesagt, Europa kann sich zurzeit alleine nicht verteidigen. Wir sind auf dieses transatlantische Bündnis angewiesen. Und deshalb ist es auch richtig, wenn wir für dieses Bündnis arbeiten und mehr Verantwortung übernehmen. Und meine Damen und Herren, wir müssen klären, wofür natürlich die NATO verantwortlich sein möchte. Ist sie nur für die Bündnisverteidigung verantwortlich? Ist sie auch für die Sicherheit in unserer Umgebung verantwortlich? Und da war es, glaube ich, richtig, einen europäischen Arm, der mit der NATO zusammenarbeitet, der Verteidigungspolitik zu gründen, die PESCO, die strukturierte Zusammenarbeit innerhalb Europas mit dem Ziel, auch gemeinsame Einsätze unabhängig von der NATO machen zu können, aber niemals als Verständnis gegen die NATO oder anstelle der NATO zu arbeiten, sondern im Zweifelsfall im Bündnis einen weiteren europäischen Pfeiler zu etablieren. Und hier geht es auch um gemeinsame Rüstungsprojekte. Und diese Rüstungsprojekte müssen wir mit Frankreich zusammen ganz wesentlich voranbringen. Und ich bedanke mich bei der Bundesverteidigungsministerin an dieser Stelle auch, dass wir da ein Tempo vorlegen. Und ich bitte den Deutschen Bundestag da auch zu helfen, sowohl bei dem gemeinsamen Flugzeugprojekt als auch bei dem gemeinsamen Panzerprojekt. Wir müssen uns also in verschiedenen Formaten engagieren in der Zukunft, sowohl in der NATO, manchmal auch nur von der europäischen Seite und möglichst immer mit einer UN-Unterstützung. Da besteht die Schwierigkeit, dass es nicht so einfach ist, UN-Missionen neu zu etablieren, weil die Vereinigten Staaten sehr zurückhaltend geworden sind. Gerade in einem Bereich, der für uns von großem Interesse ist, die Sahelzone, gelingt es im Augenblick nicht, UN-Mandate für robuste Einsätze zu bekommen. Und daran muss weitergearbeitet werden. Und für uns ist wichtig, das ist von ganz besonderer Bedeutung, dass wir immer einen gemeinsamen Ansatz sehen, der sich nicht aufs Militärische konzentriert. Der sagt, das Militärische ist dabei, aber das Eigentliche sind die politischen Lösungen. Das Eigentliche ist die Entwicklungszusammenarbeit, die wirtschaftliche Kraft, die wir Regionen geben. Und deshalb nennen wir das den vernetzten Ansatz, mit dem wir in Afghanistan begonnen haben zu arbeiten. Und es ist gut, dass Frankreich ja erst wieder seit 2008 politisch in der NATO verankert ist. Das ist unter Präsident Sarkozy passiert. Das ist vorher lange nicht der Fall gewesen. Und so kann die NATO auch politischer heute arbeiten. Und politische Lösungen gehören dazu. Militärische Lösungen alleine werden nie reichen. Und ich will ganz klar sagen, es stellt sich natürlich auch die Frage eines schwierigen Partners Türkei. Wollen wir ihn in der NATO halten oder nicht? Arbeiten wir darauf hin? Das heißt natürlich nicht, dass man sich nicht gegenseitig die Meinung sagt, dass man Unterschiede nicht anspricht. Aber ich sage, die Türkei sollte NATO-Mitglied bleiben. Und dafür müssen wir auch uns einsetzen. Denn es ist von geostrategischer Bedeutung für das Bündnis, dass die Türkei mit dabei ist. Und nun diskutiert es sich sehr leicht kritisch gegenüber den Vereinigten Staaten von Amerika, die vielleicht an vielen Stellen auch nicht mehr die Verantwortung übernehmen wollen, die sie früher übernommen haben. Aber das zeigt zuerst natürlich zurück zu uns nach Europa. Und die erste Aufgabe, damit die NATO funktionieren kann, ist, dass die Europäische Union sich einig ist. Denn die meisten Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind auch NATO-Mitglieder. Und das heißt natürlich für Deutschland und seine Außenpolitik in ganz besonderer Weise, dass wir uns für diese Einigkeit einsetzen müssen. Und zwar als Erstes im Blick auf die Stabilisierung des westlichen Balkans. Und da bin ich dafür, dass wir nochmal darüber nachdenken, ob wir neue Beitrittsverfahren in der Europäischen Union diskutieren. Ich sage ganz ehrlich, das hätten wir vielleicht auch schon vor einem Jahr machen können. Aber ich bin vor allem der Meinung, dass wir den Ländern des westlichen Balkans sagen müssen, ihr habt eine verlässliche europäische Perspektive und deshalb auch versprochene Beitrittsverhandlungen anfangen müssen. Ich sage nicht abschließen müssen im Blick auf Nordmazedonien und Albanien. Sonst verlieren wir diese Länder und das ist zu unserem Macht. Und zweitens ist es richtig, dass Europa, Großbritannien, Frankreich und Deutschland eine intensive, aktive Rolle bei der Frage des Iran-Abkommens, des JCPOA spielen, damit es nicht zu einer nuklearen Bewaffnung des Iran kommt. Und ich will hier ausdrücklich auch gerade die Aktionen und die Aktivitäten von Frankreich loben. Aber alle drei Staaten ziehen hier an einem Strang und versuchen dieses Abkommen als einen Hebel zu nehmen, um weitere Eskalationen zu verhindern. Aber wir appellieren natürlich auch an den Iran, zu sehen, dass dieses Abkommen auch für den Iran ein Wert an sich ist. Meine Damen und Herren, und dann werden wir in zwei politischen Prozessen eine aktivere Rolle einnehmen und unseren Beitrag leisten. Der Außenminister tut das im Zusammenhang mit Syrien. Wir haben uns sehr dafür eingesetzt, dass jetzt endlich bei den Vereinten Nationen ein Verfassungskonvent gebildet werden konnte. Das geht nicht ohne Gespräche mit Russland. Das geht nicht ohne Gespräche mit der Türkei. Deshalb gab es auch Treffen von Präsident Erdogan, von Präsident Macron und mir mit Putin und Erdogan. Und es ist wichtig, dass wir den UN-Gesandten Petersen hier an dieser Stelle unterstützen. Und zweitens führen wir, gerade weil wir auch aus der Tatsache, dass wir uns damals enthalten hatten, im Sicherheitsrat eine hohe Reputation bei den afrikanischen Ländern haben, jetzt auch in Berlin Gespräche auf hoher Beamtenebene zwischen der Europäischen Auswärtigen Amt und dem Bundeskanzleramt, mit dem UN-Vermittler Salamee und den wichtigsten Akteuren, um zu verhindern, und das ist schwer genug, aus Libyen einen zweiten Stellvertreterkrieg von der Dimension zu machen, den wir in Syrien gesehen haben. Und um zu verhindern, und deshalb ist eine Lösung für Libyen so notwendig, dass uns der gesamte südlich von Libyen liegende Sahelbereich in terroristische Destabilität abnähtet. Und das ist eines der ernstesten Probleme, denen wir im Augenblick begegnen. Und dass das etwas mit unserer Sicherheit zu tun hat, das kann sich ja jeder leicht vorstellen. Und deshalb ist es richtig und wichtig, dass wir uns beim G-7-Treffen in Biarritz, Deutschland und Frankreich entschieden haben, noch einmal eine Initiative für die Sicherheit in der Sahelzone zu starten, neben der Unterstützung für die G-5 Sahel-Truppe. Und wir werden schauen müssen, dass wir weit, ich möchte jedenfalls weiter daran arbeiten, dass wir ein UN-Mandat, ein robustes UN-Mandat bekommen. Und das führt uns zu einem weiteren Punkt. Wir werden in Zukunft nicht alle Einsätze selbst beschreiten können, sondern mehr tun kann auch heißen, anderen bei der Ausbildung zu helfen, bei der Befähigung und der Tüchtigung. Das machen wir ja in Mali schon, aber es muss noch breiter geschehen. Aber da wird es sich ein Thema stellen, dem wir auch auf Dauer nicht werden entweichen können. Wenn wir ausbilden, wenn wir ausbilden und ertüchtigen in anderen Regionen der Welt, dann stellt sich natürlich auch die Frage, wer die Ausrüstung liefert. Und ich meine, Sie konnten neulich bei dem Treffen der Afrikanischen Union in Sochi mit dem russischen Präsidenten sehen, dass das Ganze begleitet war von einer großen Show von militärischen Gegenständen, wo sich die afrikanischen Länder aussuchen konnten, was sie brauchen und zum Teil auch zu verbilligten Preisen bekommen haben. Ich frage uns, ist das in unserem Interesse, wenn klar ist, Afrika wird nur von Russland, wird nur vielleicht von China und Saudi-Arabien ausgerüstet. Ich glaube, das kann nicht richtig sein. Wenn wir zur Sicherheit und für den Frieden in Afrika ertüchtigen, dann können wir uns der Ausrüstung nicht völlig verweigern. Das ist jedenfalls meine Überzeugung. Und deshalb bin ich ein bisschen unruhig, wenn wir jetzt immer weiter unsere Dinge einschränken. Wir können doch nicht ernsthafter weise und glaubwürdigerweise Menschen, die in terroristische Kämpfe ziehen müssen, ausbilden, um anschließend dann zu sagen, na ja, aber wo ihr eure Ausrüstung herkriegt, das müsst ihr euch dann mal überlegen. Und meine Damen und Herren, ja, wir müssen auch unsere europäische Haltung zu China klären. Und das ist ja ein großer Diskussionsgegenstand. Und ich kann uns nur raten, und der sehr an Jahren alte, aber im Geist junge Christian Schwarz-Schilling hat auf dem CDU-Parteitag weise Worte gesagt. Er hat gesagt, wer glaubt national alleine, einen Kurs finden zu können im Umgang mit China und nicht zu versuchen, eine europäische gemeinsame Haltung dazu zu entwickeln. Der wird zerrieben werden und der wird scheitern. Und ich sehe, wenn ich Ihnen das ganz offen sagen darf, eine der größten Gefahren, ich will es so nennen, zumindest Sorge, dass Europa, dass da jeder Mitgliedsstaat seine eigene China-Politik macht und dass wir zum Schluss ganz unterschiedliche Signale setzen. Und das wäre nicht für China verheerend, aber es wäre für uns in Europa verheerend. Und deshalb ist ja unbestritten, dass wir hohe Sicherheitsstandards beim Ausbau von 5G brauchen. Aber das müssen wir dann, so wie wir es für uns definieren, auch mit den anderen europäischen Partnern besprechen. Und so wie wir eine Medikamentenzulassungsagentur in Europa haben, so müssen wir wahrscheinlich auch eine Zulassungsagentur, eine Zertifizierungsagentur haben, die mit den nationalen Institutionen wie BSI zusammenarbeitet, die sich mit der Zertifizierung von 5G-Teilen beschäftigt. Denn, meine Damen und Herren, in einem europäischen Binnenmarkt, in einem digitalen Binnenmarkt, wenn da jeder seins macht und jeder anders handelt, dann werden wir nicht weit kommen. Das heißt, Telekommunikationsgesetz ändern, IT-Sicherheitsgesetz ändern, natürlich im Parlament darüber sprechen, höchste Sicherheitsstandards anlegen, aber auch nach Europa schauen und möglichst mit Frankreich als erstes mal gemeinsame Lösungen zu finden, aus denen wir dann insgesamt europäische Lösungen entwickeln können. Und natürlich müssen wir kritisieren, wenn wir jetzt die Berichte von den Uiguren, und ich stimme dem Bundesaußenminister vollkommen zu, dass die UN, die Menschenrechtsbeauftragte, dort Zugang haben muss. Ich glaube, dass die Europäische Union gestern da auch das Richtige gesagt hat. Ich glaube, dass es ein gutes Zeichen war, dass die Wahlen in Hongkong so friedlich abgelaufen sind und die Menschen trotzdem ihre Meinung gesagt haben. Das ist ein Land, zwei Systeme, und es sind zwei Systeme. Und China ist ein anderes gesellschaftliches System, ein völlig anderes. Es gibt einen Systemwettbewerb. Aber ich weiß nicht, ob die Antwort auf den Systemwettbewerb, und so was kennen wir ja auch aus dem Kalten Krieg, heißen kann Abschottung, sondern die Antwort aus dem Systemwettbewerb muss auch sein, dass wir selbstbewusst davon ausgehen, dass wir unsere Maßstäbe setzen können, ohne die totale Abschottung zu proklamieren. Das ist jedenfalls mein Angang, meine Damen und Herren. All das wird Europa natürlich nur können, wenn es wirtschaftlich stark ist. Die wirtschaftliche Stärke von Europa hängt ganz wesentlich mit der deutschen wirtschaftlichen Stärke zusammen. Da sind wir dann auch bei dem, was hier im Wesentlichen in dieser Woche debattiert wird. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben in den letzten 20 Monaten als Bundesregierung vieles auf den Weg gebracht. Wir haben das in der Halbzeitbilanz niedergelegt. Und ich glaube, wir haben vor allen Dingen wirklich wichtige Dinge getan, die auch gerade in einer Zeit des konjunkturellen Abschwungs durch weltweite Entwicklungen, durch zyklische Entwicklungen etwas dagegen setzen. Und das ist ein robuster Binnenkonsum. Ich will das hier nicht alles wiederholen. Kindergeld, Kinderfreibeträge, Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung, Abbau des Solis, Verbesserungen in der Krankenversicherung, in der Pflegeversicherung, Mindestlohnerhöhungen, Rentenplus, Mütterrente. Wir haben die Grundrente, etwas ganz Wichtiges, jetzt geeint in den Eckpunkten und werden das gesetzlich umsetzen. Wir haben eine Mindestausbildungsvergütung. Und eine der wichtigsten Sachen finde ich, dass gerade in den Berufen, in den Frauen vor allen Dingen, aber vor allen Dingen Menschen mit Menschen arbeiten, es endlich auch kein Schulgeld mehr gezahlt werden muss, sondern eine Ausbildungsvergütung gibt. Das ist eigentlich ein Anachronismus, dass das 70 Jahre Bundesrepublik nicht geschafft wurde. Hätte man auch schon vor der Deutschen Einheit schaffen können. Und wir haben auf eine der wesentlichen Fragen der deutschen Wirtschaft eine Antwort gegeben, nämlich ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Und wir werden die Funktionalität dieses Fachkräfteeinwanderungsgesetzes im Dezember nochmal auf einem Gipfel im Kanzleramt diskutieren, damit wir hier auch wirklich auf eine der großen Herausforderungen der deutschen Wirtschaft eine richtige Antwort geben können. Wir haben die innere Sicherheit massiv verbessert. Wir haben Migration gesteuert und geordnet. Wir haben vieles für die Integration getan. Und meine Damen und Herren, wir stehen relativ robust da. Der Haushalt ist auf Rekordniveau. Wir werden im nächsten Jahr das Maastricht-Kriterium der Schuldenquote von 60 Prozent unterschreiten. Und ich will an dieser Stelle nochmal sagen, dass hier in diesem Hause immer so abfällig über einen ausgeglichenen Haushalt gesprochen wird. Das wundert mich. Ja, es gibt Menschen, die sprechen in diesem Hause abfällig davon. Und ich muss wirklich sagen, wenn man in Zeiten so niedriger Zinsen, und Olaf Scholz hat das gestern dargestellt, glaubt, man müsste auch noch Schulden machen. Was will man dann eigentlich in Zeiten machen, in denen die Zinsen wieder normal sind und schreit? Wie viele Schulden will man dann machen? Und es kann ja nun ärzhafterweise nicht sein, wir haben einen Haushalt auf Investitionshoch. Wir hatten noch nie so hohe Investitionen im Haushalt. Wir haben durch das Klimapaket nochmal viele Investitionen draufgelegt. Man kann doch nicht Investitionen erst gut finden, wenn sie Schulden verursachen. Ein ordentlicher Haushalt heißt doch Investitionen in einem ausgeglichenen Haushalt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Alles andere ist doch so. Wir haben allerdings, und da sind wir vielleicht in der Koalition noch ein bisschen unterschiedlicher Meinung, zumindest mittelfristig, schon noch die Aufgabe, die Bedingungen für die deutsche Wirtschaft den internationalen Rahmen anzupassen. Und das bedeutet auf der einen Seite, da kriegen wir ja vielleicht auch noch was hin, dass wir für Personengesellschaften und Körperschaften ähnliche steuerliche Verhältnisse haben. Aber wir werden ab dem Jahr 2020 das Land in Europa sein mit den höchsten Unternehmenssteuern. Und Frankreich wird seine Unternehmenssteuern, die liegen heute noch über dem Durchschnitt von, ähm, über dem Schnitt von uns, sukzessive auf 25 Prozent senken. Die Amerikaner haben massiv gesenkt. Portugal ist vielleicht noch bei uns in der Nähe. Niederlande wird jetzt auch eine Unternehmenssteuerreform machen. Das heißt, mittelfristig müssen wir uns das, glaube ich, anschauen, wenngleich wir auch andere Themen haben, die für die deutsche Wirtschaft mindestens von so großer Wichtigkeit sind. Und deshalb möchte ich mich auf zwei Dinge konzentrieren heute, von denen ich glaube, dass Sie darüber entscheiden, ob die deutsche Wirtschaft und ob damit die Arbeitsplätze und der Wohlstand bei uns erhalten bleiben können, von entscheidender Wichtigkeit sind. Das ist einmal, wie begegnen wir dem Klimawandel? Welche Antworten finden wir darauf? Und wie schaffen wir die Transformation unserer Wirtschaft? Und hier, liebe Kolleginnen und Kollegen, hat die Bundesregierung ein ambitioniertes Paket vorgelegt. Es wird darüber diskutiert, ob die Einstiegspreise zu hoch oder zu niedrig sind. Es wird darüber diskutiert, ob die Pendlerpauschale überkompensiert oder nicht. Aber im Grunde gibt es doch in weiten Teilen dieses Hauses keinen Zweifel daran, dass der Maßnahmenrahmen richtig gewählt ist. Und darüber werden wir jetzt ja auch im Bundesrat sprechen. Und ich kann uns nur allen raten, dass wir vernünftige Lösungen dafür finden. Denn die Zeit drängt. Wir werden ab Anfang der 20er Jahre klare Budgets haben, die wir einhalten müssen an CO2-Emissionen. Und wenn wir die überschreiten, müssen wir massive Strafzahlungen machen. Oder aber wir müssen dazu verpflichtet, Jahr für Jahr und nicht irgendwann unsere Ziele einzuhalten. Und deshalb müssen wir schnell mit der Transformation beginnen. Und ich glaube, da haben wir richtige Dinge auf den Weg gebracht. Und deshalb hoffe ich, dass wir im Bundesrat dann auch bis zum Jahresende die entsprechenden Lösungen finden. Wir als Koalition sind jedenfalls dazu bereit. Wir haben des Weiteren etwas gemacht, was ein massiver Schritt ist. Nämlich wir haben beschlossen mit einer Kommission, wann wir aus der Kohle spätestens aus der Kohleverstromung austreten, wann wir sie nicht mehr als Energiequelle haben werden. Das schafft Berechenbarkeit. Dazu gibt es die entsprechenden Gesetze. Und meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, den meisten in diesem Hause ist, glaube ich, klar, dass wenn ein Land wie Deutschland ein Prozent der Weltbevölkerung stellt und zwei Prozent der CO2-Emissionen verursacht und über die besten Technologien verfügt. Wer, wenn nicht wir, soll denn zeigen, dass es geht, dass man dem Klimawandel etwas entgegensetzen kann, meine Damen und Herren. Das ist doch die Aufgabe. Und natürlich werden uns auf diesem Weg immer wieder Schwierigkeiten begegnen. Wie kann denn das anders sein? Wir werden aus der Kernenergie aussteigen. Wir steigen aus der Kohleenergie aus, aus der Kohleverstromung aus. Und wir müssen Gas als Brückentechnologie im Übrigen etablieren. Deshalb finde ich es auch eher schwierig, dass die Europäische Bank jetzt entschieden hat, Gastechnologien überhaupt nicht mehr als Brückentechnologie aufzufinanzieren. Das, glaube ich, ist nicht richtig. Aber wir werden natürlich auch weiter Schwierigkeiten haben, wie wir den Ausbau erneuerbarer Energien gestalten. Und da wird es um den Zusammenhalt unseres Landes gehen, meine Damen und Herren. Da wird es nicht reichen, wenn die Menschen in der Stadt den Menschen auf dem Land erklären, wie das mit dem Windkraftausbau sein kann. Und wir sehen ja, dass wir Spaltungen haben. Wir haben es ja gestern auch bei der Demonstration der Landwirte gesehen. Was wir im Augenblick haben, ist die Gefahr, und die ist nicht nur in Deutschland, das ist überhaupt kein besonderes Problem, sondern die gibt es überall, ist die Gefahr, dass die Lebenswelten von Menschen, die in der Stadt leben und Menschen, die auf dem Lande leben, unterschiedlich ist, mit völlig unterschiedlichen Problemen. Und wenn wir als Politik nicht denen in der Stadt helfen, die keine bezahlbare Wohnung bekommt, und auf dem Lande nicht denen helfen, die darüber sprechen, was sie eigentlich vom Ausbau der Windenergie haben, außer eine 220 Meter hohe Windmühle neben sich, dann werden wir das nicht schaffen. Aber wir können das schaffen, wenn wir den Zusammenhalt dieses Landes vorhanden. Und deshalb werde ich mich nächsten Montag mit den Verbänden der Bauern treffen und werde ihnen natürlich sagen, dass sie auf die neuen Zeiten Antworten finden müssen. Und wenn wir über Jahre die Düngeverordnung nicht einhalten, dann kann ich jetzt auch nicht sagen, ach Leute, jetzt gibt es noch drei Jahre dazu. Das wird nicht klappen. Aber was wir den Menschen, die morgens aufstehen und abends später ins Bett gehen, die im Sommer dann noch arbeiten, wenn wir alle beim kühlen Bier sitzen, was wir denen sagen können, ist, dass wir ihrer Arbeit achten und dass unsere Aussagen, wir wollen regionale Produkte essen, nicht Schall und Rauch sind, sondern dass die ernst gemeint sind, und dass wir heimische Lebensmittel wollen und eine starke Landwirtschaft. Das können wir und müssen wir unseren Bauern sagen. Und genauso müssen wir über den Ausbau der Windenergie sprechen. Wir haben den Solardeckel jetzt aufgehoben. Wir haben den Ausbau auf See erhöht. Aber wir werden auch Windausbau am Lande brauchen. Und jetzt findet doch dort auch eine Diskussion statt, als lägen Welten zwischen uns. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie wissen doch, dass in den allermeisten Bundesländern Abstandsregeln von 1 000 Meter herrschen. Und vielleicht hätten wir gar keine Bundesregelung gebraucht, wenn alle Länder, zum Beispiel Brandenburg, schon so schlau gewesen wären, bevor sie eine Koalition mit den Grünen gemacht hätten, und nicht erst nachher, nachdem die Koalitionsverhandlungen auch die 1 000 Meter verhandelt haben. Und jetzt reden wir nur noch über einen einzigen Bereich. Und das sind die Splitterbereiche, bei denen man nur fragen kann, beginnen die bei sieben Häusern oder bei 30 Häusern? Das ist der Unterschied zwischen der Bundesumweltministerin und dem Bundeswirtschaftsminister. Und nachdem wir die Grundrente geschafft haben zu einigen, meine Damen und Herren, sage ich Ihnen voraus, wir werden auch da eine Einigung finden. Und die 1 000 Meter sind in den allermeisten Bundesländern Deutschlands die Norm, meine Damen und Herren. Und wir haben ein weiteres großes Thema. Das ist die Transformation in der Automobilindustrie. Und diese Transformation, wir haben es gestern gehört, Audi, Stellenabbau, die Transformation in der Automobilindustrie. Denn die Mobilität wird sich wandeln. Und schon Kaiser Wilhelm hat gedacht, dass das Pferd wieder zurückkam, als er das erste Auto gesehen hat. Der hat sich geirrt und auch Sie werden sich irren. Es wird eine völlig neue Mobilität geben, meine Damen und Herren. Mit autonomen Fahren, alternativen Antrieben und anderen Eigentumsverhältnissen, als wir das heute kennen. Das wird Jahre dauern, aber es wird gut sein, wenn die Politik hilft. Wir als Bundesregierung haben hier einen strukturierten Dialog mit der Automobilindustrie. Wir werden die Ladeinfrastruktur ausbauen. Und wir werden helfen durch Kaufprämien, dass wir die Einführung der neuen Antriebstechnologien auch unterstützen können. Wir setzen nicht auf eine Technologie. Aber, meine Damen und Herren, wir nehmen ernst, wenn uns die Automobilindustrie für den Pkw-Bereich, nicht für den Lkw-Bereich, nicht für den Zugbereich, sagt, dass für die absehbare Zeit Elektromobilität jetzt erstmal die Technologie der Wahl ist. Und wir werden die Menschen dazu bringen, alternative Antriebsautos zu kaufen, wenn die entsprechende Ladeinfrastruktur da ist. Und deshalb ist es richtig, dass Bund, Länder und Kommunen hier zusammenarbeiten und da Vertrauen für die Menschen schaffen. Und, meine Damen und Herren und liebe Kolleginnen und Kollegen, die zweite große Aufgabe ist, wie wir die Transformation im Zuge der Digitalisierung schaffen. Hier hatte die Bundesregierung eine Klausurtagung, bei der wir wichtige Entscheidungen getroffen haben. Einmal geht es natürlich um den Ausbau der Infrastruktur. Wir haben eine Mobilfunkstrategie entwickelt, wie wir den Mobilfunk ausrollen, und zwar flächendeckend. Denn wir akzeptieren, dass weiße Flecken für die Menschen nicht akzeptabel sind, gerade in den ländlichen Räumen. Wir haben eine klare Strategie für den Ausbau von 5G. Die Auflagen bei der Versteigerung der Frequenzen sind auch sehr hart. Danke da auch den Kollegen aus dem Bundestag, die uns da auch sehr an die Kadarre genommen haben als Regierung. Und wir werden natürlich auch den Glasfaserausbau voranbringen. Aber viel, viel wichtig, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist, dass wir verstehen, dass der neue Rohstoff die Daten sind. Die Bundesregierung hat jetzt auf der Grundlage auch der Ethikkommission für Daten einen Eckpunkt für eine Datenstrategie festgelegt, die wir im Frühjahr verabschieden werden. Aber ich habe den Eindruck, dass bei uns, da will ich gar nichts sagen, die Bedeutung schon klar ist, bei den großen Unternehmen auch, aber dass im deutschen Mittelstand die Bedeutung dessen, was durch das Wesen der Daten als neuer Rohstoff entstanden ist, noch nicht ausreichend da ist. Und deshalb unterstütze ich das, was Peter Altmaier vorgeschlagen hat, nämlich als Politik, was ja schon etwas seltsam ist, mit daran zu arbeiten, dass wir eine Plattform entwickeln, auf der Daten verarbeitet werden können, dass wir das nicht nur in Deutschland machen, sondern möglichst mit Frankreich zusammen und europaweit. Und dass verstanden wird, dass es nicht nur darum geht, dass ich meine Daten kenne. Deutschland hat Industrie 4.0 mit als erstes Land nach vorne gebracht. Die Digitalisierung der eigenen Produktion, das ist der erste Schritt. Aber der zweite Schritt ist die Vernetzung aller denkbaren Menschen, aber vor allen Dingen auch Gegenstände auf der Welt mit völlig neuen Möglichkeiten, Erkenntnisse zu gewinnen. Und das muss in der Gesundheit passieren, das muss im Umweltschutz passieren, aber das muss auch für neue Wirtschaftsmodelle passieren. Und je schneller wir das akzeptieren, umso besser ist es. Das bedeutet aber als erstes Mal, dass ich alles digitalisiert vorhanden habe, dass ich weiß, was ich nicht habe. Wir sind dafür, und ich gucke gerade Nadine Schön an, dass wir das auch möglichst im offenen, im Open Data Bereich machen, als Open Source, dass das durchschaubar ist. Aber meine Damen und Herren, dass man daraus neue Produkte machen kann, dafür brauchen wir noch einen Kulturwandel in Deutschland, der versteht, dass das dringlich ist. Und ich habe den Eindruck, dass wir da viel, viel zu langsam sind und dass wir sozusagen als Abgeordnete die Botschafter sein sollten, verschlaft diese Zeit nicht, sonst werden Wertschöpfungsmodelle uns vorbeigehen. Und wir werden zur verlängerten Werkbank. Das ist meine ganz große Sorge. Aber ich glaube, als Bundesregierung sind wir jetzt auf dem richtigen Weg. Und meine Damen und Herren, wir müssen führend dann in KI sein, in der künstlichen Intelligenz, in den Algorithmen, die mit diesen Daten arbeiten. Da haben wir glücklicherweise fünf Forschungszentren, die werden unterstützt. Da müssen Bund und Länder gut zusammenarbeiten. Ich unterstütze sehr die Strategie von Bayern, die eine extra nochmal zusätzliche Strategie gemacht haben, die mit der Bundesstrategie bestens zusammenpasst. Ich weiß, dass auch in anderen Bundesländern viel passiert. Und das ist gut. Hiervon und von dem Klimawandel wird weit mehr als von anderen Dingen abhängen, ob wir in zehn oder zwanzig Jahren noch ein führender Industriestandort sind oder nicht. Und die Weichen dafür werden heute gestellt, meine Damen und Herren. Wirtschaft, soziale Marktwirtschaft, unser Gesellschaftsmodell, das in die neue Zeit zu tragen, das verstehen wir als Aufgabe der Bundesregierung. Aber wir sehen, dass die vielen Veränderungen, die dramatischen Veränderungen auf der Welt auch zu großen Friktionen in unserer Gesellschaft führen. Und so gut wie das Internet und so gut wie die digitalen Möglichkeiten sind. So viel Gefahren beergen Sie natürlich auch, das war bei jeder neuen Technologie so. Und deshalb ist es auch gut, dass im Augenblick in Berlin das große Internationale Internet Governmental Forum der UN tagt, das sich auch gerade mit solchen Fragen beschäftigt. Und wir müssen konstatieren, obwohl es uns wirtschaftlich sehr gut geht, obwohl die Lohnsteigerungen für viele Menschen da sind, obwohl wir mehr Beschäftigte haben, sozialversicherungspflichtig und Erwerbstätige insgesamt als wir jemals hatten. Gibt es in unserer Gesellschaft Friktionen, die uns unruhig stimmen müssen? Und der Mord an Lübcke, die Vorgänge in Halle, sie alle rütteln uns auf und fragen, was ist in unserer Gesellschaft los? Und das nach 70 Jahren Grundgesetz. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das bedeutet Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit in unserem Land ist gegeben. Und all die, die dauernd behaupten, sie durften nicht mehr ihre Meinung sagen, denen muss sie einfach sagen, wer seine Meinung sagt und wenn sie prononciert ist, der muss damit leben, dass es Widerspruch gibt. Es gibt keine Meinungsfreiheit zum Nulltarif, das alle zustimmen. Aber die Meinungsfreiheit kennt Grenzen. Und die beginnen da, wo gehetzt wird, da wo Hass verbreitet wird. Die beginnen da, wo die Würde anderer Menschen verletzt wird. Und dagegen werden und müssen wir uns stellen in diesem Hause. Und das werden wir auch hinbekommen, meine Damen und Herren. Denn sonst ist diese Gesellschaft nicht mehr das, was sie glauben. Und so sage ich Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, haben Sie hoffentlich gemerkt, wir haben viel zu tun. Wir haben sehr viel angefangen. Aber vieles muss noch weitergemacht werden. Deshalb finde ich, wir sollten die Legislaturperiode lang weiterarbeiten. Meine persönliche Meinung. Ich bin dabei. Herzlichen Dank. Schön, wenn Sie es aufgeben. Jetzt erteile ich das Wort dem Fraktionsvorsitzenden der FDP, Christian Lindner. Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Frau Bundeskanzlerin hat ihre Rede geschlossen mit einem optimistisch-humoristischen Gruß an ihren Koalitionspartner. Begonnen hat sie mit einem außenpolitischen Schwerpunkt. Das ist auch nachvollziehbar, Frau Bundeskanzlerin. Denn einer unserer engsten Verbündeten fordert unser Land ja heute in einem Zeitungsinterview bei BILD dazu auf, unsere Führungsrolle wahrzunehmen. Insofern nachvollziehbar, dass Sie hier einen außenpolitischen Schwerpunkt setzen. Aber wir hätten dann erwartet, dass Sie auch die großen Linien aufzeigen, dass Sie nicht im Klein-Klein verbleiben. Sie haben zu Recht gesagt, es muss eine europäische Antwort auf die Herausforderung China geben. Ja, aber bitte, welche Antwort denn dann? Es reicht dann nicht, nur Fragen aufzuwerfen. Wir hätten erwartet, Frau Bundeskanzlerin, wir hätten erwartet, wenn Sie über Krisenregionen sprechen, dass Sie persönlich Stellung beziehen, wo Sie eigentlich politisch stehen in der Frage Nordsyrien. Stehen Sie an der Seite der Bundesverteidigungsministerin, die eine strategische Initiative ergriffen hat, oder an der Seite des Bundesaußenministers Maas, der in Ankara die Uneinigkeit der deutschen Bundesregierung auf internationaler Bühne dokumentiert hat. Und wenn Sie Ihre Rede, Frau Bundeskanzlerin, hier zum Anlass nehmen, 70 Jahre NATO zu würdigen, dann hätten wir ein ganz klares Bekenntnis auch zur transatlantischen Partnerschaft erwartet. Der Bundeswirtschaftsminister hat eine unglaubliche Entgleisung in den letzten Tagen ja politisch sich geleistet. Die Entgleisung, nämlich die Vereinigten Staaten von Amerika mit der Volksrepublik China in einem Satz zu sagen, Sie hätten das hier heute aus der Welt schaffen müssen, Frau Bundeskanzlerin. Bemerkenswert ist nun, worüber Sie dann allerdings nicht gesprochen haben. Also ein großer Schwerpunkt Außenpolitik, aber worüber haben Sie nicht gesprochen oder nur sehr kurz. Sie haben nicht darüber gesprochen, dass die deutsche Wirtschaft nicht mehr wächst. 0,1 Prozent. Wir sind ganz hinten in der Europäischen Union. Es gibt keinerlei Wachstumsdynamik mehr bei uns. Gerade mal knapp viereinhalb Minuten haben Sie auf die wirtschaftliche Lage im engeren Sinne verwendet, Frau Bundeskanzlerin. Viereinhalb Minuten zu einer der wesentlichen Grundfragen der nächsten Jahre hier in diesem Land. Ich kann nur sagen, wer die Wirtschaft links liegen lässt, darf sich irgendwann über Probleme von rechts nicht wundern. Nichts dazu. Sie haben allerdings dann angesprochen, 9 500 Arbeitsplätze, die bei Audi abgebaut werden. Das hat nicht nur etwas mit konjunkturellen Fragen zu tun, sondern das sind auch politische Entscheidungen, die dazu führen. Wir konzentrieren uns in Deutschland – Sie haben das hier unterstrichen – ganz einseitig nur auf die Elektromobilität, obwohl es Alternativen gibt. Wasserstoff fahre ich, synthetische Kraftstoffe, vieles mehr, was denkbar ist. Wir konzentrieren uns nur auf die Elektromobilität. Das führt natürlich zu einem massiven Abbau von Arbeitsplätzen in den Unternehmen, die auf Dieseltechnologie gesetzt haben. Sie haben dazu heute mehr oder weniger nichts gesagt, sondern das nur hingenommen. Der Bundesparteitag der CDU war da weiter. Dort gab es das klare Bekenntnis, in Deutschland hat auch der nicht-fossil betriebene Verbrennungsmotor als Spitzentechnologie eine Zukunft. Ich muss Ihnen sagen, die CDU gefällt mir besser als diese Bundesregierung. Ja, auch in anderen Fragen. Diese Bundesregierung geht ja schlafwandlerisch auf eine drohende Wirtschaftskrise, schlafwandlerisch auf einen Wirtschaftsabsturz zu. Aber ich sehe auf der anderen Seite, dass es durchaus ja andere Erkenntnisse gibt. Sie kündigen ein bisschen wachsweich an. Mittelfristig müsste man mal prüfen, da etwas bei den Unternehmenssteuern zu tun. Das ist auf einer Linie, die wir kennen. An Peter Altmaier als kommissarischen Finanzminister ist damals ja die vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags gescheitert an seinem Zahlengerüst und dem Unwillen. Aber der CDU-Bundesparteitag, da gab es klare Aussagen, zum 01.01.2020 den Soli für alle abzuschaffen und ihn nicht zu einer Strafsteuer für Mittelstand und Wirtschaft zu machen. Ich kann Ihnen nur sagen, bringen Sie das als Gesetzentwurf hier ein. Unsere Zustimmung ist Ihnen da sicher. Sie haben hier über die Bedeutung der Digitalpolitik gesprochen, Frau Bundeskanzlerin. In der Tat, auch da müssen wir Tempo aufnehmen, wenn wir auf Höhe der Zeit sein wollen. Das haben wir hier schon öfter besprochen. Damit wir Tempo aufnehmen, müssen wir weg aus der Praxis der Rohrpost, die es ja auch im Bundeskanzleramt noch gibt, sondern müssen hin zu modernen Verwaltungshandeln, zu einem Management der Transformation, Digitalisierung aus einer Hand. Dazu wäre es empfehlenswert, alle Kompetenzen und Ressourcen auch an einer Stelle in einem Digitalministerium zu bündeln. Bislang ist das an der Union gescheitert. Jetzt höre ich auf dem Bundesparteitag der CDU, also eigentlich bräuchte man ein Digitalministerium. Willkommen im Club. Und sogar der Chef des Bundeskanzleramtes sagt, wir brauchen ein Digitalministerium. Frau Bundeskanzlerin, lassen Sie der guten Erkenntnis doch einfach Taten folgen. Oder liegt es an der SPD? Will sich die SPD den ekligen Bonbon ans Revier kleben lassen, dass es an Ihnen scheitert, dass wir nicht ein zentrales Management der Digitalisierung bekommen. Also eigentlich sind doch alle außer den Grünen einer Meinung, wir brauchen so was. Ja, Sie haben eingerichtet ein Heimatministerium, weil Horst Seehofer in Bayern keine mehr hat. Was uns aber noch fehlt, ist ein Digitalministerium, damit Sie auch die Zukunftsfragen angehen. Also lassen Sie den guten Erkenntnissen Ihres Parteitags im Regierungshandeln Taten folgen. Zweites Thema, über das Sie nicht gesprochen haben, bin ich bei Horst Seehofer. Die Zahl der Baugenehmigungen in Deutschland ist eingebrochen. Die Wohnraumoffensive dieser Bundesregierung ist bereits gescheitert, bevor sie begonnen hat. Das ist eine der wesentlichen sozialen Fragen unserer Zeit. Und schon nach zwei Jahren sprechen alle Zahlen dagegen. Das hat Gründe. Ein Grund ist, dass die Baupolitik in dieser Bundesregierung nur dilatorisch behandelt wird. Bei den großen Branchenereignissen tritt der Bundesbauminister überhaupt gar nicht in Erscheinung. Es war möglicherweise ein organisatorischer Fehler, ein Riesenressort in und Bau überhaupt ins Leben zu rufen. Aber sei es drum, das sind Dinge, die hier in dieser Bundesregierung zu verantworten sind. Schwerwiegender wiegen landespolitische Entscheidungen, insbesondere hier in Berlin, die das Vertrauen von Menschen, die in Wohnraum investieren wollen, dabei sind, vollkommen zu zerstören. Der Mietendeckel hier in Berlin. Der Mietendeckel hier in Berlin. Rot-rot-grüner Mietendeckel in Berlin. Gute Sache, Dietmar Bartsch. Es sind hier in Berlin doch sofort Bauanträge zurückgezogen worden. Und nicht von irgendwelchen Heuschrecken, sondern ausgerechnet genossenschaftliche Wohnungsinitiativen ziehen in Berlin ihre Bauanträge zurück, weil sie sagen, es gibt hier keine Planungssicherheit mehr. Wir sind dabei, einen Eckpfeiler unserer Wirtschaftsordnung einzureißen durch eine rot-rot-grüne Politik. Das ist gut gemeint. Aber wir sehen inzwischen die Verheerungen. Uns fehlen 1,9 Millionen Wohnungen in Deutschland, 300 Milliarden Euro Investitionsvolumen. Woher soll das Geld kommen, wenn nicht von privaten Investoren? Es wird aber niemand in Wohnraum investieren, wenn er nicht sicher sein kann, dass sein Eigentum und die Verfügbarkeit darüber gesichert ist. Ich sehe vereinzelt Applaus bei den Kolleginnen und Kollegen der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Wenn Sie das so sehen, dann gehen Sie mit uns nach Karlsruhe und klagen gegen den Mietendeckel von Berlin. Eine herzliche Einladung. Nein, das hat nichts mit Lobbypartei zu tun, FDP. Und wenn, dann sind wir eine Lobby für bezahlbares Wohnen. Also ausgerechnet die Linkspartei. Ausgerechnet die Linkspartei, die 40 Jahre hat beweisen können, dass staatlich zentrierte Wohnungspolitik nicht sozial ist, sollte in dieser Frage Zurückhaltung üben. Denn in Deutschland West seit 1949 sind größte Herausforderungen, auch nach dem Zweiten Weltkrieg, inklusive der Integration in Wohnungsmarkt, Arbeitsmarkt von Vertriebenen gelungen, mit einer privaten marktwirtschaftlichen Wohnungsbaupolitik. Da brauchen wir uns also von Ihnen nicht belehren zu lassen. Drittes Thema, Frau Bundeskanzlerin. Drittes Thema, über das Sie nicht gesprochen haben. In der Vergangenheit haben Sie oft als Ziel ausgegeben, Deutschland müsse eine Bildungsrepublik werden. Und dieses Ziel ist vollkommen richtig. Das ist eine der gesellschaftspolitischen Schlüsselaufgaben, den fatalen Zusammenhang zwischen der Herkunft aus dem Elternhaus und dem beruflichen Weg in Deutschland zu entkoppeln. Das ist das Aufstiegsversprechen unseres Landes. Dass, egal wo du geboren bist, egal in welchem Stadtteil, unabhängig davon, wer deine Eltern sind und wo sie herkommen, dass du in Deutschland schon alle Chancen hast. Das gehört zu unserer Gesellschaftsordnung dazu. Deshalb Bildung ganz nach vorne zu setzen, das wäre sinnvoll und richtig im Sinne Ihres Ziels der Bildungsrepublik. Aber wie ist denn die traurige Realität? Der Nationale Bildungsrat, von Ihnen ins Schaufenster gestellt, der ist, bevor er überhaupt die Arbeit aufnehmen konnte, bereits gescheitert, weil Bayern und Baden-Württemberg, CSU und Grüne sich einer systematischen Zusammenarbeit der 16 Länder verweigern. Ich habe Verständnis dafür, dass Bayern und Baden-Württemberg bei den Bildungsstandards nicht auf das Niveau von Bremen kommen wollen. Für die Befürchtung habe ich Verständnis. Die Wahrheit ist aber, dass Bayern und Baden-Württemberg doch nicht in einem Wettbewerb mit Bremen stehen, sondern die Bundesrepublik Deutschland steht in einem Wettbewerb mit den USA und Asien. Und selbst Bayern hat im Vergleich zu den Spitzenreitern auf der Welt noch viel aufzuholen. Und deshalb brauchen wir mehr Vergleichbarkeit, mehr Mobilität und im Übrigen auch die gesamtstaatlichen Finanzierungsmöglichkeiten in der Bildung. Das ist keine Aufgabe mehr, die die schwächsten Glieder unseres Gemeinwesens, nämlich Kommunen und Länder, alleine stemmen können. Da wäre Engagement des Bundes gefordert. Ausweislich der Haushaltszahlen gibt es aber nicht mehr Engagement des Bundes in der Bildung, sondern bei Frau Karliczek werden 70 Millionen Euro sogar noch gekürzt im Haushaltsansatz. 70 Millionen Euro, die fehlen. Hier hätte man einen Schwerpunkt setzen müssen. Wir bräuchten nicht nur eine Exzellenzinitiative für die Hochschulen, sondern auch eine Exzellenzinitiative für die berufliche Bildung. Wir müssten nicht reden über das lebensbegleitende Lernen, wir müssten es finanzieren. Das wäre eine zukunftsweisende Politik. Und im Bildungsbereich, dabei ist es symptomatisch, dass Sie ihn gar nicht erwähnt haben, passiert leider nichts. Worüber Sie gesprochen haben, Frau Bundeskanzlerin, das waren die Bauernproteste vom gestrigen Tag. Damit haben Sie geschlossen. Und Sie haben hier freundliche Worte geäußert, die hätten Sie einmal gestern den Landwirten entgegenbringen sollen. Ja, das ist ein ernsthaftes Thema. Ich habe nämlich das Gefühl, ja, ich habe wirklich, also weil hier so manche so aufstehen, das ist irgendwie ein bisschen, da müssen wir aufpassen, eine Deformation professionell, um nicht zu sagen, eine Berufskrankheit hier im Deutschen Bundestag. Hier sprechen nämlich ganz viele über die Lebenswirklichkeit von Menschen, die sie in Wahrheit gar nicht kennen. Das ist ein ganz großes Problem. Ja, ganz, ganz, ganz viele tun das. Ich finde es bemerkenswert, ich meinte die Grünen, aber ein Kollege der Union fühlt Sie angesprochen. Das ist doch ein Problem, Frau Bundeskanzlerin. Wie da gesprochen wird, die brauchen keine Worte. Die haben das Gefühl, dass hier im Parlament über sie, über die berufliche Existenz entschieden wird, aus irgendeiner, wie soll ich sagen, moralischen Motivation heraus, ohne die tatsächliche berufliche Praxis und die wissenschaftliche Evidenz zu kennen. Und das macht die Leute wütend. Die haben das Gefühl, dass hier Stimmungen entscheiden und nicht Fakten. Und viele Menschen haben das Gefühl, vom Dieselfahrer bis hin zum Landwirt, dass hier im Deutschen Bundestag den Menschen der Respekt versagt wird vor der Art, wie sie leben und wie sie wirtschaften. Und das ist ein Grundproblem, Frau Bundeskanzlerin, der Politik der vergangenen Jahre. Das ist ein Grundproblem der Politik der vergangenen Jahre. Das zeigt sich bei jeder Form der Bürokratisierung. Und jetzt komme ich zum Schluss, weil Sie sich hier so aufregen, weil Sie sich hier... Ja, dann ist ja ordentlich Leben hier in der Bude. Aber dann komme ich mal, dann komme ich mal, komme ich tatsächlich zum Ende der Ausführungen. Aber kann ich Ihnen da nicht ersparen. Weil es gibt ein Symptom, man kümmert sich nicht um die wirklich wichtigen Fragen. Die Situation der Wirtschaft spielt keine Rolle. Und es gibt ein Klima des Misstrauens und der Bevormundung, das von der Regierung ausgeht. Und wissen Sie, was dafür das Symptom ist? Die wesentliche wirtschaftspolitische Maßnahme des Jahres 2020 ist ausgerechnet die Einführung einer Bonpflicht. Weil man glaubt, dass wenn beim Bäcker die Kaffeetasse ausgegeben wird, dass da Steuerhinterziehung betrieben wird. Und das ist symptomatisch. Bürokratismus, viele Kosten, Misstrauen ohne einen wirklichen Nutzen dafür, dass unser Land vorankommt, leider symptomatisch für die Art, wie hier regiert wird. Jetzt erteile ich das Wort dem Fraktionsvorsitzenden der SPD, Dr. Rolf Mützenich. Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Jede Zeit will Ihre eigenen Antworten. Ein Haushalt ist deshalb nicht allein eine Aneinanderreihung von Zahlen, sondern die Klärung wichtiger Zukunftsfragen. Und zugleich müssen die Entscheidungen an den eigenen Überzeugungen sich messen lassen. Meine Fraktion ist in diese Beratung mit einem klaren Kompass gegangen. Wir wollen, dass es gerecht zugeht. Wir begegnen den Menschen mit Respekt und nehmen ihre Sorgen ernst. Wir wollen ein Ringen um die besten politischen Lösungen. Und wir streiten für den Erhalt und die Stärkung unserer Demokratie und wenden uns gegen Ausgrenzung, Hass und Gewalttaten, gerade in diesen Zeiten, die immer mehr verroht werden, meine Damen und Herren. Und alles das, das ist die Überzeugung von Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, alles das können wir nur mit einem starken sozialen und demokratischen Staat bewirken. Und ich finde aus dieser Mitte des Bundestages dieser Stolz, der sich auf diese deutsche Geschichte auch bezieht, ist doch auch ein Ausrufezeichen an die Tendenzen in der internationalen Politik, wo der Staat immer mehr als ungerecht, als einschüchternd wahrgenommen wird. Und ich finde, wir können doch stolz sein, wenn woanders sich Menschen das Vorbild nehmen, was auch gerade in Europa, in den westlichen Demokratien im Grunde genommen verinnerlicht wurde, in der Geschichte, dass sie nämlich mit einem Stolz und letztlich eben auch mit der Überzeugung wie zum Beispiel in Hongkong einem solchen Staat auch die Stirn bieten und wählen gehen und im Grunde genommen für eine friedliche Veränderung ihrer Gesellschaft eintreten, das ist etwas, wo wir hier aus Deutschland, aus Europa heraus sagen müssen, ja, dieser Weg ist richtig und wir wollen ihn auch unterstützen, meine Damen und Herren. Natürlich behauptet jede Generation von sich in einem besonderen Moment Verantwortung übernommen zu haben. Aber ich finde, wir sollten etwas bescheidener sein und die Behauptung verliert an Urteilskraft, wenn wir uns alleine die Geschichte unseres Hauses hier, indem wir streiten, indem wir Politik machen, indem wir Entscheidungen machen, dass wir im Grunde genommen vor diesem Hintergrund uns vielleicht mal etwas auch zurücknehmen. Das sind die Inschriften der sowjetischen Soldaten, die Mauer, die auch dieses Haus teilte, die Flucht und Gewalt ochte ringsherum. Und meine Fraktion betritt jedes Mal, wenn sie zur Fraktionssitzung sich zusammenfindet, den Fraktionssaal an den Namen der Mitglieder der sozialdemokratischen Reichstagsfraktionen, die an diesem Ort gegen das Ermächtigungsgesetz gestimmt haben. Und dennoch, meine Damen und Herren, auch wenn manches, was wir immer wieder behaupten, eine ganz große Aufgabe ist, ja, wir spüren alle, dass die Veränderungen groß sind. Die internationale Lage, Frau Bundeskanzlerin, auf die Sie hingewiesen haben, die Erschütterung festgeglaubter Werte, die Beschleunigung vieler Lebensbereiche und doch ausdrücklich auch die Klimaveränderungen, ohne denen sich in der internationalen Politik manche internationale Entwicklung, die zu diesen Krisen auch führen, gar nicht erklären lässt, alles das sind die Herausforderungen, die wir angehen müssen. Und deswegen sorgen sich die Menschen zu Recht. Und unsere Antwort ist, wir brauchen diesen sozialen, diesen gerechten, aber letztlich auch diesen starken Staat, damit er eben auch die Menschen begleitet auf den Veränderungen. Und das ist etwas, wofür auch meine Fraktion in den Haushaltsberatungen angetreten ist. Da ist der Umbau der Arbeitsgesellschaft. Und Kollege Gauland, es ist nicht sozusagen irgendeine Erfindung, die hier gemacht worden ist, sondern es ist die Reaktion der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, der Unternehmenschef, die eben sagen, unsere Industrie überlebt diesen Wandel nicht, wenn wir uns dem nicht stellen, wenn wir zu klimaneutralen Produktionsabläufen kommen wollen und die Digitalisierung der Arbeit auch aufnehmen. Das ist eine Situation, in der sich viele Betriebsvereinbarungen gefunden haben. Und die Autoindustrie ist in aller Munde. Aber auch die Chemieindustrie. Und hier haben gestern die Bauern demonstriert. Natürlich auch die Landwirtschaft, die die Digitalisierung ja auch mitbetreibt. Und ich finde, Sie müssen sich auf einen Staat verlassen können, der eben auch investiert, der eben auch die Rahmenbedingungen dafür schafft. Und genau das haben wir mit einer großen, aber auch realistischen Summe in diesem Haushalt 2020 verankert. Im Bildungsbereich, in der Forschung, für die Infrastruktur, für den Breitbandausbau, für die klimaneutrale Mobilität im Schienenverkehr und im öffentlichen Personennahverkehr. Und ich glaube, das ist richtig. Dafür brauchen wir den sozialen, dafür brauchen wir den starken und den demokratischen Staat. Aber ich finde, wir müssen genauso deutlich machen, dass sich auch die Risiken, die sich daran ergeben, dass wir über das Ziel hinausschießen, genauso bedacht werden muss. Wir setzen auf klimaneutrale Produktion, wir setzen auf klimaneutrale Mobilität. Aber dann darf diese Mobilität nicht an den ländlichen Regionen vorbeifahren, sondern dort muss auch der Zug halten, wenn wir etwas wollen, wenn wir die Menschen mitnehmen wollen. Und genau das ist, was Sozialdemokraten und Sozialdemokraten wollen. Und der zweite Aspekt, meine Damen und Herren, wir brauchen einen Staat, der nicht nur investiert, sondern wir brauchen auch einen Staat und ein Parlament. Und davon wollen wir Sozialdemokraten und Sozialdemokraten unseren Beitrag leisten. Eben neue Schutzrechte auch verankert vor dem Hintergrund dieser neuen wirtschaftlichen und sozialen Situation. Und wir machen uns Sorgen, meine Damen und Herren, um die Kolleginnen und Kollegen, wenn es um ihre Gesundheit geht. Deswegen glaube ich, brauchen wir auch hier eine Diskussion darüber, was ist den Menschen zumutbar in diesen strukturierten Prozessen des Umbaus, der Digitalisierung und neuer Produktionsabläufe und genauso die Arbeitszeit. Aber ich finde auch, wir müssen uns Gedanken darüber machen und Entscheidungen treffen, wie schaffen wir eine Vertretung der Beschäftigten, dass nämlich die Vereinzelung, die ja auch mehr und mehr durch diese neuen Arbeitsabläufe entsteht, trotzdem eine kollektive Vertretung in den Gewerkschaften findet. Das ist wichtig für den sozialen Staat Bundesrepublik Deutschland. Und wenn ich sage, wir brauchen diesen starken, diesen investierenden Staat, so bin ich froh, dass wir über ein Strukturstärkungsgesetz für die Kohleregionen sprechen, die 40 Milliarden Euro auf dem Weg zu dieser Umstellung auch mit in die Hand nimmt, für die nächsten Jahre. Weil es ist doch das, was Politik in westlichen Demokratien auch so attraktiv machen kann, dass wir nämlich auch aus den Fehlern lernen, als es bereits Regionen gegeben hat in den 60er und 70er Jahren, die Strukturumbrüche hatten. Und jetzt nimmt sich dieser Staat eben auch die Möglichkeiten, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dabei zu begleiten. Und deswegen ist zum Zweiten, und das sage ich auch dem Wirtschaftsminister, das Kohleausstiegsgesetz nur zusammen auch mit dem Strukturstärkungsgesetz zu denken und letztlich auch zu verabschieden. Und darauf werden auch Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten bestehen. Und meine Damen und Herren, wenn wir über den Haushalt 2020 sprechen, dann zeigt sich, dass wir hier einsteigen in ein ambitioniertes Klimaschutzprogramm bis 2030, sieben Milliarden Euro allein für die energetische Gebäudesanierung, zum Heizungsaustausch, die Ladesäuleninfrastruktur und die Batterie- und Wasserstoffforschung, alles das sind nur einzelne Bereiche, die ich hier nennen kann, die wichtig sind. Aber, meine Damen und Herren, meine Fraktion wird nie die Menschen vergessen, die auf der Strecke, obwohl es so viel Arbeit, so viele unbesetzte Stellen gibt, eben doch nicht die Chance haben, in Arbeit zu kommen. Wir kümmern uns um die Wohnungssuchenden. Wir wollen, dass die Menschen, die sich allein gelassen fühlen, die eben von ihrer Rente nicht leben können, mitgenommen werden. Auch das ist in diesem Haushaltsjahr entschieden worden. Und ich bin stolz, dass wir zehn Milliarden Euro in die Hand nehmen für Menschen, Langzeitarbeitslose, die doch einen sozialen Arbeitsmarkt brauchen. Wie umstritten war das immer hier im Haus gewesen. Das ist wichtig. Und wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten haben uns eben angenommen und das in dieser Koalition auch durchgesetzt, meine Damen und Herren. Und genauso betrifft das den sozialen Wohnungsbau ohne die Begrenzung der Mietpreisbremse überhaupt nicht denkbar ist. Wir reden doch nicht nur sozusagen über Ordnungsrecht, über Gesetze, die wir dort erlassen, sondern wir wollen auch Angebote schaffen über die Bereitstellung für den sozialen Wohnungsbau. Und ich finde es ist gut, dass der Bund fünf Milliarden Euro in die Hand genommen hat. Und insbesondere, dass er Liegenschaften, die dem Bund gehört, den Kommunen für preiswerteres Geld eben auch abtritt. Das muss zusammengedacht werden. Und das ist die richtige Richtung, in der auch diese Herausforderung für die Menschen beantwortet werden können. Genauso eine Milliarde Euro für die Ganztagsbetreuung. Und der eben dann auch die Möglichkeit schafft, die Ganztagsbetreuung bis 2025 ebenso sicher zu machen. Und dann, meine Damen und Herren, liebe Frau Bundeskanzlerin, Sie haben ja durchaus respektabel von vielen Ergebnissen, die diese Koalition bisher erreicht hat, gesprochen. Und mit großem Engagement, mit großem Impetus haben Sie von der Mindestausbildungsvergütung gesprochen. Ich kann mich nur daran erinnern in den Koalitionsverhandlungen, wie umstritten das zwischen unseren Parteien gewesen war. Und wie wir Ihre Bildungsministerin zurückrufen mussten. Aber ich gönne Ihnen das, weil Sie haben in Dortmund gesagt, der Mindestlohn ist sozusagen meine Empfindung. Und jetzt behaupten Sie das von der Mindestausbildungsvergütung. Aber die Menschen wissen draußen, wer es auf den Weg gebracht hat. Und das sind die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. Und zum Zweiten. Auch das sage ich sehr selbstbewusst. Ich danke den Kolleginnen und Kollegen in der Unionsfraktion. Das war kein Leichtes, was wir auf den Weg gebracht haben, nämlich die Grundrente. Wir sind von unterschiedlichen Wegen aus gekommen. Und wir haben auch weiterhin prinzipielle Unterschiede. Ich habe es persönlich in den Verhandlungen gemerkt. Sie haben das sehr stark auf die Bedürftigkeit, im Grunde genommen auf Sozialleistung gebracht. Aber wir, wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten haben einen Rechtsanspruch für die Menschen schaffen wollen. Und wir haben uns durchgesetzt, die 35 Jahre lang in die Sozialversicherung eingezahlt haben. Und das ist auch der prinzipielle Unterschied, den wir weiter aufrechterhalten. Wir wollen, dass die Menschen sich verlassen können über Rechtsansprüche. Und das schafft die Grundrente, meine Damen und Herren. Und darauf sind wir stolz. Und ich weiß, Herr Kollege Brinkhaus, ich habe es aus der Bild-Zeitung erfahren, Sie haben einen Brief des Hauptgeschäftsführers der Arbeitgeberverbände bekommen. Überraschenderweise haben wir keinen Brief bekommen. Ich weiß auch nicht Ihre Antwort. Aber wenn ich einen Brief bekommen hätte, dann hätte ich ihm geantwortet, kümmern Sie sich nicht um die Grundrente, kümmern Sie sich um gute Löhne für gute Arbeit. Das wäre die bessere Antwort darauf gewesen. Und ich glaube, in diese Richtung sollten wir auch gehen. Meine Damen und Herren, die Bundeskanzlerin hat zu Recht ihre Rede in den Mittelpunkt, auch die der Außenpolitik gestellt. Und auch dieser Haushalt gibt eine verlässliche Antwort. Ich habe in diesem Bundestag meine Arbeit begonnen, als wir nie sicher waren, ob die humanitäre Hilfe für die Krisen, die es in der Welt gibt, überhaupt ausreicht. Wir haben das immer über Nachtragshaushalte dann korrigieren müssen. Heute nehmen wir 1,6 Milliarden Euro in die Hand und sagen damit den Vereinten Nationen, den Nichtregierungsorganisationen, wir lassen euch nicht alleine bei den humanitären Herausforderungen. Und ich finde, das ist ein gutes Ergebnis, was auch dieser Haushalt gegeben hat. Und das betrifft genauso die Entwicklungszusammenarbeit und die Krisenprävention. Und ja, wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten scheuen überhaupt nicht die Diskussion über Verantwortung. Das tut der Außenminister, das tut der Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit, wenn wir uns über Menschenrechte bestimmen. Aber Frau Bundeskanzlerin und an den Koalitionspartner gerichtet. Ihr Verantwortungsprinzip, und das habe ich in den letzten Wochen lernen müssen, erschöpft sich viel zu stark im Militärischen. Und ich finde, die Verteilungsministerin ist noch einen Schritt weitergegangen, was sich aus meiner Sicht aus einer verlässlichen deutschen Außen- und Sicherheitspolitik nie so ableiten lässt, auch nicht aus dem Grundgesetz aus unserer Verfassung. Sie haben in München an der Universität der Bundeswehr für eine raumgreifende Politik gesprochen. Sie wollen, dass die Bundeswehr im Indopazifik an der Seite Australiens, Neuseelands, Japan, die Volksrepublik China militärisch eindämmt. Welche Hybris ist das? Und ich glaube auch der falsche Weg, weil wir haben doch gemerkt, was der Kalte Krieg bedeutet hat. Wenn wir über Eindämmungspolitik gesprochen haben, sind die Kosten in die Höhe gegangen und sind die Verluste für die Menschen auf diesem Weg eben riesengroß gewesen. Und wir wollen nicht als sozialdemokratische Bundestagsfraktion dieses Streben nach militärischer Dominanz mitgehen, sondern wir wollen eine Dominanz in der Diplomatie, in der zivilen Auseinandersetzung mit den humanitären Krisen. Und ich glaube, dass das besser ist. Und deswegen, Frau Bundeskanzlerin, ich schätze auch die Diskussion bei der NATO, gerade auch die politische Diskussion, die Sie auch führen wollen. Und der NATO-Generalsekretär hat über den Weltraum gesprochen. Ich kann Ihnen nicht die Tagesordnung dahin mitgeben, aber es lohnt sich, glaube ich, auch aus einem Parlament, was immer für das Völkerrecht gestanden hat, nicht über die Militarisierung des Weltraums zu sprechen, sondern über das Weltraumrecht, was nämlich auch von Deutschland in den 60er und 70er Jahren mit vorangetrieben worden ist, dass wir nämlich die Militarisierung zurückdrängen wollen. Und das sind die Unterschiede. Wir wollen Diplomatie, wir wollen Abrüstung, wir wollen Völkerrecht und wir wollen Verlässlichkeit in den internationalen Beziehungen und nicht neue Debatten über Rüstungswettläufe auch mit befördern. Und deswegen will ich zum Schluss sagen, es ist ein Unterschied, Frau Bundeskanzlerin, ob man über Ausrüstung und Ausbildungshilfe für Länder spricht, damit sie die Sicherheit auch selbst in die Hand nehmen können, oder ob man über Rüstungsexporte spricht. Weil das ist etwas, was im Grunde genommen für den Profit und letztlich eben auch für die Möglichkeiten der europäischen Rüstungsindustrie herhalten muss. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn es eine UN-gestützte Ausbildungs- und Ausrüstungshilfe in einzelnen Staaten wie zum Beispiel in Afrika gibt. Und in diese Richtung müssen wir gehen. Meine Damen und Herren, Sozialdemokraten haben den Haushalt für 2020 geprägt. Und meine Fraktion will auch an dessen Umsetzung mitwirken. Wir nehmen diese Aufgabe mit Stolz und Überzeugung an, weil jede Zeit ihre eigenen Antworten braucht. Vielen Dank. Applaus Applaus Jetzt erteile ich das Wort dem Fraktionsvorsitzenden der Linken, Dr. Dietmar Bartsch. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ein gewisser Blackrock-Aufsichtsrat aus dem Sauerland hat das Erscheinungsbild der Koalition als grottenschlecht bezeichnet. Es ist ein bisschen im Widerspruch zu dem, was die Kanzlerin erzählt hat. Ich finde, dass nicht das Erscheinungsbild der Regierung schlecht ist, sondern ihre Politik ist leider vielfach grottenschlecht. Meine Damen und Herren, nur noch 26 Prozent der Bürgerinnen und Bürger sehen in der Arbeit der Bundesregierung eine Stärke des Landes. Angesichts der vielfachen Selbstbeschäftigung, die sie betreiben, und ihrer Halbzeitbilanz ist das sogar noch ein ziemlich hoher Wert. Sie sind als große Koalition gestartet und als faktische Minderheitsregierung gelandet. Sie sagen hier selbstbewusst die Legislatur zu Ende. Das ist Ihre Meinung, Frau Merkel. Eigentlich dürfte man die zweite Hälfte Ihrer Spielzeit gar nicht mehr einpfeifen. Spielabbruch und neue Mannschaften wären das Beste, weil sie sich nicht mehr mit den Herausforderungen in Deutschland und in Europa beschäftigen. Wenn ich zur Halbzeitbilanz komme, will ich mal damit beginnen, dass Ihr Außenminister und Ihre Verteidigungsministerin sich auf der Weltbühne über einen irrwitzigen Syrieneinsatz streiten. Ich weiß wirklich nicht, was beschämender ist. Eine Verteidigungsministerin, die sich mit einem verfassungswidrigen Syrienvorschlag auf Kosten der Soldatinnen und Soldaten innerparteilich zu profilieren sucht. Oder ein Außenminister, der neben dem türkischen Außenminister steht und dort in der Türkei die Ministerin kritisiert, wo die Türkei einen Angriffskrieg führt, gegen die Menschenrechte verstößt. Dass eine Regierung nicht einmal im Ausland geschlossen auftritt, das hat es in der Geschichte bisher nicht gegeben. Streiten Sie doch im Kabinett, wegen meiner hier auch in Deutschland, aber doch nicht auf die Art und Weise, meine Damen und Herren. Oder ich nehme Ihren Verkehrsminister, Herrn Scheuer. Der kennt kein Vergaberecht, der kennt kein Haushaltsrecht. Herr Scheuer, Sie haben das Parlament und die Öffentlichkeit hinters Licht geführt und Steuergeld in Größenordnung verbrannt. Sie sind das personifizierte Haushaltsloch, meine Damen und Herren. Der soll sich jetzt mit dem Wandel in der Autoindustrie befassen. Ich glaube, das kann nur schiefgehen. Aber in dieser Bundesregierung sind Rechtsbrüche kein Problem. Es geht immer weiter. Nur die Angst vor den Wählerinnen und Wählern schweißt zusammen. Und dann, dann gibt es mal ein vernünftiges Projekt. Die ursprüngliche Grundrentenidee von Hubertus Heil. Die war, die im Februar vorgelegt worden ist, grundsätzlich richtig. Aber was tun Sie? Meine Altersarmut nimmt dramatisch zu. Sie streiten über neun Monate, wie tief Sie Rentnern in die Geldbörse schauen, bevor Sie ihnen helfen. Jetzt kriegen die, die 35 Jahre eingezahlt haben, einen kleinen Aufschlag. Ja, Rolf Mützenich. Aber was eigentlich mit denen, die 34 Jahre Vollzeit mal lobt haben? Bei Menschen, die für erbärmliche Löhne jahrzehntelang gearbeitet haben, da sind Sie hammerhart. Gleichzeitig subventionieren Sie E-Autos mit der Gießkanne. 6 000 Euro pro Stück ohne irgendwelche Prüfung. Und bei der Grundrente führen Sie eine Einkommensprüfung ein, die so hart ist, dass rund 2 Millionen Rentnerinnen und Rentner ihren Anspruch gegenüber den ursprünglichen Plänen des Arbeitsministers verlieren. Das ist die Realität. Das ist kein Grund zum Feiern, sondern Sie kleben auf eine klaffende Wunde ein Pflaster, was viel zu klein ist, meine Damen und Herren. Zum Haushalt für das kommende Jahr. Er hat drei Eigenschaften. Er ist kraftlos, er ist tatenlos und er ist verantwortungslos. Er ist vor allen Dingen kraftlos bei Investitionen. Es ist doch bemerkenswert, dass Arbeitgeber und Gewerkschaften Sie geschlossen zum Handeln auffordern, zum Investieren in die Zukunft. Aber nicht mal das treibt Sie an. Sie erzählen hier, wie Sie steigern und steigern. Und dann kommen so Dinge, gut eine Milliarde jetzt in den Ausbau des Mobilfunks gehen. Ja, das ist doch lächerlich, meine Damen und Herren. Schon 2013 wollte Herr Dobrindt Deutschland zum Internetweltmeister machen. Die CSU, die stellt seit Jahren das Digitalministerium, die verantwortet eine unfassbar miese Digitalbilanz. Deutschland ist nicht Weltmeister, sondern steht dank der CSU abgeschlagen auf einem Abstiegsplatz. Das ist die Realität, meine Damen und Herren. Aber nicht nur bei der Digitalisierung, sondern insgesamt haben wir in den nächsten zehn Jahren einen Investitionsbedarf von 450 Milliarden Euro. Ihr Haushalt wird dieser Herausforderung nicht ansatzweise gerecht. Wenn ich mal die Fakten benennen darf für die Zahlen, die vorliegen, 2017 lagen die öffentlichen Investitionen gemessen am BIP im EU-Schnitt bei 2,8 Prozent. In Frankreich bei 3,4 Prozent. In Deutschland aber nur bei 2,1 Prozent. Und Sie werden auch im nächsten Jahr noch unterdurchschnittlich sein. Wir sind im hinteren Drittel der OECD-Staaten. Seien Sie doch endlich mal mutig. Und im Übrigen heißt das überhaupt nicht, dass sich irgendwer in den Verschuldungsstaat begeben will. Machen Sie eine große Steuerreform. Wir haben immer noch das Steuersystem des vergangenen Jahrhunderts. Wir müssen nicht zuallererst in die Verschuldung gehen. Aber wenn Sie die Lücke sehen, so sieht das Land ja auch aus. Bei der Bahn stehen die Kunden häufig in überfüllten Zügen oder an Bahnhöfen, an denen überhaupt kein Zug mehr kommt. Ich will daran erinnern, seit 1990 sind 6.400 Kilometer in der Bahnstrecke eingestellt worden, meine Damen und Herren. Das trifft natürlich zuallererst den ländlichen Raum. Und das sind natürlich grandiose Fehlentscheidungen. Und dazu kommt, dass 50 Prozent in den letzten 20 Jahren die Tickets um 50 Prozent teurer geworden sind. Das sind Fehlentwicklungen. Wenn Sie das jetzt korrigieren, nur zu. Am Ende muss die Bahn unschlagbar werden. Das ist eine Maßnahme sowohl für das Klima als auch für den ländlichen Raum. Das wäre der richtige Weg. Und Frau Merkel, was sehr interessant ist, Sie haben hier heute kein Wort zu dem Thema Wohnen und Mieten gesagt, anders als Christian Linder. Da komme ich nachher noch zu. In Ihrem Haushalt fehlen die dort notwendigen Investitionen in bezahlbare Wohnungen, und zwar in Größenordnung. In Wien oder in Basel sind die Mieten sozial bemessen. Und warum? Weil Kommunen Grundstücke kaufen und darauf günstige Wohnungen bauen. Die Kommunen, das ist das Richtige. Ein Viertel der Wiener Wohnungen gehören der Stadt. Ein Viertel. Und knapp 15 Prozent gehören gemeinnützigen Bauvereinigungen. Und bei uns? Bei uns zahlt die Hälfte der Haushalte mehr als 30 Prozent für die Miete. Sie tun viel zu wenig dafür, dass eine Handwerkerin, ein Verkäufer oder eine Krankenpflegerin noch eine Wohnung bezahlen kann. Über eine Million Menschen haben nach Abzug der Miete weniger Geld zum Leben als mit Hartz IV. Das ist die Realität. Wohnen ist auch deshalb im Übrigen unbezahlbar geworden, weil die Bodenpreise explodieren. Bundesweit seit 1962 um 2.300 Prozent. In München seit 1950 im Übrigen um 39.400 Prozent. Wir brauchen dringend eine neue Bodenpolitik. Politik kann und muss diese Entwicklung stoppen, meine Damen und Herren. Ich will mal zitieren. Recht auf eine menschenwürdige Wohnung. Die Bodenpreisspekulation ist zu unterbinden. Ungerechtfertigte Gewinne aus Bodenverkäufen sind abzuschöpfen. Das war alles Zitat Godesberger Programm der SPD. Das Bundesverfassungsgericht hat übrigens kurz danach festgestellt. Die Tatsache, dass der Grund und Boden unvermehrbar und entbehrlich ist, verbietet es, seine Nutzung dem Spiel der freien Kräfte zu überlassen. Linke, Bundesverfassungsgericht und das Godesberger Programm sind sich da völlig einig. Und jetzt zu Berlin. Berlin macht bei den Mieten im Interesse der Mieterinnen und Mieter jetzt den Deckel drauf. Da wird wenigstens gehandelt, meine Damen und Herren. Und was macht der zuständige Minister Herr Seehofer? Er sagt, das ist verfassungswidrig. Na gut, das entscheiden Gott sei Dank bei uns noch nicht Minister. Aber ich will mal auf das Bauthema kommen. In Berlin ist im vergangenen Jahr so viel gebaut worden wie all die Jahre davor nicht. Und im Moment stehen auch dort weiterhin die Investoren Schlange. Das ist doch eine glatte Lüge, dass Sie sagen, da wird nicht mehr gebaut. Die Leute wollen Mieten bauen in Berlin, trotz Mietendeckel. Und das ist richtig, dass endlich mal die Interessen der Mieterinnen und Mieter wahrgenommen werden, meine Damen und Herren. Und jetzt zum Klimapaket oder besser Klimapäckchen. Und da will ich wieder einen großen CDU-Politiker zitieren, den Ministerpräsidenten von Sachsen, Michael Kretschmer. Was uns am Klimapaket stört, da stimmt die Balance zwischen Ökologie, Ökonomie und sozialen Fragen nicht. Der Mann hat recht. Ihr Klimapaket ist ökologisch nahezu wirkungslos. Es ist ökonomisch fragwürdig. Und es ist vor allen Dingen sozial ungerecht, meine Damen und Herren. Die soziale Bilanz, die stimmt nicht. Die soziale Bilanz, die stimmt nicht. Statt diejenigen, statt diejenigen zu belasten, die zentral für den Ausstoß der Emissionen verantwortlich sind, geht Ihre Politik zulasten der Geringverdiener und der Pendlerinnen und Pendler. Das ist doch das Problem. Es ist ja gut, dass endlich die Ministerien mal klare Ziele bekommen haben. Aber diese Ziele werden Sie mit dem Inhalt ihres Klimapäckchens eben nicht erreichen. Und ja, Deutschland wird das Pariser Abkommen brechen, Frau Merkel. Und wenn Sie sagen, wer, wenn nicht wir, kann zeigen, dass man den Klimawandel bewältigen kann, da stimme ich Ihnen ja durchaus zu. Aber beim Klimawandel ist es wie bei der Grundrente. Sie erkennen das Problem, sind aber nicht in der Lage, es zu lösen. Aber wenn Sie nur das, Sie können eben nur das kleine Karo und nicht den großen Wurf. Und in beiden Fällen wäre der große Wurf notwendig, meine Damen und Herren. Sie sind vielfach kartenlos, was den sozialen Bereich betrifft. Ich will nur über den Mindestlohn und den größten Niedriglohnvektor, den es in Europa gibt, den gibt es in unserem Land. Der Mindestlohn ist seit der Einführung gerade mal um 69 Cent gestiegen. Warum erhöhen Sie den nicht auf 12 Euro? Wir könnten nämlich die sogenannten Aufstockerleistungen, zehn Milliarden, die könnten endlich eingesetzt werden in gute Arbeit und soziale Sicherheit. Das wäre richtig. Ihre Verweigerungshaltung ist respektlos gegenüber den Geringverdienern und den Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Mit Lohndumping organisieren Sie im Übrigen zugleich Altersarmut. Denn die Aufstocker von heute sind morgen die Erfänger von Grundsicherung im Alter. Dieses Geld sollte wirklich anders eingesetzt werden. Die soziale Schere geht so immer weiter auseinander. Ich will nur eine Zahl oder Zahlen auf der anderen Seite des Einkommens sagen. Nach der Wiedervereinigung bekamen die Vorstände der DAX-Unternehmen das 14-fache des Durchschnittsgehalts ihrer Mitarbeiter, das 14-fache. Im Jahre 2005 war es schon das 42-fache und im Jahre 2018 das 71-fache. Finden Sie das anständig? Ich finde ehrlich gesagt diese Entwicklung obszön. Kein Boss leistet das 41-fache. Da muss ein gesetzlicher Herr Riegel her. Auf der anderen Seite haben wir 4,4 Millionen Kinder in Armut in dem reichen Deutschland. Die Armutsquote ist seit Ihrem Amtsantritt, Frau Merkel, in Deutschland nicht zurückgegangen. Deshalb begrüße ich im Übrigen ausdrücklich, dass die SPD jetzt dieses Thema aufgreift. Das ist richtig. Wir als Linke werden uns niemals damit abfinden, dass Kindern Chancengleichheit genommen wird. Eine Kindergrundsicherung, das könnte ein zentrales Projekt einer Mitte-Links-Regierung nach der nächsten Bundestagswähle, meine Damen und Herren. Eines der größten Probleme in unserem Land ist die zunehmende Kluft zwischen den Metropolen und den ländlichen Räumen. Das haben die Bauernproteste gestern sehr eindeutig gezeigt. Ihre Politik befördert es, dass dieses Land zunehmend zerfällt und dass sich Stadt und Land immer weniger verstehen. Das waren doch mal Ihre Wählerinnen und Wähler, die Bauern. Nehmen Sie doch das ernst, wenn Sie zu Tausenden hierher kommen und mit Ihrer Politik nicht einverstanden sind. Da ist zwar der Erntehelfer Christian Linder der falsche Ratgeber, aber die Sorgen dieser Menschen sollten Sie wirklich ernst nehmen. Ich will zu dem verantwortungslosen Teil Ihres Haushalts kommen, und das ist der Verteidigungshaushalt. Aber dieser Begriff ist ja schon falsch. Was uns vorliegt, ist kein Verteidigungshaushalt. Es ist ein Aufrüstungshaushalt. Da bin ich einer fundamental anderen Meinung als Sie, Frau Bundeskanzlerin. Seit 2018 ist dieser Etat um 17 Prozent gestiegen. Ich will das mal vergleichen mit dem Bildungsetat 3 Prozent und dem Gesundheitsetat um 1 Prozent. Das ist die Realität. Ich will nur ein Beispiel, was das veranschaulicht nennen. Es gibt aus dieser Woche 10 000 fehlende Frauenhausplätze. An jedem dritten Tag wird eine Frau getötet von ihrem Partner oder Ex-Partner. Jetzt will die Bundesregierung sagen, dass Sie frage und schreibe in vier Jahren 120 Millionen Euro für Frauenhäuser und Frauenberatungsstellen ausgeben. Was für ein Offenbarungseid! Milliarden Euro für die Rüstung, und hier kleckern Sie? Das ist doch völlig inakzeptabel, meine Damen und Herren. Oder ein anderes Beispiel. Viele Kinderkliniken agieren jenseits ihrer Kapazitätsgrenzen. Da fehlt das Pegepersonal. Selbst bei schwer kranken Kindern dauert es teilweise Stunden, um eine Klinik zu finden. Das ist ein unhaltbarer Zustand. Und ich will wiederholen, 17 Prozent mehr für Panzer und Kampfschiffe und nur ein Prozent mehr für Gesundheit und Pflege und beim Wohnungsbau sogar weniger. Das hat mit verantwortungsvoller Prioritätensetzung nichts, aber auch gar nichts zu tun. So wie Sie das Geld ausgeben, schadet es dem Land, meine Damen und Herren. Deutschland braucht Wohnungen statt Waffen. 17 Prozent mehr in die Rüstung ist die größte Fehlinvestition der Bundesregierung. Ich will Ihnen noch sagen, warum Sie so viel Geld benötigen. Die Rüstungsprojekte sind um 13,5 Milliarden Euro teurer als geplant. Was für eine Misswirtschaft. Eurofighter 6,7 Milliarden Euro, Puma-Panzer 1,6 Milliarden Euro und so weiter und so fort. Das alles sind höhere Mehrkosten als bei Berliner Flughafen, Stuttgart 21 und Elbphilharmonie zusammen. Die meisten Rüstungsprojekte der Bundeswehr sind Milliardengräber zu Lasten der Steuerzahler und zur Freude der Rüstungsindustrie, meine Damen und Herren. Jetzt will Frau Kramp-Karrenbauer bis 2031 das Zwei-Prozent-Ziel der NATO erfüllen. Wenn die Wirtschaft bis dahin so wächst, heißt das, dass wir dann einen Etat von 86 Milliarden Euro haben. Das hat mit den Interessen des Landes überhaupt nichts zu tun. Das ist der blanke Wahnsinn. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn Ihnen irgendwann jemand sagt, dafür ist kein Geld da, dann denken Sie an diese Geldverbrennung, die hier geschieht. Das ist verantwortungslose Steuerverschwendung und das muss verhindert werden. Es würde zig Milliarden Euro freimachen für die Menschen und für die Zukunft des Landes, wenn dieses Geld anders eingesetzt werden würde. Ihre Aufrüstungspolitik ist dagegen gefährlich, sie ist teuer und sie ist letztlich ein Kniefall von Donald Trump, meine Damen und Herren. Meine Hoffnung ist, ganz anders als Ihre, Frau Bundeskanzlerin, dass das der letzte Haushalt der Bundesregierung ist. Ihrer Politik fehlt es an Kraft für die Zukunft, der fehlt es an Respekt vor den Menschen und an Verantwortung beim Geldausgeben. Herzlichen Dank. Nächster Redner ist der Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 die Grünen, Dr. Anton Hofreiter. Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin! Ich gebe Ihnen ja absolut recht, dass die Rolle der Bundesrepublik Deutschland eines Hochtechnologielandes zur Bekämpfung der Klimakrise sein sollte, genau zu zeigen, wie es geht. Es stellt sich halt bloß die Frage, warum machen Sie das denn nicht? Denn schauen wir nicht auf die Ankündigungen hier, schauen wir nicht auf die Reden, sondern schauen wir auf das, was real draußen im Land passiert. Da ist der Ausbau der Windkraft an Land im Vergleich zu vor zwei Jahren ungefähr auf ein Zehntel eingebrochen. Das passiert doch wegen falschen politischen Entscheidungen, die Ihre Bundesregierung getroffen hat. Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, Sie haben davon gesprochen, dass die wirtschaftliche Stärke entscheidend ist, dass man Infrastrukturen ausbauen muss, dass wir Probleme haben, beim Internet- und beim Mobilfunknetz. Ja, das teile ich. Wir brauchen einen deutlich schnelleren Ausbau von Breitband. Wir brauchen deutlich lückenloseres Mobilfunk. Ich frage mich bloß, wer hat eigentlich die letzten 14 Jahre dieses Land regiert? Ist Ihnen die Erkenntnis erst heute gekommen? Und deshalb, wenn wir ein weiteres Beispiel nehmen, Sie haben davon gesprochen, dass wir in den letzten 14 Jahren regiert haben. Sie haben von der Spaltung zwischen Stadt und Land. Ja, wer hat denn zugelassen, dass die Bahn in dem Zustand ist, in dem sie ist, in dem Tausende von Kilometern stillgelegt worden sind, insbesondere in den ländlichen Regionen? Das ist doch nicht von selber passiert. Und ist die Erkenntnis Ihnen auch erst heute gekommen? Da hätte man doch auch in den vergangenen 14 Jahren was dagegen unternehmen können. Und deshalb, es hilft doch nichts, wenn hier nur schöne Reden gehalten werden und dann am Ende, liebe Kolleginnen und Kollegen, eine Politik gemacht wird, die auch von der Substanz dieses Landes zehrt. Das hilft doch am Ende nichts. Denn, liebe Kolleginnen und Kollegen, in den nächsten zehn Jahren werden sich grundsätzliche Dinge entscheiden. Da wird sich entscheiden, sowohl in Deutschland, Europa als auch weltweit, ob wir die Klimakrise noch in den Griff kriegen, ob wir angesichts der technologischen Umbrüche Wohlstand und Arbeitsplätze halten können, ob wir in einer unsicherer werdenden Welt unsere europäischen Werte verteidigen können und ob es gelingt, den sozialen Zusammenhalt in Deutschland zu verteidigen und Demokratie gegen Polarisierung und Spaltung aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, wenn wir das schaffen wollen, und ich glaube, es lohnt sich, sich sehr zu bemühen, das zu schaffen, dann brauchen wir eine andere Politik. Dann brauchen wir eine Politik, die den Raum des Möglichen erweitert und nicht den kleinsten gemeinsamen Nenner als den Raum des Möglichen definiert, sondern brauchen wir eine Politik, die den größten gemeinsamen Nenner unserer Gesellschaft sucht und dann realisiert und in der Realität auch umsetzt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ein Herzstück einer solchen Politik muss eine Investitionsoffensive sein. Denn wir brauchen mehr Investitionen, wenn wir unseren Wohlstand, unsere ökonomische Leistungskraft, ja, und unsere Wettbewerbsfähigkeit auf dem Weltmarkt verteidigen wollen. In den nächsten zehn Jahren müssen die Infrastrukturen der Zukunft geschaffen werden. In den nächsten zehn Jahren brauchen wir eine moderne, leistungsfähige Bahn, ein Stromnetz, das funktioniert auch mit erneuerbaren Energien, Speicher, eine funktionierende Wasserstoffinfrastruktur, damit auch die Stahlindustrie bei uns wettbewerbsfähig ist und sich halten kann, ein lückenloses, ein schnelles Internet und starke Schulen und Hochschulen. Das ist das, was wir in der nächsten Dekade anpacken müssen, nachdem es in der letzten Dekade nicht passiert, sondern nur behauptet wurde. Und ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sehen, dass viele Investitionsmittel, die bereitgestellt werden, nicht abfließen. Und die Planungen müssen dringend beschleunigt werden. Aber ich würde Sie darum bitten, dass wir die Planungsbeschleunigung nicht in den üblichen Gräben und mit den üblichen Schuldzuweisungen diskutieren. Und wir sind gerne bereit, und ich möchte Ihnen nachdrücklich anbieten, wenn wir da ernsthaft nach gemeinsamen Wegen suchen, Planungskapazitäten und Planungsbeschleunigung auf den Weg zu bringen, dass wir da sehr, sehr gerne zusammenarbeiten können für schnellen Schienenausbau, für einen Netzausbau, für einen schnellen Windkraftausbau. Das ist unser Angebot. Kommen Sie auf uns zu. Sprechen Sie mit uns. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen auch mehr Geld. Ein einmaliges Strohfeuer wird nicht ausreichen, sondern wir brauchen eine langfristige, lang angelegte Investitions- und Innovationsstrategie. Der DGB und der BDI hat das wirklich in interessanter und seltener Eintrag gefordert. Deshalb wäre es doch eine schöne Gelegenheit, BDI, CDU, CSU, DGB, SPD das aufzugreifen und umzusetzen. Um diese Investitionsstrategie umzusetzen, müssen wir die Haushaltspolitik neu denken. Frau Merkel, wir zollen Ihnen ausdrücklich Respekt dafür, dass es gelungen ist, nach der Banken- und Finanzkrise den Schuldenstand so stark zu reduzieren. Ja, die Einführung einer Schuldenbremse war ein richtiger Weg. Aber, Frau Merkel, es muss nicht so sein, dass eine Antwort, die in der Vergangenheit richtig ist, bei neuen Herausforderungen immer richtig bleibt. Denn heute, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist die größte Bedrohung für Deutschland nicht mehr der Schuldenstand, sondern das Ausbleiben dringend notwendiger Investitionen. Das ist heute die größte Bedrohung für gesellschaftlichen Zusammenhalt und für unsere ökonomische Leistungsfähigkeit. Wir wollen die Schuldenbremse nicht abschaffen, sondern wir wollen sie im Rahmen der europäischen Möglichkeiten erweitern, damit wir investieren können. Ich kann Sie nur dazu auffordern, da konstruktiv dran mitzuarbeiten. Denn unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft braucht das. Liebe Kolleginnen und Kollegen, was wir dringend brauchen, ist einen neuen Aufbruch im Bereich Klimaschutz und bei der ökologischen Modernisierung. Denn, wie bereits erwähnt, in der nächsten Dekade entscheidet sich, ob wir den Kampf gegen die Klimakrise noch gewinnen können. Wir haben leider nicht mehr mehr Zeit. Selbstverständlich muss der Kampf gegen die Klimakrise kombiniert werden mit sozialen Zusammenarbeit, guter Arbeit und wirtschaftlichen Wohlstand. Gerade deshalb erfordert dies ein neues Denken, einen neuen Politikansatz, der eben nicht die vermeintlichen Gegensätze sucht, der nicht den kleinsten gemeinsamen Nenner findet. Nicht der kleinste gemeinsame Nenner wird uns bei der Bekämpfung der Klimakrise in die größtmögliche Katastrophe führen. Deshalb ist dieser Politikansatz, den Sie bisher dabei vertreten, bei der Menschheitsaufgabe Klimaschutz gescheitert. Das muss sich ändern. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dieser Neuanfang muss ökologisch mehr ermöglichen. Wir setzen eine wirkungsvolle CO2-Bepreisung, einen schnellen Ausbau der erneuerbaren Energien, eine echte Verkehrswende. Dieser Neuanfang braucht sozial ein Energiegeld, eine Erhöhung des Mindestlohns mit einem Qualifizierungskurzarbeitergeld. Denn die Menschen haben zu Recht Sorgen um ihre Arbeitsplätze, weil sich viele Dinge schnell ändern, nicht nur durch die Klimakrise, sondern auch durch die Digitalisierung. Ökonomisch muss sein Ansatz mehr ermöglichen, indem wir neue Technologien fördern und fordern, bessere Abschreibungsmöglichkeiten schaffen und unsere Industrie mit klugen Klimazöllen vor Dumping aus schwierigen staatskapitalistischen Ländern wie zum Beispiel China schützen. Die Stahlindustrie kann ein Lied davon singen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Aufbruch im nächsten Jahrzehnt muss ein europäischer werden. Die europäischen Werte werden wir nur gemeinsam gegen einen autoritären Staatskapitalismus aus China und einen nationalen Marktradikalismus à la Trump verteidigen können. Wir müssen da mehr investieren in Europa, damit wir nicht am Ende nur Zaungäste sind, wenn andere die internationalen Regeln festlegen und wir Empfänger dieser Regeln dann nur noch sind. Dafür muss Europa mehr Verantwortung übernehmen. Und dafür müssen wir mehr Verantwortung für Europa übernehmen. Und dazu muss sich Europa, dazu muss Deutschland dazu beitragen, dass sich Europa selbstbewusste Ziele setzen kann, die sich nicht im Militärischen erschöpfen. Dazu müssen wir den Euro zu einer globalen Leitwährung machen, einer globalen Leitwährung, die uns unabhängiger vom Dollar macht, wie man ja schmerzhaft bei der Auseinandersetzung um das Atomabkommen mit dem Iran erkannt hat. Dazu brauchen wir eine Handelspolitik, eine der zentralen Stärken Europas, die wir verknüpfen mit Menschenrechtsstandards, mit Klimastandards und mit sozialen Standards. Und dazu müssen wir Europa zu einem Vorreiter der Digitalisierung machen, indem wir ethische und ökonomische Fragen miteinander verknüpfen. Trauen wir uns, trauen wir diesem Kontinent doch endlich mehr zu. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Selbstbehauptung Europas wird sich insbesondere im Umgang mit China erweisen. China wird im 21. Jahrhundert Partner, Konkurrent und Gegner zugleich sein. Deshalb verbieten sich platte Antworten. Aber zwei Dinge sollten doch klar sein. Erstens, unsere Analyse muss klar sein. China entwickelt sich immer mehr zu einer autoritären Diktatur, das die Menschenrechte im Inneren massiv verletzt, mehr als eine Million Uiguren in Internierungslagern festhält. Diese Realität müssen wir, muss Europa, muss Deutschland mit aller Deutlichkeit beim Namen nennen. Und das Zweite ist, wir dürfen uns nicht selber klein machen. Denn natürlich stimmt es, dass Europa und Deutschland eng mit China verflochten sind und wir viel hinimportieren. Aber es stimmt halt auch umgekehrt, dass China viel zu uns exportiert. Und deshalb haben wir Einfluss auf China. Und diesen Einfluss muss man nützen in Fragen wie Hongkong, in Fragen wie Menschenrechte, in Fragen wie Demokratie. Deshalb verbietet sich die Leisetreterei verbietet sich hier. Und man muss klare, deutliche Worte finden. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, die nächsten zehn Jahre, die nächste Dekade müssen Jahre des politischen Neubeginns und der Modernisierung werden. Allerdings eine Grundbedingung dafür ist, dass es uns gelingt, das friedliche Zusammenleben leidenschaftlich zu verteidigen. Eine gute Zukunft wird Deutschland nur als europäisches, liberales, als weltoffenes und vielfältiges Land haben. Und an dieser so entscheidenden Frage, und darauf bin ich stolz auf dieses Parlament, haben wir, arbeiten wir unter uns Demokraten eben nicht auf der Ebene des kleinsten gemeinsamen Endes zusammen. Sondern da haben wir eine ganz große Gemeinsamkeit von den Linken über die Union, die FDP, Grüne und SPD. Und ich glaube, diese Gemeinsamkeit ist unglaublich viel wert. Denn wir treten geschlossen und gemeinsam jenen entgegen, die den politischen Diskurs zerstören wollen. Und wir sagen entschlossen und gemeinsam, dass es eine Zusammenarbeit mit einer Partei, die Faschisten und Rechtsextreme bis in die Führungsspitze in ihren Reihen duldet, dass es diese Zusammenarbeit nicht geben kann. Und ich bin Ihnen da ganz persönlich dankbar, Frau Merkel, für Ihre klaren Worte, die Sie auch in dieser Debatte gefunden haben. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin davon überzeugt, dass dieses Land wieder zu einem Land des Aufbruchs, des politischen Neubeginns, der Modernisierung werden kann. Wir haben alle Voraussetzungen dafür, diese Aufgaben zu bewältigen. Und sehr, sehr viele Menschen sind bereit, sich auf den Weg zu machen. Wir wollen auf alle zugehen, die bereit sind für diese Veränderung, nach vorne. Denn ohne Veränderung wird nichts so bleiben, wie es ist. Vielen Dank. Jetzt erteile ich das Wort dem Vorsitzenden der CDU-CSU-Fraktion, Ralf Brinkhaus. Herr Präsident! Meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Zwei Vorbemerkungen. Erste Vorbemerkung. Es wundert mich, wer jetzt auf einmal Freund der deutschen Landwirtschaft ist. Das sind Leute, die die deutsche Landwirtschaft zehn, 15 Jahre nicht beachtet haben, aber sich heute hinstellen und sagen, Sie setzen sich für die Landwirtschaft ein. Das ist schon sehr, sehr seltsam, meine Damen und Herren. Und der zweite Punkt ist, es ist gut, dass wir heute, und damit habe ich nicht gerechnet, so viel über Außenpolitik reden. Das war überfällig. Das Postulat, hier war noch immer im Deutschen Bundestag Außenpolitik, ist irgendwo so nebenher mitgelaufen. Das Postulat der deutschen Außenpolitik war, zu sagen, wir warnen, wir warnen, und wir sind besorgt. Und ich bin der Bundesregierung, ich bin der Bundesverteidigungsministerin nachgradig dankbar, dass sie jetzt auch mal konkrete Vorschläge gemacht hat, meine Damen und Herren. Weil eins, lieber Rolf Mützenich, ist auch richtig. Deutschland und Europa hat Interessen, und diese Interessen müssen formuliert werden. Deutschland und Europa hat Werte, und wir wollen, dass diese Werte auch durchgesetzt werden, meine Damen und Herren. Und wenn das so ist, dass es Interessen und Werte gibt, dann hat Außenpolitik natürlich immer das Prä der Diplomatie. Und da waren wir ja auch gut drin in den letzten Jahrzehnten. Und natürlich ist es wichtig, dass wir eine gute Entwicklungspolitik machen. Das ist auch eine Säule der Außenpolitik. Und natürlich ist es wichtig, dass wir eine große Europapolitik machen. Das ist auch eine Säule der Außenpolitik. Aber es ist doch nachgradig naiv zu behaupten, dass eine gute Außenpolitik ohne Bundeswehr existieren kann, meine Damen und Herren. Und es ist doch nachgradig naiv zu sagen, wir sind ja internationale Zivildienstleistende. Wir brauchen eine Bundeswehr, damit wir sie nicht einsetzen. Und diese Bundeswehr muss stark sein. Und diese Bundeswehr muss die entsprechenden Mittel haben. Und da werden wir in dieser Koalition und in diesem Land auch drum ringen, meine Damen und Herren. Und trotzdem, und trotzdem gibt es zwei große innenpolitische Themen. Das erste große innenpolitische Thema ist Nachhaltigkeit. Und ich sage ganz bewusst Nachhaltigkeit und nicht Umweltpolitik. Und ich werde auch gleich sagen, warum Umweltpolitik nicht Klimapolitik ist. Nachhaltigkeit bedeutet nämlich auch finanzielle Nachhaltigkeit. Und da, lieber Olaf Scholz, steht dieser Haushalt für, dass wir auch finanziell nachhaltig sind. Nachhaltigkeit bedeutet auch, dass wir der nächsten Generation eine gute Infrastruktur hinterlassen. Und wir werden 43 Milliarden in die Infrastruktur investieren. Wir werden investieren in Straßen. Ja, auch in Straßen, liebe Grüne. In Schienen, in Wasserwege. Wir werden investieren in Digitales. Das, was wir auf den Weg gebracht haben, mit dem Bundesverkehrswegeplan, mit den Eisenbahnpaketen im Bereich des Klimapaketes. Das ist das größte und ambitionierteste Investitionsprogramm, was die jüngere Geschichte der Bundesrepublik Deutschland gesehen hat. Und jetzt müssen wir zusehen, dass wir diese Investitionen auch umsetzen. Und vielen Dank, lieber Toni Hofreiter, dass die Grünen jetzt auch bereit sind, über Planungsbeschleunigung zu reden. Wir nehmen das Angebot an. Wir werden mit Ihnen über Planungsbeschleunigung reden. Zur Nachhaltigkeit gehört natürlich auch das Thema Bildung. Und, lieber Christian Lindner, der Bund investiert in Bildung, und zwar im Bereich Digitalisierung. Wir haben ein Berufsbildungsgesetz gemacht. Aber, und das gehört auch zur Wahrheit dazu, Bildung ist nun mal Ländersache. Und ich fordere die Bundesländer auf, mehr in den Bereich Bildung zu investieren. Wir haben dafür die finanziellen Spielräume geschaffen, indem wir die Bundesländer und Kommunen entlastet haben, meine Damen und Herren. Wenn wir über Nachhaltigkeit reden, ja, dann müssen wir über Umweltpolitik reden. Aber Umweltpolitik ist mehr als Klimapolitik. Und mich würde es sehr, sehr freuen, wenn wir auch mal reden würden über Kreislaufwirtschaft. Wenn wir reden würden über Biodiversität. Wenn wir reden würden über Artenschutz. Wenn wir mehr reden über gute Luft, gutes Wasser und viele, viele andere Dinge. Ich denke mal, da haben wir noch ein gewisses Potenzial. Und ich sehe, dass die Grünen uns dabei unterstützen. Vielen Dank dafür. Auch darüber werden wir mit Ihnen reden. Und wenn wir über Klimapolitik reden, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann reicht es nicht, alleine über CO2-Minderung zu reden, sondern wir müssen ganz, ganz ernst sehen, dass das, was Wenya Schulze gestern veröffentlicht hat, einfach Realität ist. Der Klimawandel ist da. Und er wird sich auch nicht umkehren lassen. Und dementsprechend müssen wir resilient werden. Wir müssen uns überlegen, wie wir mit Dürresommern und erhöhten Temperaturen umgehen. Und da gibt es viele, viele Maßnahmen, die wir jetzt auf den Weg bringen müssen. Das fängt bei Stadtbegrünung an. Das geht über Wald weiter, liebe Julia Klöckner. Herzlichen Dank dafür, dass du da so aktiv bist. Das hat aber auch was mit Wasserwirtschaft, mit Hochwasserschutz und vielen, vielen anderen Sachen zu tun. Und ich glaube, da müssen wir nochmal drüber reden, liebe Bundesregierung. Da haben wir noch viele, viele Dinge, die wir auf den Weg bringen müssen. Und natürlich gehört auch die CO2-Minderung dazu. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben ein Klimapaket verabschiedet, wo wir mehr als 50 Milliarden Euro in den nächsten Jahren genau für diesen Kampf zur Verfügung stellen. Aber wahr ist auch, das gefällt einigen nicht. Das gefällt einigen deswegen nicht, weil wir eben nicht auf Verbote, nur da, wo nötig, auf Ordnungsrecht, sondern auf Anreize, auf Markt und insbesondere auf Technologie und Innovation setzen. Das ist die Philosophie unseres Klimapaketes. Und das ist der bessere Weg, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich habe ganz bewusst gesagt, Nachhaltigkeit und Wirtschaft. Weil das gehört zusammen. Das gehört zusammen. Viele betrachten jetzt das, was wir im Bereich Klima machen, als Belastung. Nein, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist eine große Chance. Das ist eine große Chance für unsere Wirtschaft, wenn wir es richtig machen, wenn wir auf Technologie und Innovation setzen. Wir stehen vor einer Situation, da sagen einige, wir stehen vor konjunkturellen Dellen. Das ist nicht richtig. Wir stehen vor strukturellen Veränderungen in der Automobilindustrie, bei Banken und Versicherungen, ja auch im Bereich Landwirtschaft. Und die Menschen erwarten Antworten von uns. Es waren übrigens gestern die Jungbauern, die auf der Straße waren. Diejenigen, die sich überlegen, ob sie die Höfe übernehmen wollen. Und die sich überlegen, wo die Perspektive ist. Es werden die Automobilarbeiter sein, in Neckarsulm, in Stuttgart und in München. Die uns fragen, wie geht es weiter? Und da müssen wir Antworten drauf geben. Und deswegen ist es richtig und wichtig, dass wir mehr im Bereich Wirtschaftspolitik machen. Wir brauchen eine Renaissance der Wirtschaftspolitik in diesem Land. Und wir müssen dort viel, viel, viel mehr machen als in der Vergangenheit. Das ist wahr. Aber wir haben in diesem Bundeshaushalt gute Anlagen dafür. Die müssen wir jetzt nur spielen. Über den Bereich Infrastruktur habe ich geredet. Aber auch der Bereich Unternehmenssteuerreform ist wichtig. Nicht, um irgendwelche Unternehmerinnen und Unternehmer reicher zu machen, sondern um wettbewerbsfähig zu sein im internationalen Wettbewerb. Und lieber Olaf Scholz, der 6. Dezember ist irgendwann vorbei. Und dann erwarte ich, dass wir zusammen in dieser Koalition über die Unternehmenssteuerreform reden. Über die Gleichbehandlung von Personen- und Kapitalgesellschaften. Wir möchten reden über vernünftige Unternehmenssteuersätze, aber auch über den Bürokratieabbau. Ja, Nikolaus gibt es nur einmal im Jahr. Das ist richtig. Aber das ist unser Schuh, den wir Ihnen vor die Tür stellen, lieber Olaf Scholz. Es ist aber auch so, dass wir über den Bereich Energie reden müssen. Und zwar mehr als in der Vergangenheit. Der Punkt ist ganz einfach, lieber Peter Altmaier. Wir brauchen jetzt eine verlässliche Prognose, eine verlässliche Vorhersage, wie sich die Energiepreise entwickeln wird und wie die Versorgungssicherheit da ist. Und das muss jetzt auch aufgestellt werden, weil die mangelnde Verlässlichkeit, wie sich Energiepreise und Versorgungssicherheit entwickelt, ist ein Investitionshemmnis für diesen Standort. Und es war in der Vergangenheit nicht möglich. Es ist viel verändert worden. Kohleausstieg, Ausstieg aus der Kernenergie. Es ist das Problem gewesen, dass wir den Weg definieren mussten, wie das mit den erneuerbaren Energien weitergeht. Aber ich erwarte von dieser Bundesregierung, dass wir da im nächsten Jahr auch Klarheit kriegen. Das ist auch angewandte Wirtschaftspolitik, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es gibt auch noch einen weiteren Bereich. Es gibt einen weiteren Bereich. Wir müssen unsere Wirtschaft entfesseln. Denn sie ist gefesselt durch das Planungsrecht. Sie ist gefesselt durch das Vergaberecht. Sie ist gefesselt auch durch mangelnde Digitalisierung der Verwaltung. Und zwar von der Kommune bis zum Bund. Von der Kommune bis zum Bund. Und wenn wir über Digitalisierung reden, da haben wir auch viele Voraussetzungen geschaffen. Wir haben Gesetze geschaffen. Wir haben Budgets bereitgestellt. Aber das muss jetzt auch umgesetzt werden. Und das ist nicht nur Breitband in die Erde. Das ist nicht nur Mobilfunkausbau. Sondern das ist insbesondere auch die Digitalisierung der Verwaltung. Ich bin nachgradig der Meinung, das beste Mittel zum Bürokratieabbau ist die Digitalisierung der Verwaltung. Und liebe Frau Bundeskanzlerin, das, was wir von den mittelständischen Unternehmen zu Recht erwarten, das müssen wir auch vorleben. Und das müssen wir schneller und besser vorleben als in der Vergangenheit. Und meine Damen und Herren, es gibt noch viele weitere Bereiche. Wir könnten jetzt reden über das Arbeitsrecht. Das Arbeitsrecht, lieber Hubertus Heil, ist zugeschnitten auf Arbeitsverhältnisse im 19. und 20. Jahrhundert. Aber nicht auf Arbeitsverhältnisse im 21. Jahrhundert. Und ich habe das vernommen, wie du mit großem Einsatz für die Grundrente gekämpft hast. Wir von der Union wünschen uns, dass du mit dem gleichen großen Einsatz dafür kämpfst, dass wir ein modernes Arbeitsrecht in diesem Land kriegen, meine Damen und Herren. Wir müssten über Wirtschaft im ländlichen Raum reden, auch ein wichtiges Thema, und über viele andere Themen. Aber ich möchte mit einer Bemerkung zum Bereich Wirtschaftspolitik schließen. Wir haben ja den Anspruch, und das sage ich ohne Arroganz und Überheblichkeit, dass wir mit zu den Besten in der Welt gehören und dass das auch so bleiben soll. Aber wenn das so ist, dann brauchen wir auch die besten Köpfe der Welt. Und wenn wir die besten Köpfe der Welt hier in Deutschland haben wollen, dann brauchen wir auch ein Klima der Weltoffenheit. Wir brauchen eine plurale Gesellschaft, und wir brauchen eine offene Gesellschaft. Und wenn wir das nicht sind, dann werden auch die Menschen, die uns helfen, werden weiter erfolgreich wirtschaftlich tätig zu sein, nicht zu uns kommen. Und auch das ist eine Botschaft, die von dieser Debatte ausgehen soll. Strich drunter. Jetzt können Sie fragen, Herr Brinkhaus, Sie haben über Nachhaltigkeit, über Außenpolitik, über Wirtschaft geredet, aber nicht über das Thema Soziales. Das ist richtig. Wir haben nämlich in der Vergangenheit sehr viel getan für den sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft. Und das war auch gut investiertes Geld. Aber Fakt ist auch eins. Ein Sozialstaat lebt von Voraussetzungen, die er selber nicht schafft. Und diese Voraussetzung ist eine vernünftige wirtschaftliche Entwicklung, ist, dass wir in einer sicheren Welt leben, meine Damen und Herren. Und ist, dass wir in einer nachhaltigen Welt leben. Und deswegen empfehle ich uns allen, dass wir jetzt so priorisieren, wie das auch notwendig ist. Wir müssen jetzt die Basis schaffen dafür, dass wir auch in Zukunft in dieser Gesellschaft zusammenleben können. Dafür ist Außen- und Sicherheitspolitik notwendig. Dafür ist übrigens auch ein starker Rechtsstaat notwendig. Dafür ist eine vernünftige Wirtschaftspolitik notwendig. Dafür ist eine vernünftige Nachhaltigkeitspolitik notwendig. Ich weiß, diese Reihenfolge wird hier nicht von allen geteilt. Manchmal wird sie auch in der Koalition nicht geteilt. Wir werden aber dafür kämpfen, dass wir genau diese Reihenfolge einhalten, weil wir glauben, dass das richtig ist. Das ist das Profil der Union. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Ralf Brinkhaus. Einen schönen Vormittag, guten Vormittag von mir, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nächste Rednerin in der Debatte für die AfD-Fraktion, Dr. Alice Weidel. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Lieber Herr Brinkhaus, ich habe selten so eine unkonkrete Rede von Ihnen gehört. Das waren nur hohle Phrasen. Sie sind nicht einmal konkret geworden. Ich weiß, Sie können es besser. Ich weiß auch nicht, ob das mit Ihrem Job zusammenhängt, seitdem Sie Fraktionsvorsitzender sind. Und liebe Frau Merkel, liebe Frau Merkel, ein gleichzeitiger Aufmerksamkeit aus Atom- und Kohlekraft ist nicht nur unverantwortlich, sondern blanker Irrsinn. Da nützt auch kein, wir schaffen das. Und wen Sie komplett aus den Augen verloren haben, im Unkonkreten, das sind wir jetzt mittlerweile von Ihnen gewohnt, ist der steuerzahlende Bürger. Für die ganz normalen Bürger, die jeden Morgen aufstehen, ihre Kinder versorgen, zu Arbeit fahren, Steuern zahlen und dieses Gemeinwesen am Laufen halten, gibt es an diesem Haushalt nicht viel zu feiern. Sie übergehen auch diesmal, dass dieser Haushalt mit diesem Rekordvolumen nur dadurch möglich ist, dass Sie den Bürgern viel zu tief in die Tasche greifen. Und das Flickwerk der Teilabschaffung des Solidaritätszuschlages ist symptomatisch dafür. 90 Prozent der Steuerzahler werden entlastet, sagen Sie. Aber die Hälfte des ungerechtfertigt eingetriebenen Geldes, also gute 10 Milliarden Euro, wollen Sie weiter behalten und verstoßen damit gegen die Verfassung, um es ganz klar zu sagen. Und dabei ist Steuergerechtigkeit ganz einfach. Ganz einfach. Schaffen Sie den Soli ab. Für alle jetzt. Dieses Feixen, das wird Ihnen auch noch vergehen. Schaffen Sie den Soli ab. Für alle jetzt und sofort und nicht erst im übernächsten Jahr vor den Wahlen. Das ist unsere Forderung. Und dabei bleiben wir. Und was der Staat zu viel einnimmt, muss den Bürgern zurückgegeben werden. Gerade weil Deutschland in die Rezession schlittert, müssen die Fesseln gelockert werden. Durch eine Senkung und Vereinfachung des Einkommensteuersatzes ohne Mittelstandsbauch und kalte Progression. Durch eine deutliche Senkung und Vereinfachung der Umsatzsteuer, die Konsumenten mit kleinen und mittleren Einkommen am stärksten belastet. Und durch den Ausbau des Ehegattensplittings zum Familiensplitting, um der steuerlichen Benachteiligung von Eltern entgegenzuwirken. Die Spielräume dafür sind da. Das Gesamtsteueraufkommen der öffentlichen Hand hat sich unter Ihrer Regierung seit 2005 auf gegenwärtig rund 900 Milliarden Euro verdoppelt. Das wird ja immer vergessen. Verdoppelt. Aber dieses Geld wird falsch ausgegeben. Und Sie haben diese Milliarden zum größten Teil verkonsumiert und die Infrastruktur verfallen lassen, statt dort zu investieren, wo es notwendig ist. Und Sie haben unser Land mit den drei großen Fehlentscheidungen, die als die drei großen Rechtsbrüche in die Geschichte eingehen werden, in die Sackgasse manövriert. Und mit der unbedingten Euro-Rettung, der unkontrollierten Einwanderung und der grünpopulistischen Energiewende. Das kann man nicht anders sagen. Und statt diese Fehlentscheidungen zu korrigieren, versuchen Sie die Folgen verzweifelt zu überdecken. Die viel gepriesene schwarze Null ist letztlich nur der Massenenteignung von Bürgern und Sparern durch die Nullzinspolitik der EZB zu verdanken. Sie können sich Ihren Haushalt schön rechnen, weil der Bund keine Zinsen mehr auf seine Schulden zahlt. Den Preis zahlen stattdessen die Bürger durch fortgesetzte massive Wohlstandsverluste. Und nachdem Sparbücher und Lebensversicherungen bereits als Anlageform ruiniert sind, wollen Sie als Nächstes die Käufer von Aktienfonds über eine Finanztransaktionsteuer schröpfen, die nur die Kleinsparer und Anleger trifft. So sieht die Politik der GroKo für die arbeitende Bevölkerung aus. Sie machen private Vorsorge unmöglich. Gleichzeitig ist die Steuerlast für Neurentner in der gesetzlichen Rentenversicherung seit 2010 bis auf das Fünffache angestiegen. Die Euro-Rettung und der unersättliche Steuerstaat schaffen die Altersarmut, die Sie anschließend beklagen. Die nachgelagerte Besteuerung von Renten ist widersinnig und unsozial, und sie muss umgehend abgeschafft werden. Wer von Negativzinsen in riskantere Anlagenform getrieben wird, der soll künftig seine Verluste nicht mehr steuerlich geltend machen können, sogar rückwirkend nicht. Das muss man sich mal vorstellen. Und damit nicht genug. Anonyme Goldkäufe sollen drastisch eingeschränkt werden. Es stehen Forderungen im Raum, dass Sie darüber lachen, ist mir völlig klar. Lachen Sie nur. Es stehen Forderungen im Raum, größere Bargeschäfte generell meldepflichtig zu machen oder enge Grenzen für Barkäufe zu ziehen. Aber Bargeld ist Freiheit. Sie aber führen Krieg gegen die finanzielle Freiheit, den persönlichen Datenschutz und stellen Bürger, die ihre Freiheitsrechte wahrnehmen wollen, unter einen Generalverdacht. So sieht es nämlich aus. Und der Meinungsfreiheit haben Sie eben auch den Krieg erklärt. Der Flop mit dem NetzDG war Ihnen noch nicht genug. Sie wollen dieses unselige Gesetz auch noch ausweiten. Meldepflichte für Netzwerkbetreiber, eine ganz neue Behörde, das können Sie ja so gut, die auf der Basis von Gummiparagrafen wie Hass und Hetze Meinungsäußerungen filtern und zur Anklage bringen soll. Das klingt nach Orwell. Und so ist es wohl auch gemeint. Abweichende Meinungsäußerungen werden kriminalisiert. Das ist Ihr Plan. Und so kann man natürlich auch die repräsentative Demokratie abschaffen. Und man kann sie heimlich aushebeln. Nicht umsonst interessieren sich repressive Regimes wie Weißrussland für das NetzDG und für ihre Internetschnüffelgesetze. Der Generalangriff auf die wirtschaftliche Freiheit findet im Übrigen auch unter dem Tarnbegriff Klimaschutz statt. Sie bedienen sich da zu einer radikalen Minderheit, wir hören das Brüllen hier, von Klimaapokalyptikern. Wohlstandsverwahrloste Ökomaxisten, so nennt die Neue Zürcher Zeitung Thema Schweiz. Auch darauf reiten Sie ja immer rum, um ein Klima von Panik und Ausnahmezustand zu schaffen. Das dient als Rechtfertigung für neue Steuern, wie zum Beispiel der CO2-Bepreisung, für neue Verbote, Gängelungen und massive Eingriffe in private Freiheits- und Eigentumsrechte. Es gibt keinen Klimanotstand. Verantwortungsvoller und sparsamer Umgang mit unseren Ressourcen ist dringend geboten. Ebenso die freie Erforschung neuer Technologien. Aber was Sie als Klimaschutz propagieren, ist pure Ideologie. Es ist keine Frage von Leben oder Tod, sondern von Freiheit, Freiheit oder Ökosozialismus. Zukunftstechnologien im Übrigen werden auch nicht am grünen Tisch erfunden, wie Sie sich das vorstellen. Abermilliarden an Subventionen wurden bereits sinnlos in die Energiewende gesteckt. Abermilliarden für Elektromobilität sollen folgen. Und damit soll eine nicht wettbewerbsfähige Technologie erst wettbewerbsfähig gemacht werden. Die Subventionen verzerren und behindern den Wettbewerb und die freie Entfaltung innovativer Kräfte. Sie führen zu Fehlallokationen von Kapital. Die Folgen dieser Politik werden wir noch jahrzehntelang ausbaden müssen. Und die Kaskade von Stellenstreichungen bei Automobil-, Energie- und Chemieunternehmen ist erst der Anfang. 20 000 Jobs weg bei Continental, 15 000 bei Bosch, 10 000 bei Mercedes, 9 500 bei Audi, 7 000 bei VW, 3 000 bei BASF. Und die Liste lässt sich lang fortsetzen. Und das ist nur die Spitze des Eisberges. Der Jobabbau setzt sich nämlich über die gesamte Wertschöpfungskette fort. Es trifft den produktiven Kern der deutschen Wirtschaft. Es trifft die Hersteller von Investitionsgütern, die Anlagenbauern, kleine und kleinste Zulieferer in der Fläche. Und das ist das Fatale. Durch Ihre Subventionspolitik finanzieren die Steuerzahler ihren Arbeitsplatzverlust nämlich selbst. Und das ist das Unverantwortliche an Ihrer Regierungspolitik. Wie Rot-Rot-Grün in Berlin derzeit den Wohnungsmarkt mit Mietobergrenzen, Enteignungsdrohungen und faktischen Einheitsmieten ruiniert, ist von DDR-Verhältnissen nicht mehr weit entfernt. Was die SPD auf Bundesebene plant, ist nicht besser. Massive Eingriffe in das Privateigentum durch Mietendeckel und Einschränkungen bei der Umlegung von Modernisierungskosten und die Grundsteuer. Statt diese anachronistische Steuer abzuschaffen, wird sie als Vorstufe der Enteignung genutzt, um Eigentum unrentabel zu machen. Und der Plan der Bundesregierung, Besitzer von Eigentumswohnungen auch gegen ihren Willen zu Dämmmaßnahmen oder zum Bau von Elektroautoladesäulen zu zwingen, schlägt in dieselbe Kerbe. Das muss man sich mal vorstellen, was Sie hier vorhaben. Denken Sie bitte an Ihre Redezeit. Ein einst prosperierendes Industrieland, das sich derart kopflos den Ast des eigenen Wohlstandes absägt, macht sich zum Gespött der Welt. Bitte kehren Sie um von Ihrem fatalen Irrweg. Vielen Dank, Frau Weidel. Nächster Redner für die SPD-Fraktion, Achim Post. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, ich habe mir schon Sorgen gemacht, Herr Garland, nach Ihrer Rede. Da war diesmal nichts von Ausflügen in die deutsche Geschichte, kein Untergang des Abendlandes. Zum Glück ist auch Frau Weidel, Verlass. Sie hat sich vorgearbeitet vom Marktradikalismus zum Rechtsradikalismus und ist damit zu ihrem Markenkern angelangt. Denn vor einem haben Sie ja Angst, vor einem haben Sie beide ja gemeinsam Angst, dass demnächst der Höcke vor der Tür steht. Kommen wir mal zum Haushalt. Ich habe in den letzten beiden Tagen den Reden, den Beiträgen, der Kritik, den Vorwürfen zugehört, die es gibt gegenüber der Großen Koalition, gegenüber diesem Bundeshaushalt, gegenüber den Schwerpunkten des Bundeshaushalts. Und wenn ich mal zusammenfassen darf, ganz objektiv natürlich, was eigentlich die Hauptkritikpunkte waren, würde ich mal sagen, stellen Sie sich für mich drei Punkte heraus. Erstens, da ist doch zu viel, da sei doch zu viel Klein-Klein bei dieser Koalition. Kein großer Wurf, alles zu wenig, alles zu spät. Zweitens, diese Koalition, diese Bundesregierung investiere zu wenig. Und drittens, eigentlich habe ja diese Koalition und eigentlich habe ja diese Bundesregierung ihr Pulver schon verschossen und für die zweite Halbzeit nichts mehr vor. Gehen wir, gehen wir doch mal auf den ersten Vorwurf ein, der Vorwurf des Klein-Klein. Ich weiß gar nicht, was es dagegen einzuwenden gibt, wenn man sich auch mit sogenannten kleinen Dingen befasst, wenn man sich damit befasst, was die Nöte, die Alltagssorgen von 83 Millionen Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland sind. Dagegen gibt es gar nichts einzuwenden, meine Damen und Herren. Und wenn Sie sich mal angucken, wie diese Große Koalition in den letzten 20, 21 Monaten ihre Arbeit angefangen und angegangen ist, dann haben wir uns um die kleinen Dinge gekümmert, aber auch um die großen. Wir haben in diesem Land 25, 30 Jahre über ein Einwanderungsgesetz geredet. Diese Große Koalition hat es auf den Weg gebracht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben seit Jahrzehnten über den Ausstieg aus der Kernkraft geredet, und zwar völlig zu Recht. Jetzt macht diese Koalition beides. Wir gehen aus zwei Großtechnologien heraus. Das als Klein-Klein zu bezeichnen, geht wohl an der Realität etwas vorbei, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dritter Punkt. Wir unterlegen das mit einem Strukturstärkungsgesetz, das wir hier in diesem Hause noch diskutieren werden, wo es darauf ankommt, einen Markenkern für die Bundesrepublik Deutschland daraus zu machen. Aus Strukturstärkung machen wir Strukturwandel, gelingenden Strukturwandel, liebe Kolleginnen und Kollegen. Viertens. Diese Große Koalition, Herr Lindner, hat einen Markenkern. Das stimmt. Das ist sozialer Fortschritt. Wie sollte all das funktionieren, wenn es keinen sozialen Fortschritt gäbe? Bei der Stabilisierung der Renten, mit der Grundrente und mit vielen anderen Dingen, die die Koalition auf den Weg gebracht hat. Zweiter Vorwurf. Über Ihre Jobperspektiven können wir auch noch einmal reden. Sie hätten ja Außenminister werden können oder Finanzminister oder Arbeitsminister. Ich bin froh, dass Sie nicht da sitzen. Sie haben sich heute beworben um etwas anderes. Das hörte sich eher an, als wollten Sie Senator verbauen und wohnen in Berlin werden. Aber das hat diese Stadt nun auch wieder nicht verdient, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zum Punkt. Diese Koalition investiere zu wenig. Wenn Sie sich einmal die Mühe machen, diesen Haushalt zu lesen, wenn Sie sich einmal die Mühe machen, zu gucken, was bei der Bereinigungssitzung herausgekommen ist, dann kann man nur sagen, diese Koalition investiert an allen Ecken und Enden. Allein im nächsten Jahr mehr als 43 Milliarden Euro in Investitionen, ein Rekordwert für die Bundesrepublik Deutschland, liebe Kolleginnen und Kollegen. 54 Milliarden Euro für den Klimaschutz, 100 Milliarden Euro bis 2023 für Bildung und Forschung. Das ist doch alles kein Pappenstiel. Das kann sich sehen lassen, was diese Bundesregierung, was dieser Bundesfinanzminister auf den Weg gebracht hat, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dritter Punkt. Die These, diese Koalition, diese Bundesregierung, diese Koalitionsfraktionen hätten ihr Pulver schon verschossen. Ich will Ihnen einmal eines sagen. Diese Koalition, beide Teile dieser Koalition, die CDU, CSU und die SPD-Fraktion, die SPD, die SPD und die FDP zu verhindern, muss man sich nicht zu dürfen. Wir haben noch viel vor. In diesem Land gibt es genug zu tun. Ich fange mit einer Sache an, die wir uns für die nächsten Jahre besonders auf die Fahnen geschrieben haben. Das ist der Schutz unserer Demokratie, der Kampf für Freiheit und Gerechtigkeit, der Kampf für einen demokratischen Rechtsstaat gegen alle, die diese Demokratie zerstören wollen. Das ist egal, ob das arabische Familienclans sind, ob das Neonazis sind, deutsche nazis sind oder ob das nationalisten sind und islamisten die mit terroristischen attacken diesen staat gefährden und zerstören wollen es gilt für alle und sie können sich alle liebe bürgerinnen und bürger auf diese koalition verlassen im kampf gegen rechts und gegen die feinde der demokratie der nächste punkt über den wir reden müssen und reden werden ist europa all das was wir hier besprechen was wir gestern besprochen haben was wir heute besprechen was wir in den nächsten beiden jahren machen werden geht nur mit europa das schicksal unseres landes liegt in europa und das schicksal europas liegt in diesem haus und in dieser bundesregierung und deutschland kann und wird noch mehr tun als wir bisher gemacht haben und ich will immer eins sagen vor 30 jahren vor 30 jahren war die große frage wie europa zusammenwachsen kann wie das neue europa zusammenwachsen kann jetzt 30 jahre später ist die große frage wie wir dieses europa zusammenhalten können liebe kolleginnen und kollegen und diese bundesregierung wird ihren beitrag leisten das zu tun mit einem ausbau der europäischen industriepolitik mit einem ausbau europäischer sozialpolitik und nicht zuletzt mit der vollendung der bankenunion und der reform der wirtschafts- und währungsunion wenn wir das alles machen wenn wir das alles machen liebe kolleginnen und kollegen dann können wir zuversichtlich und nur dann können wir zuversichtlich in die nächsten zwei jahre und in die nächsten zehn jahre gehen das geht nur mit dieser bundesregierung liebe kolleginnen und kollegen und wenn und wenn und wenn diese debatte wenn dieser haushalt wenn das was wir in den letzten zwei jahren eine überschrift haben kann dann ist das das zitat von johannes rau versöhnen statt spalten denn mit diesem haushalt versöhnen wir unterschiedliche interessen lagen mit diesem haushalt investieren wir mit diesem haushalt investieren wir auch in die zukunft und mit diesem haushalt investieren wir in forschung und technologie und klimaschutz deshalb zusammengefasst liebe kolleginnen und kollegen sie bitte zum schluss deshalb zusammengefasst das ist ein guter haushalt den bundesfinanzminister Olaf Scholz vorgelegt hat und sie können sicher sein ich bin sicher auch der nächste haushalt in diese bundesregierung vorlegt 20 21 wird ein guter haushalt sein schönen danken vielen dank achten post nächster redner für die fdp-fraktion otto fricke geschätzte frau vizepräsidenten meine damen und herren der haushalt ist das schicksalsbuch der nation und wenn man sich mit der frage des schicksals dieser nation befasst und das soll ja auch der sinn einer solchen debatte heute sein dann sollte man als erstes über die tatsachen und über die fakten sprechen und ich darf die mitglieder der großen koalition fragen sagen sie mal können sie mir eigentlich eine wirklich positive wirtschaftsnachricht aus diesem jahr nennen wirtschaftszahlen eine positive nachricht nicht das was vergangenheit ist herr brinkhaus sie berufen sich immer auf zahlen die in der vergangenheit und ich sag ihnen mal was das schicksal dieses landes im moment ist ifu geschäftsklimaindex geht runter 9,6 punkte brutto inlandsprodukt wir sind die letzten in europa mit italien wenn das ihr niveau ist bitte gerne auftragseingänge im verarbeiten gewerbe gehen runter selbst im baugewerbe das sie so rühmen gehen die auftragseingänge runter die industrieproduktion geht runter die kurzarbeit geht hoch die unternehmensinsolvenzen gehen hoch ja und das ist für sie das worüber sie heute nicht reden sie ignorieren das einfach ihr haushalt basiert darauf dass sie sich auf altem ausruhen und das was uns droht in keiner weise erwähnen und das ist keine zukunftsgerichtete haushaltspolitik das ist vergangenheit die fdp hat das dagegen in einem dreiklang gemacht und der dreiklang lautet entlasten tilgen und investieren und ja wir haben gezeigt mit 596 anträgen dass man den soli zum ersten ersten 2020 abschaffen kann der finanzminister hat das gestern in der rede auch wieder so geschickt getan ja wir wir senken ja den soli auch ab her finanzminister natürlich nur zum ersten ersten 2021 weil sie doch gar nicht entlasten wollen es ist ja okay dass man politisch darüber streitet dass sie sagen ich will den gar nicht ganz abschaffen sondern ich sage da oben gibt es so ein paar die belaste ich mit einer extra abgabe riskiere dass ich nach karlsruhe gehe aber warum machen sie das denn dann nicht so wie es versprochen wurde zum ersten ersten 2020 wenigstens für den teil wenigstens für die menschen die ihr paket ein jahr später erst trifft sie machen es deswegen nicht weil sie keine notwendigkeit sehen weil sie sagen ach das kann alles später kommen ich brauche mich gar nicht bemühen ich brauche mich gar nicht anzustrengen auch das ist nicht zukunftsgerichtet herr der finanzminister meine damen und herren bei der frage auch wie wir entlasten zeigen wir das mit anträgen zu einem flexiblen rentensystem wir zeigen es aber auch indem wir subventionen abbauen zukunftsgerichtet muss man immer wieder sehen wer subventionen zu lange hält bleibt in der vergangenheit diese regierung subventionen abbauen nein die erfinden eher noch welche neuen es wird keine subvention abgebaut auch da man bleibt in der vergangenheit haften nichts für die zukunft und dann gibt es immer so eine schöne sache das sind sogenannte ausgabereste für die das nicht wissen das ist das was die minister und ministerinnen sich einsparen und sagen auch das gebe ich vielleicht später aus diese fettpolster die wachsen das heißt da liegt geld wo man mal gesagt hat da wollen wir was für dieses land für die bürger dieses landes tun und was machen sie sie lassen es liegen weil ihnen eigentlich egal ist was in zukunft noch alles getan wird sondern weil sie sagen solange die zahlen sich schön anhören machen wir das aber was wirklich passiert interessiert uns nicht wirklich und dann das thema investieren bildung ja der etat steigt toll 18 millionen euro im vergleich zu 18 millionen euro das ist ihr zukunftsbild für eines der zukunftsthemen und das ist das was sie dann als besonders glücklich sehen und dann die frage dass sie sagen sie würden ja jetzt so toll die zahl kommt ja wieder in absoluten zahlen so viel investieren es ist wie immer auch da ist das herr stolz ein ankündigungsminister wir werden es auch dieses jahr leben er hat das letzte mal auch gesagt wir werden so viel wie nie investieren und jeder weiß doch jetzt hier schon der brinkhaus weiß es auch in der schneider weiß doch auch es wird nicht mehr investiert ein großer teil davon fließt nicht ab ihr stellt geld ins schaufenster sagt dann nachher auch können wir nicht gebrauchen nehmen wir weg ist eine globale minderausgabe investieren heißt dass das geld bei den bürgern bei den menschen ankommt und nicht dass man es ins schaufenster schreibt oder irgendwo noch hineinstellt wo man es eigentlich am ende gar nicht gebrauchen kann und dann und dann auch noch mal etwas auch da wieder der sehr elegant geschickte finanzminister der bei allem nie so ganz die unwahrheit sagt aber doch ein bisschen versucht sich vorbeizuschlängeln herr finanzminister finden sie eigentlich ist gut sich vor die bevölkerung zu stellen und zu sagen wir geben so viel wie nie aus zu verschweigen dass die investitionsquoten vor jahrzehnten viel höher waren sondern nur wegen des gesteigenden haushaltes die zahl haben finden sie es eigentlich gut dass sie sagen ich investiere indem sie das baukindergeld als investition in den haushalt stellen also wenn ein ehepaar ein haus kauft mit hilfe des baukindergeldes das bereits existiert das bereits seit 60 jahren existiert dann sagen sie ich habe mit der bundesregierung investiert ist das ihre vorstellung von investitionen bei der ganztagsbetreuung wichtige sache stellen sie aber eine milliarde hin und sagen wir haben eine milliarde investiert nichts davon wird investiert weil nichts davon wirklich dadurch investiert wird dass es ankommt sondern es wird nur in einen fonds überwiesen und mit der überweisung in einen fonds sagt olav scholz ich habe eine milliarde investiert das ist die art wie hier diese bundesregierung investition betreibt das ist zwanzigstes jahrhundert beim thema investitionen wir müssen aber darüber reden was investitionen im einundzwanzigsten jahrhundert sind das wäre ihre aufgabe eigentlich gewesen und dann die frage des ausgeglichenen haushaltes ja eine binse jeder haushalt ist ausgeglichen die frage ist wie kriegt man ihn denn ausgeglichen der finanzminister wie kriegen sie ihn ausgeglichen sie kriegen ihn mit ihrer koalition dadurch ausgeglichen dass sie sagen er ist ausgeglichen aber am ende des jahres dürfte ihr fünf milliarden nicht ausgeben so steht das im haushaltsbuch nennen sie dann globale minderausgabe aber es ist genau das es ist nicht ausgeglichen sie kriegen dadurch ausgeglichen dass alle minister um sie drumherum sagen müssen okay das machen wir nicht den plan den wir verkauft haben machen wenn ich die ausgabe machen wir nicht das kommt nicht beim bürger an das ist schon mal die frage wie sie aussehen und das zweite ist und sie haben es ja dann gestern ehrlicherweise auch gesagt aber auch da wieder hamburgisch geschickt nicht ganz die unwahrheit aber doch ja sagen sie dann wir nutzen die rücklagen damit meinen sie die asylrücklage wir nutzen die rücklagen die wir haben wir nutzen sie für eine expansive haushaltspolitik wortwörtlich der minister was heißt das Olaf Scholz gibt zu dass die erlaubnis sich stärker zu verschulden möglich ist das ist keine rücklage da liegt nirgendwo ein cent sondern es ist nur die erlaubnis aus vergangenen jahren noch mal zehn milliarden zusätzliche verschuldung zu machen sowas ist kein ausgeglichener haushalt sowas ist der einstieg in die neuverschuldung der bundesrepublik nach guten jahren die sie nicht genutzt haben und dann das klimapaket ich meine die eigentlichen gegner sitzen doch im menschlichen haushalt sitzen da auf der linken seite sind jetzt kaum noch welche da aber schau sich doch an sie haben vier gesetzentwürfe die sie in den bundesrat schicken und alle vier werden im vermittlungsausschuss landen und warum weil gesagt wird lieber Olaf Scholz dein haushalt interessiert uns nicht wir wollen mehr geld ist das im haushaltsplan drin nein es ist nicht im haushaltsplan drin und das zeigt und das ist das was bleibt frau vizepräsident ich sehe die zeit was bleibt cdu csu nebst spd haben viel für die vergangenheit gezahlt verwalten die gegenwart aber die zukunft bleibt ungestaltet eine solche regierung kann sich dieses land nicht weitere zwei jahre leisten herzlichen dank vielen dank otto fricke nächste rednerin für die fraktion die linke doris achelwillen sehr verehrte frau präsidentin liebe kolleginnen und kollegen auch medien politisch da sind wir inzwischen angekommen in dem bereich muss die bundesregierung mehr investieren ein verweis auf die kompetenz der länder der dann ja immer kommt reicht nicht mehr aus dafür passiert gerade einfach zu viel oder um es mit aktuellen worten von esther bejerano zu sagen die die ehrenvorsitzende der vvn bda ist das haus brennt ich war am wochenende auf der bundstadt braun demonstration in hannover die npd hetzte dort gegen die freie presse und den öffentlich rechtlichen auf ihrem fronttransparent zeigten sie das bild eines ihnen unliebsamen journalisten und zogen zum ndr wo er arbeitet zwei andere journalisten wurden ebenfalls im online verbreiteten demo aufruf zur ziehscheibe erklärt ihnen geht die solidarität meiner fraktion danke für eure arbeit andre aden julian feldmann und david janzen nach diversen vorfällen auf rechtsextremen demonstrationen wo journalistinnen und journalisten täglich angegriffen worden ist also die nächste eskalationsstufe erreicht nazis ziehen gegen die unabhängigkeit von presse und rundfunk mit marschmusik üblen fahrend teils vermunt durch die straßen danke an alle demokratinnen an alle antifaschisten und antifaschistinnen die in solidarität mit den betroffenen kollegen und den grundrechten auf die straße gegangen sind und traurig dass das inzwischen sein muss das ist aufgabe auch gerade dieses hauses die pressefreiheit aktiv zu schützen aber wo bleiben die signale die dem rechtsruck das fahrwasser abgraben es ist ein sehr schlechtes zeichen dass gerichte jetzt die pressefreiheit ausbuchstabieren müssen die beim g20 gipfel 2017 in hamburg durch ausladung von journalisten durch bundesbehörden außer kraft gesetzt wurde heute wäre eine gute gelegenheit sich für diese rechtswidriger aktion zu entschuldigen wir erwarten dass medienpolitik die für pressefreiheit einsteht auch im haushalt erkennbarer wird dass presserechte in behörden und polizeien mehr gewicht bekommen dass in qualität und transparenz investiert wird hierfür braucht und gibt es verschiedene wege haushaltsrelevant wurde ja jetzt sehr kurzfristig der vorstoß der großen koalition der auf indirekte presseförderung für vertriebskosten der zeitungsverlage setzt der haushaltsausschuss hat dafür vor zwei wochen 40 millionen euro beschlossen nachdem die verleger vorstellig wurden weil der mindestlohn eben mehr ausgaben bei der zeitungszustellung bedeutet die gelder sind gesperrt das wird dann immer so gemacht aber genau wo kein konzept da können diese gelder noch nicht ausgegeben werden und im koalitionsvertrag war in diesem sinne ja noch eine absenkung des rentenbeitrags für die zeitungszustellerinnen und zeitungszusteller vorgesehen was wir scharf kritisiert haben und dass diese idee dazu vom tisch ist oder wir hoffen dass sie vom tisch ist ist auf jeden fall schon mal gut und in diesem sinne ist die zustellungsförderung auch die auch eine verbesserung gleichzeitig muss man allerdings sagen eine pauschalsubvention pro zugestellten einzelnexemplar also modell gießkanne sorgt nicht annähernd für die sicherheit und die vielfalt von lokaljournalismus gerade im ländlichen raum was ohne zweifel nötig ist wir als linke stellen uns dagegen dass arbeitsbedingungen im medienbereich immer und immer prekärer werden oder regionen zu kreisen mit nur einer zeitung oder gar keiner zeitung werden um gegenzusteuern braucht es aber keine förderung für die stärksten der verleger sondern eine strategie für publizistische vielfalt den ausbau vernünftiger arbeitsbedingungen in den redaktionen die absicherung fairer löhne und sozialleistungen bis hin zu den zeitungsausträgerinnen und den erhalt von guten vor ort recherchierten journalismus die qualitätsförderung gegenüber journalistischen projekten steht in keinem verhältnis zu diesen ansprüchen gerade zwei millionen fließen in den haushaltstitel stärkung der medienkompetenz sowie schutz und strukturelle förderung journalistischer arbeit das ist klar zu wenig worüber wir stärker nachdenken sollten sind ganz neue perspektiven und ansätze modelle der gemeinnützigkeit um journalistischen nachwuchs zu fördern ich komme zum schluss apropos gemeinnützigkeit es ist alles andere als fair und demokratieförderlich zivilgesellschaftlichen vereinen wie attack als erstes dann kempegg und jetzt der vvn bda die gemeinnützigkeit zu entziehen als linke werden wir diese herabsetzung nicht akzeptieren wir fordern dass das finanzministerium diesen so wichtigen vereinbierenden status zugesteht diesen sie verdient haben vielen dank vielen dank frau kollegin achel will nächste rednerin für bündnis 90 die grünen anja heiduk frau präsidentin meine sehr geehrten damen und herren teil des kanzleramt etats den wir hier heute beraten ist auch der kulturbereich und in diesem haushalt wird es 84 millionen mehr geben gegenüber dem haushalt 2009 10 seit anfang der letzten legislaturperiode ist der kultur etat insgesamt um mehr als 50 prozent gestiegen ich erwähne das als mitglied des haushaltsausschusses weil wir viel im haushaltsausschuss auch noch zusätzlich für die kultur geht tun und meine fraktion findet das im grundsatz und weitgehend auch richtig schwerpunkte unserer impulse sind soziokultur erinnerungskultur und wir freuen uns auch dass es gelungen ist dann natürlich zusammen mit der mit den regierungsfraktionen für die initiative musik eine erhöhung durchzusetzen davon profitieren festivals und auch die sanierung von live musikspielstätten da sind viele gute punkte im kulturbereich gelungen ich möchte aber und das muss auch teil dieser debatte sein auch auf einen sehr prominenten punkt eingehen der ziemlich problematisch war und ist das ist das museum der moderne prominent ist dieser punkt weil wir in diesen haushaltsberatungen erfahren haben dass statt den angesetzten 200 millionen euro dieser bau in berlin nunmehr 364 millionen euro kosten soll mindestens diese steigerung das ist kein pappenstiel und die öffentliche berichterstattung hierüber war weitgehend sehr kritisch um nicht zu sagen vernichtend frau grütters sie haben da eine große verantwortung eine große aufgabe die akzeptanz für dieses große museumprojekt wieder ins positive zu lenken dazu fordere ich sie auch im namen meiner fraktion auf wir haben als grüne im haushaltsverfahren jetzt sehr genau nachgefragt wo kommen denn die steigerungen her im wettbewerbsverfahren wurde die grundrissfläche größer der baupreis das ist zuzugestehen der ist auch gestiegen in den letzten jahren wir haben zur kenntnis genommen dass die baugrube eine ganze menge geld kosten soll im übrigen dass die matthäus kirche dort in der nähe steht und das da als naturdenkmal eine platane steht das war schon immer bekannt kurzum ich will sagen wir erwarten dass in den nunmehr genaueren budgets jeweils reserven gebildet werden und ein aktives risikomanagement stattfindet wir grüne sind nicht gegen dieses museum der moderne das museum des zwanzigsten jahrhunderts aber wir haben als parlament die pflicht den menschen auch glaubhaft zu vermitteln dass die öffentliche hand auch im kostenrahmen bauen kann wir werden sie an diesen 364 millionen jetzt messen tun sie das ihre dafür auf unsere initiative haben wir im haushaltsausschuss durchgesetzt dass sie uns regelmäßig darüber berichten müssen und in diesem sinne hoffe ich dass dieses projekt jetzt wieder eine positive wendung nehmen kann aber dafür ist viel arbeit notwendig schönen vielen dank vielen dank anja heiduck nächster redner für die cdu csu fraktion alexander dobrenth sehr geehrte frau präsidentin liebe kolleginnen und kollegen während der debatte zum klimapaket hier deutschen bundestag hat es ja auch eine reihe von kommentaren gegeben die gemeint haben es gäbe keine großen unterschiede mehr zwischen den parteien man sieht sie nicht mehr so weil die union auch grün sein will und weil die grünen auch bürgerlich sein wollen meine damen und herren aber gerade die debatte und übrigens auch ihr parteitag vom letzten wochenende haben doch sehr klar gezeigt dass die grünen ihren wurzeln treu bleiben und dass die grüne trauerweite wieder frische verbots blüten hervorbringen herhofreiter sie haben es doch wieder deutlich gemacht diesel und benziner verbieten neue bundesstraßen verbieten gas heizungen verbieten ihr kollege stefan kühn hat gestern gesagt jetzt gleich ein straßenbaumoratorium erreichen sie haben ganz offensichtlich vergessen dass auch elektroautos straßen brauchen meine damen und herren und deswegen dieser haushalt auch so wichtig weil er nochmal klar macht wie stark wir in den klimaschutz investieren wie sehr wir dafür sorgen dass neue technologien entstehen um gegen den klimawandel anzugehen wir investieren 60 milliarden euro in den klimaschutz sie wollen verbote für 80 millionen deutsche das ist der entscheidende unterschied den es auch gibt hier deutlich zu machen und lieber tony hofreiter sie haben übrigens auch bei dem ganzen thema wenn es um die schuldenbremse geht hier ja entlarvend es heute noch mal von sich gegeben schuldenbremse erweitern das war ihre aussage von vorhin hier kollege hofreiter ich kläre ihnen das mal auf was das eigentlich bedeutet wir haben jetzt zum siebten mal keine neuen schulden wir haben die altlasten für die nächsten generation geschaffen wir sind bei der schuldenquote von 80 prozent jetzt runter auf 60 des bruttoinlandsprodukts das ist ein gutes signal weil es endlich wieder heißt dass wir die maastricht kriterien erfüllen aber das scheint ja für die grünen eine besonders schlechte nachricht zu sein denn sie haben ja in ihrem antrag zu ihrem parteitag noch mal deutlich gemacht dass sie jedes jahr 35 milliarden euro neue schulden machen das ist das was sie unter schuldenbremse erweitern verstehen das ist aber nichts anderes als dass sie das grundgesetz ändern wollen sie wollen die schuldenbremse im grundgesetz abschaffen das ist das eigentliche zeit den baden-württembergischen ministerpräsidenten stellen haben sie von der schwäbischen hausfrau offensichtlich überhaupt nichts gelernt es ist nichts anderes es ist nichts anderes als ein übler vertuschungsversuch wenn sie von einer erweiterung der schuldenbremse reden oder vom weiterentwickeln der schuldenbremse reden ich kann ihnen sagen wir werden es nicht zulassen dass sie die schuldenbremse schleifen genau wegen politiker wie ihnen haben wir die schuldenbremse ins grundgesetz reingeschrieben und übrigens ist genau dieser haushalt auch der gegenbeweis für all diejenigen die behaupten dass die schwarze null investitionen und entlastungen verhindern wir haben investitionen gesteigert wir haben mehr entlastungen als jemals zuvor wir haben rekordinvestitionen jetzt von 43 milliarden euro und wir entlasten auf rekordniveau von 70 milliarden euro in dieser wahlperiode sowohl beim soli abbau als auch bei der arbeitslosenversicherung als auch über das familienentlastungsgesetz also dieser haushalt ist ein echtes zukunftspaket für deutschland genau das was unsere land jetzt braucht und natürlich darf man jetzt auch darüber reden wie geht man mit einer neuen wirtschaftlichen situation um wie geht man damit um dass man feststellt die wirtschaftsdynamik geht etwas zurück die industrieproduktion geht etwas zurück wir nehmen natürlich war dass es kurzarbeit gibt dass es stellenstreichungen auch gibt und deswegen müssen die richtigen rezepte jetzt ergriffen werden aber was wird da in die politische debatte dann in die politische diskussion eingeworfen als vorschläge folgendes aktiver abbau unseres exportüberschusses beschränkungen für die deutsche automobilindustrie neue zollschranken und stopp für freihandelsabkommen das klingt ja wie ein wahlprogramm von donald trump sind aber die beschlüsse des grünen parteitags meine damen und herren und deswegen auch hier wir wollen dass deutschland exportweltmeister bleibt wir wollen übrigens auch dass wir mit klima technologien exportweltmeister werden wir wollen dafür sorgen dass das was wir uns hier technologisch ausdenken und entwickeln auch in die welt exportiert wird werden anders außer wir soll denn die welt mit klima technologie versorgen wenn wir nicht diejenigen sind die der exportweltmeister dafür sein sollen liebe herr hofreiter so deswegen habe ich trotzdem ihr angebot übrigens wahrgenommen sie haben angeboten dass man planungsbeschleunigung macht oder über planungsbeschleunigung reden kann planungsbeschleunigung ein thema das dringend notwendig ist wenn wir die investitionen die wir bereitstellen auch umsetzen wollen oder schnell umsetzen wollen da bin ich sehr dafür dass wir diese diskussion miteinander führen wir fangen gerne mit der schiene und der wasserstraße beginnen wenn sie mit der straße ein emotionales problem haben aber dann müssen sie auch die bereitschaft haben dafür zu sorgen dass wir nicht bei jedem einzelnen projekt alle schritte alle rechtlichen schritte bis zum exzess durchdeklinieren wer schnell sein will der muss auch entscheidungen treffen in dem fall und dafür sorgen dass das sofort passiert und nicht erst in jahren auch intensiver in den nächsten monaten führen müssen ist die frage wie wir mit der null zins politik und den negativ zinsen der europäischen zentralbank umgehen im klartext heißt das ist höchste zeit dass die geldpolitik der izb wieder vom kopf auf die füße gestellt wird da kommt immer sofort der hinweis wenn man darüber spricht dass es ja eine unabhängigkeit der europäischen zentralbank bank gibt ja das ist richtig und wir respektieren die unabhängigkeit der europäischen zentralbank wir fordern sie sogar ein diese unabhängigkeit der europäischen zentralbank aber unabhängigkeit heißt doch nicht staatsfinanzierung durch die hintertür unabhängigkeit heißt doch nicht geldpolitik im sinne der schuldenländer und unabhängigkeit heißt doch nicht dass sparer bestraft werden um haushalte zu sanieren meine damen und herren und deswegen ist unsere klare erwartung dass wir ein einstieg in den ausstieg aus der niedrigzinsphase einleiten und die neue präsidentin christine lagarde muss erkennen dass die aufgabe der ezb eine stabile geldpolitik ist und keine europäische ersatzstrukturpolitik wir brauchen übrigens auch um hier ein klares signal zu setzen eine nationale zinsagenda für private sparer das weiter so dass sparen bestraft wird kann keine dauereinrichtung sein und deswegen wir brauchen auch einen staatlichen sparbonus statt dem ezb sparmalus meine damen und herren da gibt es dringenden handlungsbedarf vielen dank alexander dobrenn nächster redner für die afd-fraktion martin renner grüß gott frau präsident präsident sehr verehrte damen sehr geehrte herren liebe zuschauer der etat der bundesbeauftragten für kultur und medien ist ein bereich in dem grundlegendes verkehrt läuft die begriffe nation und damit auch kultur nation sind ihnen zuwider anstatt beständig über angebliche klimaleugner zu schwadronieren sollten sie besser einmal über kultur leugnung sinnieren sie leugnen die bedeutung des nationalstaates und daraus folgt die geringschätzung und die missachtung der eigenen kultur doch die doch so wichtig ist für unsere identität sie maskieren dies mit schönen worten etwa förderung kultureller vielfalt oder diversitätsentwicklung ich nenne es verherrlichung des fremden und geringschätzung des eigenen ihre überall geförderte und geforderte vielfalt und diversität sind dabei unsere kultur zu perforieren zu zersetzen zu überlagern angebliche diskriminierung des fremden aber auch von minderheiten bekämpft man nicht indem man die mehrheit marginalisiert und das eigene verächtlich macht oder zur gänze negiert ich erinnere an ihre unsägliche ihre niederträchtige kampagne das ist so deutsch diese kampagne stellt eine derart dümmliche verleumdung unseres propriums unseres eigenen da dass sie sich dafür schämen sollten aber es sagt doch auch einiges über die historische philosophische und kulturelle begrenztheit ihres deutschlandbildes aus ein johann gottfried herde ist ihnen offenbar nur noch als bestandteil mancher schulnamen bekannt verächtlich machung des eigenen auf der einen seite und allgegenwärtiges moralisieren und permanentes aufzwingen einer maßlos überbetonten kulturellen vielfalt auf der anderen seite das ist das handwerk von ideologen genau das zieht sich quer durch ihre politik und liegt wie krematoriums asche über diesem haushaltskapitel kulturmarxismus pur ist das pure ideologie ihr nicht verstehen pui jawoll ihr nicht verstehen der kultur führt zum nicht erkennen ihre eigentlichen aufgaben nämlich des erhalts und der verteidigung unseres kulturell unserer kulturellen identität die doch die klammer des gemeinsinns der deutschen mehrheitsgesellschaft ist und damit auch die grundvoraussetzung für identifikation mit und der integration in unsere gesellschaft schafft ich sage das nicht um das eigene zu überhöhen und auch nicht um das fremde herab zu würdigen sondern ganz im sinne herders als gleichwertige koexistenz der kulturen in ihren jeweiligen angestammten kulturräumen das ist es was sie hier übergreifend eint sie schaffen deutschland ab und räumen höchsten feucht ihr one world phantasma ihre kultur- und medienpolitik ist die deutlich und sichtbarwerdung eines linksgrünen schüste milieus voller zeitgeistiger staatsgeldgieriger opportunisten sie übersehen dabei bewusst dass es sich hier eben nicht um die sogenannte zivilgesellschaft also den bürger handelt sondern um die führungsetagen und die feudalogen des politmedialen komplexes der wirtschaft der kirchen der gewerkschaften der ngos der institutionen und der vereine somit sollen die wertgeschaffenden bürger die nun mit kulturmarxistischer methodik zur scheinbar richtigen grün-linken gesinnung geführt und überwacht werden sollen in dresden wurden unersetzliche kulturschätze aus dem grünen gewölbe gestohlen in berlin ist es das linksgrüne politgewölbe selbst welches uns unsere nationale kultur und identität rauben will angeführt von einer kanzlerin in schwarz-rot gefärbter kleidung aber mit galle grünem innenfutter und ihren bootsmäßigen vielmals bunten helfershelfern ich sage ihnen kehrt um tut buße damit eure sünden getilgt werden dankeschön so jetzt ähm jetzt ähm möchte stopp ich möchte nur darauf hinweisen weil es offensichtlich missverständnisse gibt bei mir handelt es sich um eine präsidentin ähm das wollte ich einfach noch mal klarstellen weil bei manchen kollegen der fd-fraktion sich das immer noch nicht vermittelt hat ich weiß nicht woran das liegt an mir wahrscheinlich nicht nächster redner johannes karls für die spd-fraktion sehr geehrte frau präsidentin liebe kolleginnen und kollegen man hat ja wieder einmal gesehen was man hier rechts außen sitzen hat ehrlicherweise herr gauland sie haben ja mal gesagt dass er höcke in der mitte der partei angekommen ist das haben wir eben gerade gehört einen grund mehr diesen vereinen zu verbieten rechtsextremisten wie sie die stehen hier bisher frau weidel nur dass sie es einmal gehört haben was hier eben abgeleert worden ist ist unerträglich die krematoriums asche liegt über diesen haushalt was ist denn das für ein vokabular schämen sie sich denn überhaupt nicht rechtsextremisten wie sie sind eine schande für dieses land und wenn sie auch noch sagen dass deutschland sich selber abschafft sie sind gerade dabei den anstand in diesem haus abzuschaffen und das ist erbärmlich um auf die sachebene zurückzukommen lassen wir sie weiter quaken der kultur etat den diese große koalition zu verantworten hat ist stark ausgeweitet worden ich möchte ganz besondere ganz besonders das der cdu und csu danken für die gute zusammenarbeit franziska hilfs mit dir ist es immer eine große freude der etat spiegel ist ja auch wieder der kollege rehberg tut jetzt so als wäre er bescheiden aber als ein anteil daran wir alle haben es festgestellt das heißt wir haben ja einen kulturhaushalt vorgelegt die die frau staatsministerin jetzt entsprechend positiv und freundlich begleitet und exekutiert ich glaube dass das eine gute sache ist wenn man sich die ergebnisse anguckt dann ist zum beispiel besonders bemerkenswert das deutsche fotoinstitut in düsseldorf der goski hat ja hier die anregungen dafür gegeben der nordrhein-westfälische ministerpräsident liefert die kofinanzierung mehr große koalition geht doch gar nicht ansonsten ist es so dass wir insbesondere bin ich ganz besonders stolz darauf die mitteldeutsche stiftung schlösser und gärten für sachsen anhalt und thüringen gegründet haben wir haben sie ausgestattet in einem ersten sanierungsprogramm mit betriebskosten für 30 millionen vom bund 30 millionen von den beiden ländern das heißt da kann man die deutsche kultur erhalten man kann was vor ort tun für handwerk für tourismus für wirtschaft das ein sehr gelungenes paket man sieht also kultur funktioniert und wirkt auch in dieser großen koalition eine anmerkung sei mir gestattet ich glaube dass es wichtig ist auch wenn die verhandlungen schon lange geführt werden dass auch in diesem hohen hause klargemacht wird dass es keine entschädigung für die hohen zollern geben wird keinen cent für das was die abgeliefert haben ich glaube es ist klar dass das mit den sozialdemokraten nicht zu machen ist ein weiterer schwerpunkt in diesem haushalt ist die erinnerungskultur wir geben viel geld aus um insbesondere die stiftung aufarbeitung die gedenkstätte in hanemar die kz gedenkstätte neuengamme und die gedenkstätte deutscher widerstand zu stärken man hat ja gesehen dass die afd es dringend nötig hat vielleicht sollten sie häufiger mal vorbeigehen vielleicht lernt man dann ja mal was gerade ja genau als vorsitzender der kurd schumacher gesellschaft kann ich ihnen sagen er würde sich schämen für menschen wie sie unanständig ohne ende deswegen braucht man gerade in diesen so kommen wir mal bitte wieder runter und genau jetzt kommen wir mal wieder runter und mit mit kommen wir runter und überlegen mit welchen gesten wir uns gegenseitig äh signale aussenden so das war jetzt diplomatisch ganz wunderbar und alles auf meine redezeit frau präsidentin ich danke also gerade in diesen zeiten ist es wichtig dass man eine klare kante gegen geschichtsvergassenheit rechtsradikalismus und extremismus fällt ich glaube solange in diesem hohen hause menschen sitzen die eine zeit in der über 6 millionen juden systematisch ermordet wurden als vorgeschloss der deutschen geschichte bezeichnen weiß man dass erinnerungskultur notwendig ist solange in der afd leute das sagen haben die in bezug auf die nazizeit eine erinnerungspolitische wende um 180 grad wollen wir höcke braucht man mehr investitionen in erinnerungskultur solange genau die gleichen leute das mahnmal der juden eroberts als mahnmal der schande bezeichnen wir höcke braucht man mehr geld für kultur für aufklärung damit eben sowas nicht wieder vorkommen damit diese menschen keine zukunft keine chance haben und nicht mehr dem nächsten deutschen bundestag angehören vielen dank vielen dank johannes kahrs nächster redner hartmut ebbing für die fdp fraktion sehr geehrte frau präsidentin liebe kolleginnen kollegen natürlich freue ich mich ganz besonders als kulturpolitiker dass wir tatsächlich einen aufwuchs haben im kultur etat langsam bekommt der kultur etat die bedeutung die er haben soll denn wie schon unser alt bundespräsident richard von weizsäcker sagte kultur ist kein luxus den wir uns entweder leisten oder nach belieben aufstreichen können sondern der geistige boden der unsere innere überlebensfähigkeit sichert und dort ganz insbesondere auch gerade erinnerungskultur ist da wie wir sehen sehr wichtig nichtsdestotrotz müssen wir natürlich sorgsam mit den steuergeldern umgehen und diesem gebot hat staatsministerin grutters mit dem neubau des museums der moderne einen bären dienst erwiesen anstatt wie von der stiftung preußischer kultur besitz ursprünglich gewünscht ein bescheidenes und dennoch besonderes museum für die kunst des 20 jahrhunderts zu errichten hat sich frau grütters über alle experten meinung hinweg gesetzt jetzt wird das museum nicht nur 60 prozent größer sondern auch doppelt so teuer wie es ursprünglich geplant ist die staatsministerin betreibt politik nach guts herren art das ziel ist offenbar ganz eindeutig sich ein möglichst großes und sichtbares denkmal zu schaffen sie müssen sich noch mal vorstellen bis vor zwei tage vor der entscheidenden sitzung im haushaltsausschuss hatte die staatsministerin dem ausschuss noch nicht einmal eine detaillierte kostenaufstellung für die von ihr zusätzlich gewünschten 250 millionen euro vorgelegt aber die haushaltspolitiker der koalition scheint das offenbar gar nicht gestört zu haben denn sie haben dieses projekt ohne weiteres durchgewunken und da bin ich ganz auch bei frau heiduck die gerade hinten sitzt wir haben wirklich einfach probiert sachlich die kosten nachzuvollziehen was aber nicht für uns nicht möglich war ähnlich und unverständlich ist für mich und vermutlich auch einem großteil der bürgerinnen bürger die teils doch eigenwillige verteilung der gelder in der bereinigungssitzung so kommt es dann durchaus auch zustande dass die stadt hamburg in dieser sitzung die durch geisterhand eine zusätzliche kulturförderung des bundes in höhe von 36 euro pro einwohner erhält im vergleich dazu baden württemberg erhält nur vier bayern drei brandenburg sogar nur 2,2 euro 50 und rheinland-pfalz und nach meiner kenntnis saarland gehen glänzlich leer aus hier werden enorme summen für teils zweifelhafte projekte vergeben so fördert der bund nun mit einer hohen summe das reeperbahnfestival oder gibt geld aus für die neugestaltung des vorplatzes der michaeliskirche in hamburg sind solche projekte wirklich von nationaler bedeutung wie es eigentlich sein sollte wenn wir bundesmittel ausgeben oder kann es sein dass hier gezielt klientelpolitik betrieben wird vielen dank vielen dank kathmut ebbing nächste rednerin für bündnis 90 die grünen dr anna christmann sehr geehrte frau präsidentin liebe kolleginnen und kollegen auch wenn ich ihn persönlich leider nur sehr kurz kennenlernen durfte als vorsitzenden aus des ausschuss für digitale agenda möchte ich zu beginn auch im namen meiner fraktion meine tiefe bestürzheit ausdrücken mit jimmi schultz hat uns diese woche einer der pioniere der digital politik verlassen unser ganzes mitgefühl gilt seiner familie und seinen freunden wir wünschen viel kraft in diesen schweren stunden kräftigen ja liebe kolleginnen und kollegen wir sprechen heute in dieser debatte ja eben auch über den digitalhaushalt und das kann leicht vergessen gehen weil es diesen digitalhaushalt ja so richtig irgendwie auch nicht gibt nicht mal die staatsministerin die zuständig ist hat einen überblick wie viel wir eigentlich für digitalisierung ausgeben und da frage ich mich wirklich wie man ernsthaft von einer umsetzungsstrategie digitalisierung sprechen kann wenn man nicht mal eine ahnung hat wie viel geld überhaupt zur verfügung steht das ist keine digitalpolitik das ist das pure chaos und das scheitern war ja vorprogrammiert sie haben zu beginn eben versäumt klare strukturen zu schaffen stattdessen besagte staatsministerin für digitalisierung die weder ein budget hat noch wirklich durchsetzungskompetenzen hat das musste schiefgehen und jetzt kommen sie aber mitten in der legislaturperiode mit dem vorschlag auch vielleicht gründen wir ja doch noch ein digitalministerium die fdp freut sich darüber natürlich und grundsätzlich ist die erkenntnis ja richtig dass da sich was verändern muss aber jetzt mittendrin ein ganzes ministerium aufbauen zu wollen das kann doch wirklich nicht ihr ernst sein ich meine es dauert zwei jahre mal mindestens bis dieses ministerium handlungsfähig wäre so viel zeit haben wir nicht mehr wir brauchen jetzt mehr dynamik in der digitalisierung und dafür ist eben unser vorschlag sehr klar wir schlagen ein digital budget von 500 millionen vor das man sofort angehen könnte das wäre zusätzliches geld neben natürlich all den nötigen investitionen in infrastruktur in digitale verwaltung die alle dringend notwendig sind brauchen wir aber auch ein budget das zur verfügung steht für innovative projekte der einzelnen ministerien es muss eine motivation geben neue projekte aufzulegen die schnell starten können wir müssen ins ausprobieren kommen statt mammut projekte anzugehen die am ende nie fertig werden dafür brauchen wir ein digital budget und nicht weitere zwei jahre mit internen strukturen sich zu beschäftigen denn als grüne wissen wir sehr genau neben der ökologischen transformation ist die gestaltung der digitalen transformation eine der zentralen herausforderungen für die sicherung unserer zukunft da geht es um wohlstand dafür brauchen wir investitionen in digitale verwaltung in eine gute netzabdeckung und digitale bildung da geht es auch um soziale und nachhaltige innovation wofür wir gerne die digitalisierung stärker nutzen würden nutzen wir endlich dieses potenzial statt weitere zwei jahre zuständigkeiten zu sortieren denn wer gestalten will muss das heute tun im hier und jetzt vielen dank dr anna kristin nächste rednerin für die cdu csu fraktion patricia libs frau präsidentin kolleginnen und kollegen der mittwoch vormittag einer haushaltswoche wie dieser ist traditionell dem kanzleretat gewidmet mit mehr oder weniger viel temperament in einer generaldebatte über verschiedene aktuelle politische felder hinweg durchaus kontrovers so soll es auch sein ebenso traditionell folgt an dieser stelle wir haben es jetzt schon einige mal gehört ein weiteres thema welches nicht immer gleich im fokus steht welches eigentlich er verbindet als trennt und damit unser leben aber ebenso prägt nämlich die kultur und 120 millionen euro haben wir im haushaltsausschuss zusätzlich für 2020 beschlossen damit rund 150 projekte auf den weg gebracht und den etat der kultur staatsministerin im kanzleramt erstmals auf knapp zwei milliarden euro steigern können und kolleginnen und kollegen von der afd herrenner es gab noch nie so viel kultur des bundes wie heute darauf sind wir stolz und lassen sie mich bereits an dieser stelle den unzähligen kulturschaffenden für ihren einsatz und ihre kreativität oft im ehrenamt in diesem land ausdrücklich danken kultur bietet natürlich auch einen blick auf unsere demokratiegeschichte wie auf unsere erinnerungskultur in diesem jahr haben wir den mauerfall gefeiert und 100 jahre weimarer reichs verfassung gedacht im kommenden jahr erwarten uns die jubiläen 30 jahre wiedervereinigung jedoch auch 75 jahre ende des zweiten weltkriegs und damit das ende einer schrecklichen nazi herrschaft grund genug johannes kahrs hat es bereits angesprochen diesmal auch bei der erinnerungskultur schwerpunkt im haushalt zu setzen so fordern wir als zentrale orte der demokratieentwicklung in deutschland die sanierung der paulskirche in frankfurt ebenso wie das nationaltheater in weimar die städte der verfassungsgebenden versammlung 1919 einrichtungen wie das grenzmuseum schifflersgrund und vor allem den point alpha beides kooperationsprojekte der länder hessen und thüringen erinnern an der ehemaligen grenze nicht nur an die deutsche teilung sondern auch an die ehemaligen blöcke ost und west während des kalten krieges wir wollen im kommenden jahr beginnen mit der konzeption für ein mahnmal für die opfer kommunistischer gewalt und einem campus für demokratie auf dem gelände der ehemaligen stasi zentrale und besondere orte der erinnerungskultur aus dem dunkelsten kapitel unserer geschichte stellen die gedenkstätten in haderma da wo unzählige menschen den euthanasie verbrechen zum opfer fielen oder auch die gedenkstätte neungamme in hamburg ja kolleginnen und kollegen das gehört dazu aber natürlich unterstützen wir auch wie immer überregionale musikangebote museen ja auch das museum der moderne mit allen vereinbarten kontrollmechanismen wir unterstützen darüber hinaus kleinere und größere museen mit ihren jeweils einzigartigen angeboten wir unterstützen die kreativwirtschaft wir unterstützen natürlich die arbeit des verbandes der amateur musik ebenso wie die des deutschen chorverbandes und anderes mehr und kolleginnen und kollegen basis für ihre ihre arbeit und ihre motivation ist die verbriefte freiheit der kulturschaffenden in unserem land ein hohes gut und ich wende mich noch einmal an sie herrenner und kolleginnen und kollegen der afd diese menschen zersetzen nicht unser land diese führen es zusammen einen großen anteil am kulturhaushalt nehmen jedoch auch diesmal wieder zahlreiche investitionen in den erhalt der bausubstanz ein in unser erbe von der grillenburg in sachsen über den wasserturm in mannheim von der burganlage blankenberg oberhalb der sieg bis zur klosteranlage michelfeld in der oberpfalz sie stehen für viele mehr sie alle sind leuchttürme sie stiften identität und prägen ihre jeweilige region es ist unser erbe das wir gerne auch von bundesseite unterstützen und das es zu bewahren gilt kolleginnen und kollegen alles in allem sprache kunst bildung recht wissenschaft religion und die damit verbundenen baulichen einrichtungen aus der vielfalt unserer geschichte prägen unsere gegenwart kultur ist damit brückenbauer und botschafter zugleich auch deshalb ist diese gemeinschaftsaufgabe so wichtig und ich betone es noch einmal und wir haben es jetzt gerade gesehen vielleicht ist sie heute wichtiger wieder wichtiger denn je auch mein vielen dank gehört staatsministerin monika grüttes und ihrem ganzen team den kolleginnen und kollegen im ausschuss ganz besonders natürlich auch dem koalitionspartner lieber johannes wir arbeiten da wirklich gut zusammen und vor allen dingen allen stillen geistern die in den vergangenen wochen zum gelingen beigetragen haben kolleginnen und kollegen ich bin der überzeugung wir haben auch diesmal wieder ein gutes werk auf den weg gebracht verbessern ergänzen andere ideen kann man immer haben am ende sind die wünsche groß die mittel nicht immer in diesem ausmaß aber ich glaube wir sind einen großen und einen guten schritt vorangegangen mit diesem haushalt vielen dank vielen dank kollegin libs nächste rednerin für die afd-fraktion ruana kutta sehr geehrte frau präsidentin werte kollegen wir haben es auch heute wieder in vielen reden gehört die digitalisierung ist wichtig die digitalisierung bestimmt die tagesordnung die regierung möchte die digitalisierung aktiv voranbringen willkommen in der märchenstunde der großen koalition den schönen worten hier im plenum folgen allzu selten tatsächlich taten und dann meistens auf druck der opposition mit großem interesse habe ich den parteitag der cdu letztes wochenende verfolgt und wie erstaunt war ich als ich gehört habe dass sie plötzlich ein digital ministerium einrichten wollen ich weiß gar nicht wie oft sie an dieser stelle genau die einrichtung eines solchen ministeriums gefordert haben sie haben mir jedes mal erklärt das wäre keine gute idee jedes ministerium wäre ein digital ministerium und das wäre vollkommen ausreichend und jetzt möchten sie das digital ministerium sogar noch in dieser legislaturperiode einrichten was für ein erstaunlicher sinneswandel werte kollegen den ich aber ausdrücklich begrüße ich hoffe nur sie denken bei der umsetzung auch an die entsprechenden durchgriffsrechte und ressourcen sonst wird das wieder nichts doch auch nicht nur beim digital ministerium gab es einen sinneswandel auch beim thema dsgvo klingt die cdu plötzlich ganz anders die afd hat von anfang an darauf hingewiesen dass mit der datenschutzgrundverordnung zwar auf die großen namens google und facebook gezielt wurde es aber die kleinen betriebe und privatpersonen getroffen hat die mit diesem bürokratie monster völlig überfordert sind sie haben mich für diese feststellung letztes jahr hier ausgelacht liebe kollegen und nun lese ich dass die cdu kleinere organisationen nicht unnötig mit bürokratischen vorschriften belasten will und eine überarbeitung der dsgvo fordert was soll man da noch sagen afd wirkt ähnlich verhält es sich beim thema huawei auch hier hat die afd bereits einen antrag gestellt huawei vom 5g ausbau auszuschließen im hochsetziblen regierungsnetz ist der chinesische konzern nicht erwünscht wieso sollen wir ihn an unsere kritische infrastruktur lassen sie haben unseren antrag damals abgelehnt und nun auf ihrem parteitag plötzlich den weg für einen möglichen ausschluss von huawei geebnet die von ihnen beschlossenen sicherheitskriterien wird der chinesische konzern wahrscheinlich nicht erfüllen können ich bin gespannt wie frau merkel sich dann verhalten wird denn die hat ja bereits im vorfeld des parteitages gesagt dass sie sich nicht an den parteitagsbeschluss halten möchte wenn der huawei von anfang an ausschließt eine wirklich bemerkenswerte aussage bei der afd haben die mitglieder das sagen der parteitag ist das höchste entscheidungsgremium bei der cdu hören alle aufs kommando merken und das ist der grund für die desaströse politik und ein letzter punkt der haushaltsausschuss hat beschlossen die stiftung datenschutz nicht mehr zu fördern die stiftung die für aufklärung und bildung sorgt sie stülpen den menschen vorschrift um vorschrift über lassen sie bei der umsetzung alleine und nun geben sie denen keine gelder mehr die hilfe anbieten damit schwächen sie die bürgerrechte damit schwächen sie die freiheit der bürger und das ist eine schande aber es passt ins muster vielen dank vielen dank frau kollegin putter nächste rednerin für die spd fraktion svenja stadler sehr geehrte frau präsidentin liebe kolleginnen und kollegen liebe gäste auf den tribünen und vor den bildschirmen wie sie wissen am montag war der interne nationale tag gegen gewalt an frauen viele von ihnen haben dazu hin oder beziehungsweise darauf hingewiesen in pressemeldungen statements oder auf anderen kanälen gewalt gegen frauen geht uns alle an zu oft sehen wir weg hören nicht wirklich hin oder eben auch fragen nicht nach und verharmlosen jede dritte frau in deutschland hat in ihrem leben bereits einmal im jahr sexualisierte körperliche verbale oder eben auch emotionale gewalt erfahren das betrifft alle frauen und zwar aus allen sozialen schichten vor ein paar wochen kam ein vater auf mich zu und erzählte mir dass seine verheiratete frau äh quatsch seine verheiratete tochter seine frau nicht aber seine verheiratete tochter häusliche gewalt erfährt überwiegend verbal aber mehr und mehr auch eben durch körperliche übergriffe wie auch immer die aussehen und er fragte mich was kann ich tun ja was kann er tun wie viel spontan das hilfetelefon ein 0 8 116 0 16 eine nummer die auch sie sich merken sollten das ist eine anlaufstelle für betroffene frauen in notsituationen 365 tage im jahr 24 stunden kostenlos und anonym in 17 sprachen und wissen sie was wir fördern dieses und unterstützen dieses hilfetelefon mit über acht millionen in 2020 und nicht nur deshalb sondern auch aus diesem grund muss es eine dauerhafte professionelle niedrigschwellige hilfsangebotsform geben sei es für betroffene eben oder auch das umfeld mit franziska giffey haben wir eine tatkräftige familien und frauenministerin an unserer seite die dem thema die bedeutung gibt die es leider braucht sie hat im vergangenen jahr die initiative mit dem runden tisch gegen gewalt an frauen ergriffen und alle beteiligten bund länder und die kommunalen spitzenverbände zusammengerufen denn machen wir uns nichts vor dieses problem können wir nur gemeinsam lösen und deshalb ist es gut und richtig dass wir für das bundesprogramm gemeinsam gegen gewalt an frauen viel geld in die hand nehmen erstmalig investieren wir als bund in den kommenden vier jahren 120 millionen euro das geld fließt unter anderem im barrierefreien ausbau im umbau und neubau von frauenhäusern sowie beratungsstellen in ganz deutschland außerdem sollen neue räumliche kapazitäten und innovative wohnformen für frauen und ihre betroffenen kindern geschaffen werden ja auch kinder brauchen hilfe und unterstützung denn sie müssen diese bilder verarbeiten und wir wollen nicht dass kinder denken dass es normal ist dass gewalt an frauen normal ist und dass es eben sind frauen sind denen man gewalt antun kann das sind nur einige maßnahmen und sie werden mit sicherheit nicht ausreichen das streitet auch niemand ab aber es ist ein erster schritt und frau kollegin glauben sie eine zwischenfrage oder nein danke und wir dürfen die länder und kommunen nicht außer aus der pflicht nehmen denn sie müssen sich genauso gut und engagieren ich bin tatsächlich auf dem rechten ohr total blind und taub aber nicht also ich bin auf dem rechten ohr taub aber nicht auf dem rechten auge blind so zu den jährlichen 30 millionen euro kommen 2020 noch einmal fünf millionen euro hinzu mit diesem geld besteht die möglichkeit neue konzepte zur schließung von lücken in hilfesystem und innovative praxis modelle zu unterstützen von betroffenen frauen mit ihren kindern auch diese zu erproben 2017 hat die bundesrepublik deutschland die istanbulkonvention anerkannt und artikel zehn formuliert weitreichende anforderungen an dem aufbau einer struktur die staatlichen maßnahmen zur bekämpfung von gewalt gegen frauen koordiniert monitorisiert und evaluiert und mit 800.000 euro starten wir im nächsten jahr eben diesen aufbau einer unabhängigen monitoring stelle und soll ich ihnen was sagen das ist gut und das ist richtig und es wird zeit was wir auch brauchen brauchen wir brauchen einfach das wissen warum ist denn die gewalt an frauen da und warum gibt es menschenhandel und wie passiert das und all das soll eben in dieser monitoring stelle erarbeitet werden dieses wissen muss erhoben werden und in einem gesamten kontext gestellt werden und damit können wir dann lücken im system identifizieren oder fehlentwicklungen auch sehen und dann passgenaue maßnahmen entwickeln für frauen und auch für einzelne frauen die eben gewalt erfahren und sie dadurch unterstützen keine frau ich sage ihnen keine frau ich sage hat es verdient dass ihr gewalt widerfährt keine frau weder verbal noch körperlich oder sexuell und jetzt liebe männer hier im saal und an den bildschirmen lehnen sie jede gewalt gegen frauen ab jede gewalt behandeln sie frauen gleichberechtigt lösen sie doch sorgen und probleme anders aber gucken sie nicht weg und schweigen sie nicht wenn uns das gemeinsam gelingt uns das heißt den männern und den frauen wenn uns das gemeinsam gelingt nicht wegzugucken nicht zu schweigen dann sind wir doch zusammen stärker gegen gewalt und ja ich komme jetzt zum schluss in dieser woche verabschieden wir nun einen haushalt 2020 einen sogenannten wie ich finde zusammen haushalt zusammen für den klimaschutz zusammen für soziale gerechtigkeit zusammen für gleichwertige lebensverhältnisse zusammen für demokratie und vielfalt zusammen für europa und gemeinsam gegen gewalt an frauen was soll ich also sagen liebe kolleginnen und schluss ja ich komme genau ja zum schluss die koalition sieht probleme packt an und setzt um und so geht gutes regieren vielen dank vielen dank svenja stadler die bundesregierung hat was geschafft was selten ist sie hat es geschafft dass arbeitgeber und gewerkschaften gemeinsam eine erklärung verfasst haben dass deutschland doch endlich mehr und zwar deutlich mehr investieren soll beispielsweise auch in neue technologien in die erneuerbaren energien der korps wird lauter ob arbeitgeber ob gewerkschaften ob oecd ob europa alle sagen die deutschen sollen mehr investieren nein aber die groko hält fest an ihrem neoliberalen dogma der schwarzen null dabei müssten wir doch jetzt gerade dringend so viel investieren in unsere zukunft in unsere köpfe und in das leben der menschen die jung sind und sozusagen das land irgendwann übernehmen werden aber es ist auch ohne ohne schulden eine menge geld da darüber wird meistens nicht diskutiert beispielsweise haben wir 40 bis 60 milliarden die wir jedes jahr ausgeben für subventionen die gesundheits- und umweltschädlich sind wir häufen diese subventionen ab an aber wir bauen sie nie ab ein ziemlich großes fass wo man geld rausnehmen könnte oder nehmen wir mal das verteidigungsministerium und für das militär die erste amtshandlung oder eine der ersten amtshandlungen der verteidigungsministerin war es in die usa zu reisen und nochmal deutlich zu machen dass sie auf jeden fall die zwei prozent des bundes inlandsproduktes für verteidigung ausgeben will das bedeutet das das bedeutet dass wir 68 milliarden in zukunft fürs militär und für verteidigung ausgeben sollen schon jetzt sind es 45 milliarden und mit den beiden letzten haushalten sind 6,5 milliarden dazugekommen 6,5 milliarden in eine rüstungsspirale die die welt unsicherer macht und nicht sicherer macht und die nicht für unsere zukunft bestimmt ist auf der anderen seite stehen gerade mal trotz der erhöhung drei milliarden für umwelt und klima in diesem haushalt zur verfügung und vor allen dingen wenn man sich den haushalt mal genauer anguckt fast die hälfte dieser drei milliarden ausgegeben für atomsicherheit und für die endlagerung also auch wieder für die vergangenheit und nicht für die zukunft und dieser haushalt passt trotzdem 15 mal in den militärhaushalt rein das heißt wir haben doch die situation im augenblick dass wir eher in die vergangenheit investieren dass wir eher in unsicherheit investieren und dass wir nicht in die zukunft investieren wir bräuchten ein riesen ein großes projekt früher hat man immer vom auf landung auf dem maß auf dem mond projekt gesprochen aber es ist egal wie man es nimmt ich fordere dass wir zwei prozent also diese 68 milliarden für einen green new deal für einen sozialen green new deal ausgeben jedes jahr für ein zukunftsprojekt was in bildung in forschung und was in erneuerbare energien und in klimaschutz investiert und in die soziale sicherheit das wäre ein projekt wo wir bepumpen könnten das wäre ein projekt wo wir die zukunft sichern müssen und genau das verlange ich von dieser bundesregierung da endlich umzusteuern vielen dank vielen dank marco bülow nächste rednerin für die cdu csu fraktion nadine schön sehr geehrte frau präsidentin liebe kolleginnen und kolleginnen das ist keine haushaltsdebatte wie der andere denn mit diesem haushalt starten wir in das nächste jahrzehnt ein jahrzehnt das darüber entscheiden wird ob wir künftig eine relevante rolle in der welt spielen ein jahrzehnt das darüber entscheiden wird ob wir in punkto innovation und wirtschaft führend sind oder am tropf anderer hängen und ein jahrzehnt das uns auch gesellschaftspolitisch fordern wird und unser ziel als cdu csu fraktion ist es dass wir im jetzt vor uns und dann hinter uns liegenden zehn jahre zurückschauen sagen ja 2020 gab es eine wirtschaftlich unruhige zeit und auch gesellschaftliche spannungen aber wir haben es geschafft neue dynamik zu bekommen wir haben es geschafft das riesengroße potenzial das in unserem land liegt und das auf unserem kontinent liegt zu entfachen und zu nutzen und wir haben es geschafft mit einer positiven zukunftseinstellung als gesellschaft insgesamt voranzukommen und dabei zusammenzuwachsen das ist unser ziel für 20 30 und das ist unsere aufgabe für die nächsten zehn jahre was brauchen wir dafür wir brauchen dafür vor allem mehr selbstbewusstsein in deutschland und in europa und eine neue haltung denn fakt ist wir kreisen zu sehr und um uns selbst die dynamik der it giganten aus dem silicon valley betrachten wir mit faszination und die empörkömmlinge aus china mit einer gebotenen skepsis wir müssen aber global denken und brauchen einen eigenen europäischen weg zwischen usa und china einen weg der auf unseren werten basiert wo wir aber trotzdem wettbewerbsfähig sind wir brauchen einen sprung nach vorn und dieser haushalt den wir heute verabschieden setzt hier ganz entscheidende akzente mit gaia x hat sich peter altmaier auf den weg gemacht eine eigene europäische dateninfrastruktur und damit auch ein neues europäisches selbstbewusstsein in der digital politik zu entwickeln mit den ausgaben für bildung und forschung klettern wir auf ein neues rekordniveau auf einen neuen höchststand und wir probieren ganz neue sachen wie etwa die agentur für sprung und innovation die dafür sorgen wird dass schneller aus ideen tatsächlich geschäftsmodelle werden und als unionsfraktion denken wir weiter mit der digital chata die wir als partei am letzten wochenende auf unserem parteitag verabschiedet haben schlagen wir einen eigenen einen ganz neuen ansatz vor und leiten damit einen paradigmenwechsel ein statt auf datensilos und login effekte wie aus den usa setzen wir auf offene standards offene schnittstellen auf die vielfalt unserer start ups und unternehmen und auf europäische souveränität dort wo es notwendig ist weg von der datensparsamkeit hin zur datensouveränität das ist unser digital politischer ansatz den wir vorschlagen für deutschland und auch für europa und das ist der vorschlag den wir machen von dem wir glauben dass er den unterschied macht zwischen usa und china und dass es unser europäischer weg sein kann wir brauchen zum zweiten investitionen investitionen in zukunft und deshalb bin ich unserem fraktionsvorsitzenden dankbar dass er bei den verhandlungen zur grundrente gesagt hat wir können nicht nur in rente und in die bevölkerung investieren das sind wichtige sachen wir müssen aber auch dafür sorgen dass wir in zehn jahren hier noch jobs haben dass wir wettbewerbsfähig sind dass wir zukunft haben und deshalb hat ralf brinkhaus dafür gesorgt dass wir als deutschland zehn milliarden vc zehn milliarden investitionskapital zur verfügung stellen damit neue geschäftsmodelle entstehen und wachsen können zehn milliarden aus deutschland fünf milliarden aus frankreich auch das ist ein deutliches zeichen hin zu einem neuen digital politischen weg und ein neuen selbstbewusstsein gegenüber usa und china und diese zukunftsinvestitionen die braucht es mehr das tun wir auch im breitbandausbau im mobilfunkausbau beim digitalpakt schule bei vielen anderen zukunfts- und innovationsthemen und ralf prinkhaus hat es gesagt hier liegt unsere priorität als union fraktion alle anderen themen sind wichtig aber die investitionen in die zukunft entscheiden über die zukunftsfähigkeit unseres landes und entscheiden darüber ob wir 20 30 auf gute zehn jahre zurückblicken werden und das kann es sein liebe kollegen von den grünen und anderer parteien dass sie die einzige idee die sie haben für zukunftsinvestitionen die ist dass man einfach neue schulden macht auch das ist politik auf dem rücken der nächsten generation wir müssen es doch schaffen zukunftsinvestitionen zu stemmen und trotzdem die schwarze null zu halten das was wir geschafft haben eine tolle erungenschaft dass wir keine neuen schulden machen können wir doch nicht einfach so über bord werfen sobald es mal ein bisschen schwierig wird unsere aufgabe ist dass wir beides schaffen zukunftsinvestitionen und ein ausgeglichener haushalt und das zwingt uns dann vielleicht auch mal dazu darüber nachzudenken ob wir nicht strukturell etwas ändern müssen in unserem land es ist ja nicht so dass wir nicht genug geld hätten wir sehen doch nur dass wir das geld nicht ausgeben können dass wir offensichtlich strukturelle probleme haben die dazu führen dass wir zu langsam sind dass es nicht vorangeht dass die menschen das gefühl haben wir kreisen nur unter uns selbst und bekommen keine investitionen mehr auf die straße und ein bisschen stimmt das ja auch und deshalb müssen wir weg von der absicherungsmentalität wie viele gesetze haben wir in deutschland und in europa in den letzten jahren geschaffen die nur dazu dienen uns abzusichern datenschutzgrundverordnung fühlen sie sich wirklich besser geschützt von der datenschutzgrundverordnung die meisten werden das mit nein beurteilen wir brauchen ein neues datenschutzregime was zwar den einzelnen schützt was es aber trotzdem möglich macht mit daten zu arbeiten und deshalb setzen wir mit der digitalkarte auf datensouveränität auf daten treuhänder tun und auf daten portabilität das ist unser neuer ansatz das schützt die menschen ermöglicht aber innovation hier brauchen wir einfach auch mal strukturelle veränderungen nicht nur mit geld kann man die probleme nicht allein lösen wir brauchen einen ermöglichenden staat einen agilen und innovativen staat der auch mal sachen ausprobiert der experimentierräume eröffnet und es ermöglicht dass menschen auch mal fernab von festgefahrenen regulieren neue geschäftsmodelle neue innovationen ausprobieren können und deshalb bin ich dankbar dass peter altmaier mit dem reallaboren genau diesen weg geht das brauchen wir viel mehr wir brauchen mehr mut mehr zukunftsfreude mehr zu und wir brauchen auch das ende ihrer rede und das ist unsere aufgabe für die kommenden jahre damit wir 20 30 auf zehn erfolgreiche jahre zurückblicken können das ist unsere aufgabe machen sie alle mit vielen dank nächste rednerin ist dr frauke petri sehr geehrte präsidentin sehr geehrte damen und herren die welt schläft nicht haben sie Frau Bundeskanzlerin, auf dem CDU-Parteitag gesagt. Aber wer nicht schläft, ist nicht zwingend wach. Betrachtet man die politische Lage abseits der deutschen Medienöffentlichkeit, wird eines klar. Unter dieser großen Koalition verschlafwandelt Deutschland seine Zukunft, während andere Nationen hellwache Politik betreiben. Während die Weltmächte in Syrien die Karten neu mischen, klammern sie sich an moralische Appelle, die in Kriegszeiten noch nie funktioniert haben. Während das Christentum im Nahen Osten ausgelöscht wird, haben sie den Verfolgern massenweise Schutz geboten. Während die Welt die Wertlosigkeit des Iran-Deals erkannt hat, haben sie bis zum letzten Moment daran festgehalten und unseren israelischen Verbündeten dupiert. Und in der UNO heult der Außenminister mit anti-israelischen und anti-amerikanischen Wölfen. In der Europäischen Union überlassen wir das Feld dem französischen Präsidenten Macron. Nicht Frau von der Leyen, sondern Frau Lagarde ist die eigentliche Chefin der Europäischen Union. Die Finanz- und Wirtschaftspolitik des Kontinents wird in den kommenden Jahren eine französische und damit keine sparsame sein. Schlafwand überlassen Sie ihr die deutschen Sparschweine. Das nämlich zeichnet den Schlafwandler aus. Er kann begrenzte Absichten fassen und handeln. Was ihm fehlt, ist ein Gefühl für die Folgen. Nirgendwo erfüllen Sie diese Diagnose so entschieden wie in Ihrer sogenannten Klimapolitik. Sie betrügen die Bürger und nutzen den allgegenwärtigen Klimawandel ganz ohne Not für Steuererhöhungen und die Abschaffung wirtschaftlicher und bürgerlicher Freiheiten. Wenn wir erwarten, in einigen Jahren die Katastrophenszenarien ausgeblieben sind, werden die wirtschaftlichen Schäden dennoch irreversibel und Deutschland im weltweiten Vergleich weiter abgestiegen sein. Sie wollen das Elektroauto verzichten auf die Speicher und die erforderliche Grundlast. Sie wollen eine seriöse Energie- und Umweltpolitik betreiben, laufen aber den Demagogen auf der Straße hinterher. Sie wollen Weltmarktführer saubere Energien sein, besitzen aber keine Schlüsselressourcen, ob Lithium, Kobalt oder seltene Erden. Die energiepolitische Unabhängigkeit von Kohle und Kernkraft tauschen Sie lieber gegen die Abhängigkeit von China und Drittweltländer ein. Das Ende des bolivianischen Lithium-Deals ist die Bankrotterklärung Ihrer planerischen Zukunftsstrategie. Anstatt aus solchen Debakeln zu lernen, hintertreiben Sie in den Entwicklungen alternativer Technologien, wie zum Beispiel den erneuerbaren Ökodiesel. Die Verwerfung in Ihrer Weltrettungspolitik richtet sich dabei gegen die Schwachen, die Armen und die Familien. Ihre Revolution gegen den Individualverkehr trifft zudem alleinerziehende Frauen und Väter. Elektroautos sind der Luxus der Reichen. Mittelständler und Handwerker leiden darunter ebenso wie die Bauern, die gestern vor dem Brandenburger Tor rebellierten. Sie machen eine Politik für die wenigen Zehntausend gegen die Mehrheit im Land und opfern die Vernunft auf dem Altar der Ideologie. Wie die Politik ohne Folgenabschätzung aussieht, haben Sie am Freitag gezeigt. Es sei wichtig, so sagten Sie, nicht die falschen Menschen einzuladen. Dabei spalten Sie mit der irrwitzigen Umsiedlung Hunderttausender geringqualifizierter aus dem Mittleren Osten und Afrika unser Land und den Kontinent. Christliche Konvertiten dagegen werden von Behörden abgeschoben und werden als Glaubensabtrünnige in ihrer Heimat verfolgt. Das ist keine Gerechtigkeit, Frau Merkel. Das ist keine Strategie. Das ist das blanke Recht des Stärkeren, dem diese große Koalition den Weg geebnet hat. Trotzdem predigen Sie weiter eine offene Gesellschaft, ohne zu erklären, dass ihre vermeintliche Toleranz und Offenheit ein Freibrief für archaische Lebensweisen, für Unterdrückung von Frauen und die Zerstörung der europäischen Kultur sind. Polizisten, Richter und Staatsanwälte kapitulieren längst vor kriminellen und mafiösen Clan-Strukturen, vor Gewalttätern, Vergewaltigern, vor Schlägern der Antifa, die jüngst in Leipzig eine wehrlose Frau dafür verprügeln, dass ihre Firma Wohnungen bauen will. In Dresden hatte der Wachschutz des grünen Gewölbes noch nicht einmal eine Dienstwaffe. Mit den Mitteln unseres Rechtsstaates kommen wir gegen die offen zur Schau gestellte Verachtung für unser westliches Denken und Leben schon längst nicht mehr an. Ich appelliere an Sie, Frau Bundeskanzlerin, hören Sie auf zu schlafwandeln. Wenn Sie keine positive Vision für unser Land und für Europa haben, dann überlassen Sie endlich anderen das politische Ruder. So können Sie Ihre Verantwortung für Deutschland am besten wahrnehmen. Vielen Dank, Frauke Petry. Nächster Redner Martin Rabanus für die SPD-Fraktion. Herzlichen Dank, liebe Frau Präsidentin. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch in diesem Jahr diskutieren wir im Rahmen der Generaldebatte Aspekte von Kultur und Medien, den Geschäftsbereich für Kultur und Medien. Das finde ich gut so. Man kann gleich am Anfang sagen, heute ist auch ein guter Tag für die Kultur- und Medienschaffenden in diesem Land. Denn schon der Regierungsentwurf war auf Rekordniveau. Und der Deutsche Bundestag hat jetzt noch mal knapp 130 Millionen Euro draufgelegt auf den Kulturetat. Damit erreicht er eine Rekordhöhe von fast zwei Milliarden Euro, zu denen dann noch fast 900 Millionen investive Mittel hinzukommen. Das ist eine erhebliche Steigerung noch einmal zum letzten Jahr. Und das ist eine gute Nachricht für die Kultur- und Medienschaffenden in Deutschland. Und es ist zugleich auch ein Moment, ein Sockel, auf dem wir jetzt nach zwei Jahren stehen, der Anlass dazu gibt, eine Zwischenbilanz zu ziehen. Ich sage bewusst Zwischenbilanz, liebe Kolleginnen und Kollegen. Für die SPD war es immer wichtig und bleibt es wichtig, zur Verbesserung der sozialen Lage der Kulturschaffenden in diesem Land beizutragen. Deswegen war es auch eine der ersten Maßnahmen, dass wir mit dieser Bundesregierung den Zugang für kurzfristig Beschäftigte zur Arbeitslosenversicherung verbessern konnten. Und das ist auch gut so. Es wird auch weitergehen mit der Verbesserung der sozialen Lage der Kulturschaffenden, indem wir jetzt schauen, dass wir die sogenannten unstetigen Beschäftigten auch noch besser sozial absichern können, als das im Moment der Fall ist. Ein weiterer wichtiger Punkt auch der Koalition insgesamt ist die Stärkung der Kultur im ländlichen Raum. Das haben wir uns im Koalitionsvertrag vorgenommen, als einen Teil einer neuen Agenda für Kultur und Zukunft. Und genau darum geht es am Ende auch. Wir wollen die Lebensverhältnisse in Stadt und Land in allen Bereichen unseres Landes aneinander angleichend harmonisieren. Deswegen haben wir da eine Menge gemacht als Koalition. Ich nenne beispielhaft das Programm Landkultur, in dem wir in diesem Jahr schon zahlreiche Kulturprogramme in der Region fördern können. Und in dem wir in diesem Jahr auch 5 Millionen Euro für ein Sofortprogramm Kino bereitstellen konnten. Und die Mittel werden in 2020 in Höhe von 10 Millionen wieder zur Verfügung stehen. Dazu gehört auch die Ausweitung des Investitionsprogramms in nationale Kultureinrichtungen, vormals beschränkt auf den Osten Deutschlands, jetzt ausgeweitet auf Gesamtdeutschland und ausgestattet im Jahr 2020 mit 20 Millionen Euro. Dazu gehört auch das Zukunftsprogramm Kino, das wir jetzt starten in diesem Jahr 2020. Und dafür insgesamt 17 Millionen Euro zur Verfügung stellen können. Auch das kommt insbesondere den ländlichen Regionen nicht nur, aber insbesondere auch der Kultur im ländlichen Raum zugute. Dazu gehört aber auch das Denkmalschutz-Sonderprogramm des Bundestages, das wieder aufgelegt worden ist. Erneut stehen 30 Millionen Euro, dank auch des Einsatzes unserer Haushaltspolitikerinnen und Haushaltspolitiker für denkmalpflegerische Maßnahmen in der Region zur Verfügung. Zu den kulturpolitischen Großbaustellen will ich jetzt gar nicht so viel sagen, weil das hinreichend schon in der Debatte geschehen ist. Ich hoffe und freue mich dann auch, wenn im nächsten Jahr das Humboldt-Forum produktiv gehen kann, für das der Haushaltsausschuss ja auch nochmal in die Tasche greifen musste. Aber ich bin da guter Dinge und ich hoffe auch, dass das Museum der Moderne, das uns nicht nur Strahlen auf die Gesichter gebracht hat, sondern auch einiges am Kopf zerbrechen auch jetzt in dem gefundenen Finanzrahmen bleiben wird. Ich möchte auf zwei Punkte in der Erinnerungskultur, auf die schon eingegangen ist, auch nochmal hinweisen. Zum einen bin ich wirklich froh, dass es gelungen ist, das Programm Jugend erinnert nochmal zu stärken und fünf Millionen Euro zur Verfügung zu stellen. Und zum anderen freue ich mich auch, dass die Gedenkstätte Hadamar als eine der wichtigen NS-Gedenkstätten auch mit über fünf Millionen Euro jetzt einer Generalsanierung unterzogen werden kann. Aber auch im Bereich der Medien, meine sehr verehrten Damen und Herren, sind Herausforderungen, die wir meistern müssen. Die Anforderungen an Medienschaffende wachsen durch zunehmenden Populismus, durch Fake News, durch die Digitalisierung. Freier und unabhängiger Journalismus wird immer schwieriger. Deswegen haben wir uns als Koalition auch da eine ganze Reihe von Punkten vorgenommen, die ich nur stichwortartig nennen möchte. Da geht es im nächsten Jahr um die Umsetzung des Urheberrechts, was für Verlage, für Journalisten und Kreative wichtig sein wird. Da geht es um die Erhaltung des Pressekorso, um neue Finanzierungsmodelle regionaler und überregionaler Medien. Da geht es auch um die Durchsetzung von qualitativen journalistischen Inhalten und der Abgrenzung zu solchen, die es nicht sind. Gerade in Zeiten von Fake News müssen wir dem Wirken von Rechtspopulisten durch Qualität und Offenheit und Meinungsfreiheit entgegenwirken. Schließlich freue ich mich auch, dass wir ganz konkret schon Förderungen auch für Verlage und Medienschaffende in den letzten Wochen auch schon durchsetzen konnten. Wir haben den reduzierten Mehrwertsteuersatz im Jahressteuergesetz auch für die digitalen Verlagsprodukte zugänglich gemacht. Und wir haben jetzt auch eine Förderung der Zustellerinnen und Zusteller für Zeitungen und Anzeigenblätter im Haushalt. Letzter Satz, werte Frau Präsidentin. Neben all dem ist es uns auch gelungen, die deutsche Welle auf Rekordniveau auszustatten, als unserer starken Stimme in der Welt für Deutschland. Das ist eine Menge, das, was wir getan haben. Eine Menge ist noch zu tun. Packen wir es gemeinsam an. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Martin Rabanus. So, wir haben jetzt noch zwei Rednerinnen, die reden wollen. Und ich bitte die Kollegen und Kolleginnen, Platz zu nehmen und diesen Reden ihre Aufmerksamkeit zu schenken. Das gilt zum Beispiel für Herrn Dobrindt, das gilt für Herrn Hofreiter, für Herrn Brinkhaus, für Herrn Grosse-Brömer, für Herrn Kubicki. Nein, ich mache nicht weiter, weil jetzt kommt Frau Motschmann und die hat verdient, dass man sich hinsetzt und zuhört. Ja, nächste Rednerin, Elisabeth Motschmann für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch ich rede zum Kulturhaushalt. Einem Haushalt, zu dem Herr Renner von der AfD gesagt hat, über ihm liege die Kuratoriumsasche. Herr Renner, Ihre Rede war eine Schande. Sie haben die Kreativen, die Künstlerinnen und Künstler beleidigt, und das lassen wir nicht zu. Als Kulturpolitiker haben Sie sich abgemeldet. Mich bewegt, dass gestern alle deutschen Zeitungen mit einem Kulturthema aufgemacht haben, nämlich mit dem Kunstraub in Dresden. Interessant ist, wie das kommentiert wurde. Ich will Ihnen nur mal drei Überschriften nennen. Zweitens, Angriff auf das Herz Dresdens. Zweitens, fatal an diesem Verlust ist die Bedeutung der Objekte für die historische Identität von Sachsen. Und drittens, wie in einem Brennglas zeigt sich die Bedeutung der in Dresden geraubten Juwelen für Sachsens Geschichte und Identität. Zitat Ende. Was mich daran bewegt, ist, dass erst der Verlust von Kunstwerken dazu führt, dass wir uns vor Augen führen, welche Bedeutung Kunst und Kultur in unserem Land haben. Und es geht dabei ja nicht um den materiellen Wert, sondern um den ideellen Wert. An diesem traurigen Vorfall wird uns deutlich, wie wichtig das ist, was wir mit dem Kulturhaushalt tun, nämlich Kulturförderung. Das Ziel ist, diese Kultur in unserem Land zu unterstützen und zu fördern. Mit zwei Milliarden Euro inzwischen doppelt so viel wie beim Ansantritt unserer Kultur, Staatsministerin Monika Grütters. Deshalb danke ich ihr und den Haushaltern, dass sie diese zwei Milliarden wieder möglich gemacht haben. Aber es könnte auch noch ein bisschen mehr sein, denn die Kultur hätte es verdient. Was passiert eigentlich mit diesem Geld? Über 400 Theater, über 80 Opernhäuser, über 7000 Museen. Allein Berlin hat über 175 Museen. Und 46 UNESCO-Welterbestätten werden zum Beispiel gefördert. Darüber hinaus haben wir eine starke Kreativszene in Stadt und Land. Sie generieren einen Umsatz, was viele auch nicht wissen, von 170 Milliarden Euro jährlich. Diesen kreativen Köpfen möchte ich an dieser Stelle ganz herzlich danken. Wir sehen daran, Deutschland ist ein Kulturland. Deutschland ist ein reiches Kulturland. Und wir können darauf stolz sein. Drei Schwerpunkte möchte ich aus diesem Haushalt hervorheben. Die Erinnerungskultur, die Musik und der ländliche Raum. Wir erhöhen, und das ist auch schon gesagt worden, die Mittel für die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur um eine Million. Mit 200.000, das mag man als kleine Förderung betrachten, finanzieren wir zusätzliche Zeitzeugengespräche an den Schulen. Und wir finanzieren eine Machbarkeitsstudie für einen Gedenkort für die Opfer des Kommunismus. Und dieses Signal ist längst, längst überfällig. Denn im Bereich Musik unterstützen wir die Initiative Musik mit zusätzlich 6,5 Millionen Euro. Davon fließen eine Million Euro in die notwendige Digitalisierung von Musikclubs. Mit vier Millionen Euro ermöglichen wir den Bau eines deutschen Chorzentrums und werden dadurch die Chortradition in unserem Land noch mal wieder unterstreichen. Und wir fördern die große Musikfestival-Landschaft in Deutschland. Dass das Musikfest Bremen dabei ist, freut natürlich eine Bremerin. Aber es sind viele, viele andere auch dabei. Und Sie strahlen ja alle in den ländlichen Raum. Und dazu möchte ich abschließend auch etwas sagen. Es ist unglaublich beeindruckend, wie reich der ländliche Raum an kulturellem Erbe ist. Es ist absolut vertretbar, dass diese Schätze mit Bundesgeldern unterstützt und gefördert werden. Kultur ist immer von nationaler Bedeutung, weil sie den Zusammenhalt fördert, weil sie identitätsstiftend ist und weil sie das Geschichtsbewusstsein in unserem Land fördert. Deshalb ist es gut, dass das Denkmalschutz-Sonderprogramm mit 30 Millionen Euro fortgesetzt wird. Wieder eine gute Investition in den Erhalt unseres reichen kulturellen Bauerbes. Die vielen Kirchen und Klöster, die saniert werden, sind wichtige Kulturorte auf dem Land. Diese alten Mauern ermöglichen kulturelles Leben. Kultureinrichtungen in unserem Land unterstützen wir darüber hinaus für Investitionen mit 55 Millionen Euro. Kommen Sie bitte zum Ende. Ja, ich, ja. Ungern, Frau Präsidentin, ungern, meine Damen und Herren. Ohne, ich will abschließen, das muss man aber noch sagen. Ich bitte, ich bitte, kommen Sie zum Ende. Ohne das ehrenamtliche Engagement so vieler könnten wir vieles nicht machen. Und deshalb mein herzlicher Dank allen Ehrenamtlichen, die uns im Bereich Kultur unterstützen und diese Kulturlandschaft tragen. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen herzlichen Dank, Elisabeth Motschmann. Und liebe Kollegen und Kolleginnen, ich bitte Sie noch mal um Aufmerksamkeit. Wir haben noch einen, den letzten Redner in dieser Debatte. Das ist für die SPD-Fraktion Dr. Jens Zimmermann. Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Frau Motschmann hat eben von den alten Mauern gesprochen. Und in dieser Generaldebatte ist das das Spektrum, worüber wir reden. Wir reden über alte Mauern und den Schutz, den die auch brauchen. Wir reden aber natürlich auch über quasi neue Dinge, nämlich über die Digitalisierung. Und es hat mich sehr gefreut, dass das Thema Digitalisierung in dieser heutigen Generaldebatte so einen großen Raum eingenommen hat. Die Kanzlerin hat dazu auch einiges gesagt. Und für uns als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ist auch klar, dass wir eine Welt brauchen, eine Welt wollen, in der die Interessen der Bürgerinnen und Bürger vor den Interessen von großen Unternehmen stehen. Und das gilt ganz besonders auch für die digitale Welt, meine Damen und Herren. Wir stellen mit diesem Haushalt die Weichen für die Zukunft. Wir investieren deutlich mehr. Und natürlich gehören dazu auch effektive Strukturen. Und ja auch in der Bundesregierung. Und ich glaube, wir alle machen momentan am Wochenende immer was Ähnliches. Wir schauen Parteitage im Fernsehen bei den geschätzten Kolleginnen und Kollegen. Und ich habe natürlich mir auch den Parteitag so ein bisschen am Rande der Union angeschaut. Und wir haben das als SPD schon signalisiert, es gibt jetzt eine Halbzeitbilanz. Und diese Halbzeitbilanz sollte man doch auch nutzen, um zu schauen, was man vielleicht für die zweite Halbzeit besser machen kann. Und ich habe das mit großem Interesse zur Kenntnis genommen, was Frau Kramp-Karrenbauer da in Richtung eines Digitalministeriums gesagt hat. Was mich nur wundert ist, im gleichen Atemzug hat sie gesagt, keinerlei Veränderungen am Koalitionsvertrag. Da muss man sich dann am Ende schon auch mal entscheiden. Weil wenn man die Strukturen der Bundesregierung an dieser Stelle massiv verändern will, dann ist das für mich eine deutliche Veränderung, meine Damen und Herren. Aber wir als SPD, wir sind bereit, darüber zu reden. Ich will aber auch ganz klar sagen, ein Digitalministerium alleine wird diese Probleme nicht lösen. Wir haben auch heute schon eine engagierte Staatsministerin im Kanzleramt, die einen guten Job macht. Aber dass vor allem unionsgeführte Ministerien und das Kanzleramt selbst die Kolleginnen manchmal am langen Arm verhungern lassen, das können sie durchaus intern heute schon ändern, meine Damen und Herren. Es ist aber natürlich nicht nur mit Investitionen und mit Strukturen getan. Wir müssen das digitalpolitische Feld ganz klar als ein wichtiges Gestaltungsfeld sehen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir Akzente setzen, dass wir uns eben nicht so hinstellen und sagen, gegen diese großen Unternehmen, gegen diese Monopolisten, da können wir nichts tun. Das Gegenteil ist der Fall. Und ich finde, diese Koalition und die Bundesregierung hat es an verschiedenen Stellen in den letzten Monaten deutlich gemacht. Ich nenne mal einige Beispiele. Wenn wir über so eine private, parallele Digitalwährung wie Libra reden, dann begrüße ich es ausdrücklich, dass der Finanzminister an dieser Stelle gesagt hat, eine Währung gehört nicht in die Hände eines privaten Kartells, das ist das 5-G-Netz, meine Damen und Herren. Und wenn wir aktuell über den Ausbau im Mobilfunkbereich reden, ja, dann ist es gut, dass wir die weißen Flecken schließen mit zusätzlichem Geld. Aber wir müssen an dieser Stelle auch über unsere digitale Souveränität reden. Das geht dabei nicht alleine um die Frage, aus welchem Land ein Hersteller kommt. Aber wir alle wissen, dass das 5-G-Netz eine Infrastruktur sein wird für die nächsten zehn bis zwanzig Jahre. Und deswegen ist es gut, dass diese Koalition ganz klar sagt, die Sicherheitsbedenken, die es an dieser Stelle gibt, die müssen ernst genommen werden. Und dafür brauchen wir eine klare Regelung, meine Damen und Herren. Und auch wenn es eine Sache ist, die vielleicht nur für Feinschmeckerinnen und Feinschmecker was war, aber der Finanzausschuss des Bundestages und das Plenum hat im Bereich des Finanzmarktes und der Zahlungsdienste in der letzten Sitzungswoche hier ganz klare Kante gezeigt, auch gegen große Unternehmen, die versuchen dort auch wieder als Monopolisten, sich in den Zahlungsverkehr reinzudrängen und überall mitzukassieren. Und vor allem zu verhindern, dass es dort ordentlichen Wettbewerb und Auswahlmöglichkeit für die Kundinnen und Kunden gibt. Und deswegen ist es richtig, dass der Deutsche Bundestag im Bereich der Zahlungsdienste ein ganz klares Stoppschild in Richtung eines großen amerikanischen Obstzentlers, möchte ich mal sagen, gestellt hat, meine Damen und Herren. Und warum ist das alles so wichtig? Weil wir müssen uns gerade im europäischen Kontext klar werden. Viele unserer europäischen Freunde schauen sehr genau, was wir in Deutschland machen. Wir sind an vielen Stellen dort auch ein Vorbild. Und wenn wir zum Beispiel sagen, beim Infrastrukturausbau, es gibt Alternativen, wir müssen uns nicht einfach dem hingeben, dass an der Stelle zum Beispiel ein chinesisches Unternehmen, der große Platzhirsch wird und vor allem dann auch europäische Wettbewerber vom Markt verdrängt. Wir reden immer so viel, der Wirtschaftsminister redet gerne, wir brauchen einen digitalen Airbus an vielen Stellen. Das ist ausdrücklich richtig. Aber ich will an dieser Stelle auch mal sagen, wir müssen auch dafür sorgen, dass die Unternehmen, die schon dieses Niveau haben in Europa, dass die auch vor unlauterem Wettbewerb aus anderen Regionen geschützt werden, meine Damen und Herren. Dieser Tage sind wir ja Gastgeber für das Internet Governance Forum der Vereinten Nationen hier in Berlin. Und der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, hat gestern uns alle ermahnt, unsere Hausaufgaben zu machen. Und wenn ich mir den Haushalt anschaue, dann kann ich sagen, wir tun das. Es ist ein starker Schritt hin zu einer besseren digitalen Welt, in der vor allem auch unsere europäischen Werte eine Rolle spielen. Herzlichen Dank. Ich schließe die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über den Einzelplan 04 Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt in der Ausschussfassung. Hierzu liegt ein Änderungsantrag der Fraktion der AfD auf Drucksache 19 15502 vor. Wer stimmt für diesen Antrag? Danke. Wer stimmt dagegen? Danke. Wer enthält sich? Niemand. Der Änderungsantrag ist gegen die Stimmen der AfD-Fraktion von den übrigen Fraktionen des Hauses abgelehnt. Wir kommen nun zur namentlichen Abstimmung über den Einzelplan 04 in der Ausschussfassung. Dazu bitte ich die Schriftführerinnen und Schriftführer, die vorgesehenen Plätze einzunehmen. Hier vorne fehlt sowohl ein Schriftführer aus der Koalition als auch einer aus der Opposition. Die Opposition fehlt hier immer noch. Sind alle Schriftführerinnen und Schriftführer an den vorgesehenen Plätzen? Das ist der Fall. Ich eröffne die Abstimmung über den Einzelplan 04. Daher schauen wir uns wieder hier. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ist noch ein Mitglied des Hauses anwesend, welches seine Stimme nicht abgegeben hat? Dann bitte ich, das jetzt zügig zu tun. Ansonsten bitte ich die Abgeordneten, die vorhaben, auch an der folgenden Debatte teilzuhaben, schon mal Platz zu nehmen. Ist noch ein Mitglied des Hauses anwesend, welches seine Stimme nicht abgegeben hat? Das ist nicht der Fall. Ich schließe die Abstimmung und bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer mit der Auszählung zu beginnen. Das Ergebnis der namentlichen Abstimmung wird Ihnen später bekannt gegeben. Nun bitte ich, die Kolleginnen und Kollegen Platz zu nehmen, die entsprechende Ordnung herzustellen. Das gilt im Übrigen nicht nur für die Reihen der Abgeordneten und Fraktionen, sondern auch auch für die Regierungsbank. Vielleicht kann jemand den betroffenen Kollegen einen Hinweis geben, dass wir gerne fortfahren möchten. Ich halte es jetzt auch nicht gerade für den Ausweis der Höflichkeit, wenn Kolleginnen und Kollegen sowohl dem Präsidium als auch da mit dem Redepult, wo gleich geredet werden soll, den Rücken zudrehen. Kann das jemand bitte in die AfD-Fraktion vermitteln? Allerdings betrübt es mich, dass es auch in der Union noch nicht angekommen ist. Ich rufe auf den Einzelplan 05.